Teil 34, 16. Kapitel, Anstandsbesuch Mit klopfendem Herzen bestieg Hermine am nächsten Morgen den Hogwarts-Express. Als Schulsprecherin stand ihr gemeinsam mit Ernie ein eigenes Abteil zu. Darüber war sie sehr dankbar, konnte sie doch so Ron und seinen Blicken entkommen, die sie aufmerksam verfolgten. Zwar hielt sich der Gryffindor an sein Versprechen, ihr keine Fragen zu stellen, dennoch sprang Misstrauen und Neugier Hermine regelrecht aus seinen Augen an. Nachdem sie ihren Koffer verstaut hatte, ließ sich Hermine erleichtert auf ihren Sitzplatz sinken und sah aus dem Fenster. Für Ordnung im Zug zu sorgen, war zum Glück die Aufgabe der Vertrauensschüler. Nur, wenn ein Konflikt nicht beigelegt werden konnte, wurden die Schulsprecher hinzugezogen. Doch das kam selten vor. Hermine ließ den Kopf gegen die Scheibe sinken und dachte an Draco. Ihr zweites Zusammensein in der gestrigen Nacht war von Zärtlichkeit geprägt gewesen, beinahe schon liebevoll. Es war Hermine unerklärlich, wie Draco sich so verstellen konnte. Er empfand nichts für sie und doch schaffte er es ihr zu vermitteln, die begehrenswerteste Hexe in ganz Hogwarts zu sein. Hermine schluckte. Bisher war es ihr immer gelungen, ihn kühl zu behandeln, nachdem ihre Begierde gestillt worden war. Doch ihre Schutzmauer zeigte die ersten Risse. Wenn auch ungewollt, so lernte sie durch die erzwungene körperliche Nähe auch den Menschen Draco Malfoy besser kennen. Ab und an konnte sie einen Blick hinter seine Fassade werfen und sie glaubte zu erkennen, dass er keinesfalls der unterkühlteste Sohn war, für den ihn alle hielten. Er sehnte sich nach Liebe, nach Berührungen. Wahrscheinlich hatte er als Kind kaum welche bekommen, mutmaßte Hermine. Als liebevollen Vater konnte sie sich Lucius Malfoy nun wirklich nicht vorstellen. Sie grinste unwillkürlich, als vor ihrem inneren Auge Dracos Vater erschien, der seinem Sohn behutsam über das aufgeschlagene Knie bustete. Mit einem Ruck setzte sich die rote Dampflok in Bewegung. Erst jetzt öffnete sich die Abteiltür und Ernie stolperte herein. Hermine erwiderte seinen Gruß, froh über die Unterbrechung. Sie ließ sich auf ein Gespräch mit Ernie ein. Alles war besser, als an den blonden Sillusionen zu denken. Erst als der Schulsprecher aus Hufflepuff nach langer Zeit eine Pause einlegte, weil er dringend etwas mit Susan Bones besprechen musste, hatte Hermine das Abteil wieder für sich. Sie hatte sehr wohl gemerkt, dass Ernie sich zu seiner ruhigen Hausgenossin hingezogen fühlte. Doch wenn er nichts sagte, dann wollte sie sich auch nicht einmischen. Hermine lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. In Gedanken führte sie zum wiederholten Male das Gespräch mit ihren Eltern. Da sie Draco bereits Montagnachmittag eingeladen hatte, blieb ihr nicht viel Zeit. Sie seufzte lautlos. Hoffentlich hatte sie ihre Eltern richtig eingeschätzt. Der Rest der Zugfahrt verlief ereignislos und Hermine atmete auf, als sie den Bahnhof Kings Cross erreichten. Als sie ausstieg, bemerkte sie sofort Molly und Arthur Weasley, die es sich niemals nehmen ließen, ihre Sprösslinge persönlich abzuholen. Notgedrungen ging auch Hermine auf sie zu, um sich umarmen und drücken zu lassen. Über Mrs. Weasleys Schulter schauend, bemerkte sie, wie Draco auf seine Mutter zuschritt. Sie tätschelte ihm leicht auf den Oberarm und lächelte ihn an. Lucius Malfoy konnte Hermine in der Bedränge nicht ausmachen. Ihre Eltern traf Hermine am vereinbarten Treffpunkt im Bahnhofscafé. Mrs. Grinder sprang auf, als sie ihre Tochter erblickte. Sie drückte sie fest an sich, ehe sie Hermine ihren Vater begrüßen ließ. Auch er umarmte seine Tochter. Wie schön, dass du wieder da bist. Geht es dir gut? Vor dieser Frage hatte sich Hermine gefürchtet. Sie begnügte sich mit einem Nicken. Als sie bemerkte, dass ihre Eltern ihren Kaffee noch nicht ausgetrunken hatten, rückte sie sich einen Stuhl zurecht und nahm Platz. Der Blick ihrer Mutter tastete aufmerksam ihr Gesicht ab. Ist wirklich alles in Ordnung? Du wirkst etwas angespannt. Das sind die bevorstehenden Prüfungen, winkte Hermine ab. Keinesfalls wollte sie ihre Eltern schon am Bahnhof die geschönte Geschichte erzählen. Sie sah, dass sie ihre Mutter nicht ganz überzeugt hatte. Während ihr Vater sichtlich beruhigt zu sein schien. Schnell gewöhnte sich Hermine daran, wieder zu Hause zu sein. Krummbeiner hielt ausgiebige Streichelneinheiten und wich ihr fast den ganzen Nachmittag nicht von der Seite. Nach dem Abendessen half Hermine ihrer Mutter, den Tisch abzuräumen, während ihr Vater im Wohnzimmer Weingläser bereitstellte. Du hast noch gar nichts von Ron erzählt. Wirst du ihn in den Ferien besuchen? Hermine schüttete den Kopf. Ihre Mutter, die gerade ein Messer in die Spülmaschine einsortierte, stutzte. Habt ihr euch gestritten? Aus Angst, sie fallen zu lassen, umklammerte Hermine die Teller, die sie gerade auf die Ablage stellen wollte, so fest, dass ihre Finger knöchelweiß wurden. Nein, aber ich glaube, er ist nicht der Richtige für mich. Das kommt jetzt etwas überraschend. Mrs. Granger nahm Hermine die Teller ab und stellte sie in das unterste Fach. Du erscheinst mir so sicher, was ihn angeht. Ich habe immer geglaubt, dass Ron eines Tages unser Schwiegersohn werden würde. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Hermine verknotete die Finger und ließ ihren Blick ziellos durch die Küche schweifen. Es gibt einen anderen. Auf einmal glitzerten Tränen in ihren Augen. Ach Mom, es ist einfach passiert. Ron und Harry wissen noch nichts davon. Nur Ginny habe ich mich anvertraut. Ich bin völlig durcheinander. Alles war so klar und nun herrscht nur noch Chaos. Mrs. Granger klappte die Spülmaschine zu und zog Hermine in eine Umarmung. Gut, dass es jetzt geschehen ist. Wer ist denn der Glückliche? Wie bitte? Mrs. Granger löste sich von ihrer Tochter und lächelte sie verschmitzt an. Nun, wenn es einem jungen Mann gelungen ist, das Herz meiner Hermine in Lichtgeschwindigkeit zu erobern, dann kann er sich doch glücklich schätzen. Ach so, ja, natürlich, stammelte Hermine. Himmel, du bist ja ganz schön konfus. Schwer verliebt, würde ich sagen. Liebt er dich denn auch? Ihre Mutter sah sie aufmerksam an. Es geht Draco genauso wie mir. Hermines Lächeln geriet ein wenig schief. Draco? Merkte Mrs. Granger auf. Du meinst doch nicht etwa diesen reinblütigen Zaubererjungen, den du immer als arrogant und feige beschrieben hast. Doch, sagte Hermine kleinlaut, verwundert, dass ihre Mutter sich an den Namen erinnern konnte. Genau den meine ich. Das ist ja gerade das Problem. Ausgerechnet er. Harry und Ron werden keinen Funken Verständnis für meine Gefühle aufbringen. Sagt vor Mrs. Granger ihrer Tochter über den Arm. Die beiden machen sich halt Sorgen um dich. Das wirst du ihnen nicht verübeln können. Sie werden sich schon damit abfinden, sobald sie merken, dass es dir und diesem Draco ernst ist. Und das ist es doch, oder? Tod ernst sogar. Er widerte die Gryffindor, ohne eine Miene zu verziehen. Mrs. Granger lächelte wissend und Hermine biss die Zähne zusammen. Sie stand kurz davor, sich ihrer Mutter in den Hals zu werfen und ihr alles zu erzählen. Wann stellst du uns den jungen Mann denn vor? Wollte Mrs. Granger wissen. Übermorgen, euer Einverständnis vorausgesetzt, habe ich ihn zum Tee eingeladen. Gab er Miene zu und hoffte, dass Dracos Eltern diesen Besuch nicht verhinderten. Unterdessen saß Draco im Salon von Methro Manor und schob sich den letzten Löffel seines Desserts in den Mund. Das Thema Verlobung hatten seine Eltern bisher noch nicht angeschnitten. Möglicherweise hatte sein Vater diesbezüglich noch gar nichts in die Wege geleitet. Ein Hoffnungsschimmer glommend Draco auf. Doch sogleich ermahnte er sich, nicht allzu optimistisch zu sein. Vielleicht wartete Lucius Malfoy nur darauf, dass Draco ihn danach fragte. Doch den Gefallen würde er ihm nicht tun. So erzählte er Belanglosigkeiten aus der Schule, erwähnte auch, dass Gregory und Millicent ein Paar waren. Die Augenbrauen seines Vaters hoben sich ein wenig, ansonsten konnte Draco keine Reaktion auf seinem Gesicht ablesen. Bei seiner Mutter blitzte kurz ein amusiertes Lächeln auf, ehe sie der Hauselfe mit einem Wink signalisierte, den Tisch abzuräumen. Lucius Malfoy erhob sich und trat auf den kleinen Servierwagen zu, der in der Nähe des Kamins stand. Er öffnete eine Flasche Feenkognak und blickte zu seiner Frau und seinem Sohn hinüber. Als beide nickten, schenkte er etwas von der bernsteinfarbenen Flüssigkeit in drei Gläser. Draco drückte den Rücken durch. Es schien, als wollte sein Vater nun zum offiziellen Teil übergehen. Lucius stellte vor jeden ein Glas auf den bereits abgeräumten Tisch und setzte sich wieder auf seinen Platz am Kopfende. Auf die Zukunft! Prostete er seiner Familie zu. Narcissa wiederholte die Worte, während Draco sich mit einem Nicken begnügte. Der Konjak brannte in seiner Kehle und Draco kämpfte darum, ein Husten zu unterdrücken. Er hielt es nicht für ratsam, seinen Vater bereits jetzt zu reizen, indem er ihm von Hermine erzählte. Nun, Draco, was hast du dir in den Ferien vorgenommen? Wollte Lucius wissen. Übermorgen bin ich zum Tee eingeladen, ansonsten will ich die Zeit zum Lernen nutzen. Die UTZ-Prüfungen stehen bald an. Wen willst du denn besuchen? Fragte Narcissa und nippte ein weiteres Mal an ihrem Glas. Blaze Nannte Draco den ersten Namen, der ihm einfiel. Seine Mutter stutzte unmerklich, sagte aber nichts dazu. Nächsten Samstagabend sind wir zum Dinner eingeladen. Lucius blickte bei diesen Worten auf seinen Konjak und schwenkte das Glas leicht in der rechten Hand, ehe seine Augen sich plötzlich in die seines Sohnes bohrten. Ein sehr wichtiges Essen für die Zukunft unserer Familie. Du weißt, was das bedeutet. Dracos Herz sank tiefer. Mühsam brachte er ein verbindliches Lächeln zustande. Nicht neugierig, um wen es sich handelt? Fragte sein Vater erstaunt. Betont gelangweilt, zuckte Draco mit den Schultern. Du wirst schon die richtige ausgesucht haben, und ich nehme an, dass meine Braut nicht Pansy Parkinson ist. Wohl kaum. Bestätigte Lucius und hob sein Glas. Auf die Zukunft, mein Sohn. Draco presste kurz die Lippen zusammen und erwiderte den Toast. Bereits am Montagmorgen war Draco schrecklich nervös. Er hatte noch nie mit Muggeln zu tun gehabt, und allein der Gedanke an Mr. und Mrs. Granger erhöhte seinen Puls beträchtlich. Hinzu kam ein leichtes Drücken in der Magengegend. Richtig übel wurde ihm jedoch, als er kurz nach dem Mittagessen Pansy Parkinson im Malfoy meine auftauchen sah. Draco versuchte sie noch in der Eingangstelle abzuwimmeln. Mensch, Pansy, kannst du nicht vorher eine Eule schicken? Ich muss gleich weg. Das Mädchen sah ihn misstrauisch an. Wann hättest du denn Zeit? Nächste Woche vielleicht. Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich, Draco Malfoy? Ich gewinne den Eindruck, du hast überhaupt nicht die Absicht, mit deinen Eltern über uns zu sprechen. Pansys Stimme wurde zunehmend schriller. Draco hob die Hände. Sch, nicht so laut. Ich versichere dir, ich rede noch mit meinem Vater, aber ich muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Mit verschränkten Armen musterte Pansy ihn. Dann deutete sie mit dem ausgestreckten Zeigefinger aus seiner Nase. Eins sage ich dir, Draco. Drohte sie nicht minder leise als zuvor. Wenn du mich verarschst, wirst du das bereuen. Am liebsten hätte er die Sizzurin gepackt und vor die Tür gesetzt. Doch er begnügte sich damit, sie anzuzischen. Benehme dich nur weiterhin so kindisch und ich überlege mir das nochmal. Nach einer keifenden Ehefrau steht mir wahrlich nicht der Sinn. In diesem Moment öffnete sich die Tür des Salons und Lucius Malfoy trat heraus. Die steile Falte zwischen dessen Augenbrauen versetzte Draco in höchste Alarmbereitschaft. Was soll der Lärm hier? Pansy wollte gerade gehen, behauptete Draco und ein warnender Blick traf seine Mitschülerin. Guten Tag, Mr. Malfoy. Schön, Sie zu sehen. Lucius' Ausdruck blieb regungslos, als er den Gruß des Mädchens äußerst knapp erwiderte. Pansy, ich muss los, zog Draco die Aufmerksamkeit erneut auf sich. Die Saison legte den Kopf schief. Kann ich nicht mitkommen? Noch während Draco nach einer höflichen Ablehnungsfloss gesuchte, sagte sein Vater, Aber Pansy, wenn Blaze und Draco sich unterhalten wollen, dann störst du doch nur. Das Mädchen versteifte sich. Du triffst dich mit Sabini? Irgendetwas musste Draco entgangen sein, doch er nickte vorsichtig. Ich glaube, jetzt verstehe ich alles. Pansy knifft die Lippen zusammen. Viel Spaß euch beiden. Nach einem kurzen Gruß an Lucius' Malfoy drehte sie sich schwungvoll um und verließ das Haus. Pansy kommt keinesfalls als Ehefrau in Betracht, sagte Dracos Vater und sah seinen Sohn streng an. Ich hoffe, du hast ihr keine unhaltbaren Versprechen gegeben. Keine Sorge, an ihr bin ich nicht im Geringsten interessiert. Leider sieht sie das anders. Lucius winkte ab. Am Samstag wirst du mit Astoria Greengrass verlobt. Pansy muss ihre Hoffnung aufgeben. Astoria? Weiß Daphna etwa davon? Fragte Draco sofort. Es wäre schon ungeheuerlich, wenn sie als Pansys Freundin wusste und nichts gesagt hatte. Doch Lucius schüttelte den Kopf. Nur deine Mutter und Astorias Eltern wissen davon, noch nicht einmal sie selbst. Dir wollte ich es eigentlich auch nicht sagen, aber in Anbetracht der Umstände hielt ich es für ratsam, dich an deine Pflichten zu erinnern. Astoria ist ein hübsches Mädchen geworden. Du wirst glücklich mit ihr werden. Sicher, Vater. Er antwortete Draco. Er konnte sich kaum an Daphnes zwei Jahre jüngere Schwester erinnern und es war ihm egal, wie gut Astoria aussah. Er würde niemals mit ihr zusammenkommen. Ich muss mich jetzt umziehen. Bis heute Abend. Lies er Lucius Malfoy stehen und ging die Treppe zu seinem Zimmer hinauf. Gerade hat er den letzten Knopf des blaukarierten Hemdes geschlossen, als es an der Tür klopfte. Nach seiner Aufforderung trat Narcissa in den Raum. Ihr Blick wanderte über Dracos Hemd, die Jeans und die hellen Turnschuhe. Schließlich blieb er auf der Flasche Elfenwein liegen, die Draco am Vormittag aus den Vorräten seiner Eltern stiebitzt hatte. Dem jungen Slytherin wurde unbehaglich zumute. Er räusperte sich. Ich dachte, ein Mitbringsel wäre nicht schlecht. Ist eine von den billigeren Flaschen. Narcissa ging nicht darauf ein. Stattdessen durchschritt sie den Raum und blieb dicht vor ihrem Sohn stehen. Wen besuchst du? Und jetzt sage nicht Blaze Sabini. Draco schoss die Röte ins Gesicht. Sein Schweigen war seiner Mutter offenbar Antwort genug. Es ist ein Mädchen, nicht wahr? Was macht dich da so sicher? Stotterte Draco. Du bist viel zu leger angezogen, um eine alte, reinbedürge Familie aufzusuchen. Dein Haar ist frisch gewaschen und mit Aftershave hast du auch nicht gespart. Mrs. Sabini trinkt überhaupt keinen Elfenwein. Und außerdem... Narcissa stockte. Ist sie mit Blaze für eine Woche nach Schottland gefahren. Du kannst Merlin danken, dass dein Vater nichts davon weiß. Draco wurde bleich. Das hatte er vollkommen vergessen. Kein Wunder, dass Pensy so überrascht gewesen war. Die feinglietige Hand seiner Mutter fuhr sacht über seinen Arm. Draco, hast du dich in jemanden verliebt? Nein, Mom. Großes Zauberer-Ehrenwort. Kurz entspannte sich Narcissa, ehe sie fragte, Bist du in Schwierigkeiten? Sie zuckte vor Dracos bitteren Lächeln zurück. Stell mir jetzt bitte keine Fragen. Heute Abend bin ich rechtzeitig zum Essen wieder hier. Dann werde ich euch alles erzählen. So schlimm? Narcissas sorgenvoller Gesichtsausdruck ließ Draco zögern. Viel schlimmer, als ich es mir je hätte erträumen können. Gab er zu. Er griff nach der Weinflasche und drückte seine erstarrten Mutter einen Kuss auf die Wange. Teil 35 Pensy hatte sich hinter den Zypressen versteckt, die links und rechts die breite Eingangstreppe zum Männer flankierten. Sie wusste, wann sie verloren hatte. Draco hatte seine Eltern angelogen, als er behauptete, eine Verabredung mit Blaze Sabini zu haben. Die Slytherin war sich sicher, dass Draco Hermine treffen würde. Leider war Pensy nur ungefähr bekannt, wo die verhasste Gryffino wohnte. Aber Lucius Malfoy würde es sicherlich herausfinden. Hastig wischte sie sich die Zornesträne aus dem Gesicht. So unglaublich ist auch erschienen, aber Draco musste was mit dem Schlammblut haben. Tief sog das Mädchen den leicht hartzigen Duft der Gewächse ein. Offenbar wussten sogar die Lehrer davon und unterstützten das Verhältnis. Es konnte doch kein Zufall sein, dass die beiden ständig gemeinsam Aufgaben bewältigen mussten und immer nebeneinander saßen. Doch Lucius würde seinem Sohn schon die Flausen aus dem Kopf treiben. Denn eine Hermine Granger als Schwiegertochter war vollkommen inakzeptabel. Mit geröteten Augen beobachtete Pensy, wie Draco das Haus mit einer Flasche Weinen in der Hand verließ. Auf seinem Gesicht spiegelte sich Nervosität und freudige Erwartung wieder. Für die Slytherin der Beweis, dass sie mit ihrer Vermutung recht hatte. Ein Seufzen entwich ihr, als der junge Mann vor dem Tor apparierte. Zum letzten Mal fragte sich Pensy, ob sie das Richtige tat. Doch die Zurückweisung nagte zu stark an ihr. Wenn sie Draco nicht bekommen konnte, dann sollte es Hermine Granger erst recht nicht. Die Slytherin straffte sich, ging die Stufen empor und klopfte erneut an das Portal. In der Ecke eines verwahrlosten Kinderspielplatzes, genauso wie Hermine ihm geraten hatte, materialisierte sich Draco. Er umrundete den halb zugewucherten Sandkasten und sah die wenig belebte Straße entgegen. Reihenhäuser mit kleinen gepflegten Gärten davor, eingesäumt von Hecken oder niedrigen Zäunen. Vorstadt-Idylle pur. Draco verzog den Mund, was für eine spießige Gegend. Mugelland eben. Unvorstellbar, dass hier die klügste Hexe Hogwarts aufgewachsen war. Draco schritt den Bürgersteig entlang, bis er vor dem Haus mit der Nummer 37 anhielt. Es unterschied sich in nichts von den Nachbarhäusern. Ein letztes Mal schaute er sich um, beobachtete, wie gegenüber eine alte Frau ihren Hund lobte, der gerade an der Laterne sein Geschäft verrichtete. Als er die Klinke des Gartentörchens hinunterdrückte, bemerkte er, wie sich der Vorhang hinter dem rechten Fenster bewegte. Einen Augenblick später wurde die Haustür aufgerissen und eine Hermine erschien auf der Schwelle, deren Gesicht Dracos Empfindungen spiegelte. Erleichtert und nervös zugleich sah Hermine zu, wie Draco näher kam und unschlüssig vor ihr stehen blieb. Dann hielt sie ihm die Wange hin und er drückte ihr einen kleinen Kuss darauf. Hallo, mein Herz. Übertreib es nicht, zischte sie ihm leise zu. Sie schloss die Tür hinter ihm, nahm ihn bei der Hand und zog Draco ins Wohnzimmer. Ihre Eltern saßen bereits an dem Esstisch. Viele Plätze waren eingedeckt, was Draco vermuten ließ, dass Hermine keine Geschwister hatte. Zumal auf der Anrichte nur Bilder von ihr standen. Das machte ihm deutlich, wie wenig er im Grunde über sie wusste. Das Porzellan auf dem Tisch war weiß mit filigranen Blättern am Rand und neben den Tellern lagen lindgrüne Servietten. In der Mitte stand eine offensichtlich selbstgebackene Sahnetorte. Draco reichte Mrs. Granger die Hand, stellte sich formvollendet vor und deutete eine Verbeugung an, ehe er sich an Mr. Granger wandte und ihm mit einem Lächeln die Flasche überreichte. Hermine stieß die Luft aus, die sie während der Begrüßung unwillkürlich angehalten hatte. Den Einstieg hatte Draco mit Bravour gemeistert. Das konnte sie an den Gesichtern ihrer Eltern ablesen. Die erste Hürde war also geschafft. Sie griff nach der Teekanne und schenkte jedem ein. Danach verteilte sie den Kuchen. Hat Hermine selbst gebacken? sagte Mrs. Granger stolz und lächelte ihre Tochter an. Unter deiner Anleitung, Mom. Erwiderte sie peinlich berührt und warf Draco einen schnellen Blick zu. Ich lobe dich aber erst, nachdem ich probiert habe, grinste er. Besser ist das. Vielleicht habe ich auch gar keins verdient, antwortete Hermine. Ach was, wer Zaubertränke so toll brauen kann wie du, der kann auch einen Teig zusammenmischen, meinte Draco und schob sich einen Löffel der sahnigen Creme in den Mund. Wusste ich es doch, sagte er, nachdem er den Bissen hinuntergeschluckt hatte. Begabt auf allen Gebieten. Hermine wurde rot und stupste ihn in die Seite. Ich muss deinem Freund recht geben. Der Kuchen schmeckt wirklich ganz ausgezeichnet. Schaltete sich Mr. Granger ein und fuhr an Draco Gewand fort. Sagen Sie, Draco, Sie sind doch auch auf der Zaubererschule. Kennen Sie die Weasleys? Einen Moment lang war nur das Klirren des Bestecks zu hören, ehe der Sissowin antwortete, bitte auch Mr. Granger, Ronald und seine Schwester sind mir natürlich bekannt. Doch meine Familie hat einen anderen Freundeskreis als die Weasleys. Verstehe, nickte Hermines Vater. Er teilte mit der Gabel ein weiteres Stück seiner Torte ab. Wie kam es, dass sie sich in meine Tochter verliebt haben? Ich will ihr nicht zu nahe treten, Draco. Hermine war in der Hinsicht recht wortkack. Aber Arthur Weasley und ich sind immer davon ausgegangen, dass sie eines Tages Ron heiraten. Dad! Viel Hermine ihm entrüstet ins Wort. Ich sagte doch schon, dass wir uns durch das gemeinsame Arbeiten im Unterricht aneinander angenähert haben. Weihnachten war der junge Mann neben dir jedenfalls noch kein Thema. Langsame Annäherung stelle ich mir anders vor. Mrs. Granger holte Tiefluft, doch Draco war schneller. Natürlich haben sie recht, Sir. Unser Zusammenkommen war ich eher eine Explosion. Was länger dauerte, war die Tatsache, uns unsere Gefühle füreinander einzugestehen. Wie Sie sicherlich wissen, gibt es in Hogwarts vier Schulhäuser. Und die Rivalität zwischen Zizwin und Gryffindor ist naturgemäß die größte. Draco wartete das Nicken von Hermines Vater ab, ehe er fortfuhr. Vielleicht können sie unsere Verwirrung nachvollziehen, als wir merken, dass ein unsichtbares Bann zwischen uns bestand. Und meines Wissens gab es noch nie eine romantische Verbindung zwischen den beiden Häusern. Und auch wir haben uns dagegen gewehrt. Vergeblich. Draco griff nach Hermines Hand und drückte sie zärtlich. Dann glitten seine Blicke zwischen ihren Eltern hin und her. Ich liebe ihre Tochter. Ein Leben ohne sie kann ich mir nicht mehr vorstellen. Im anschließenden Schweigen wusste Hermine nicht, was sie lieber tun sollte. Draco umarmen und küssen, weil er so ein unglaublich guter Lügner war, oder ihm aus demselben Grund den Rest der Torte über den Kopf kippen. Mr. Granger sah seine Frau verblüfft an, ehe er die Teetasse hob und Draco zuprustete. Nun denn, mein Junge, willkommen in der Familie und mache meine Kleine glücklich. Das werde ich, Sir. Draco, antwortete der Slytherin feierlich, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Innerlich stöhnte Hermine. Doch Draco hatte es geschafft. Ihre Eltern akzeptierten ihn und hatten nicht die leisesten Zweifel an seiner Aufrichtigkeit. Es begann eine muntere Unterhaltung und hätte Hermine nicht gewusst, dass Draco zuvor noch nie in einem Muggelhaushalt gewesen war, sie hätte geglaubt, er würde regelmäßig mit nicht magischen Menschen verkehren. Schließlich lehnte sich Draco zurück und meinte, es wäre für ihn bald Zeit, nach Hause zu gehen. Vorher würde ich aber noch gerne einen Blick in dein Zimmer werfen, Hermine. Es interessiert mich brennend, wie du es eingerichtet hast. Die grauen Augen verdunkelten sich ein wenig und Hermine schluckte. An ihre Eltern gewandt, meinte sie, dauert nicht lange. Draco folgte ihr die Treppe hinauf. Vor der Zimmertür zögerte Hermine kurz, ehe sie die Klinke hinunterdrückte. Für den Raum dahinter hatte Draco kaum einen Blick übrig. Ihm fiel zwar die Menge an Büchern auf, die überall herumlagen oder standen, und auch der rot-goldene Schal, der quer über der Wand oberhalb des Bettes hing. Doch jetzt hatte er nur Augen für Hermine. Die Gürfunda schloss die Tür ab und drehte sich um. Ohne ihren Blick von seinem Gesicht zu lösen, fuhr sie mit den Händen unter ihren Rock und streifte den Slip ab. Wir haben nicht viel Zeit, flüsterte sie errötend. Ich möchte nicht, dass meine Eltern misstrauisch werden. Sie bürgen dich. Hast du ihr daran gezweifelt? Fragte er mit erhobenen Augenbrauen. Sein selbstgefälliges Lächeln hätte Hermine ihm am liebsten aus dem Gesicht gewischt. Sie hatte doch genau gesehen, wie aufgeregt er bei seiner Ankunft gewesen war. Stattdessen griff sie nach seinem Gürtel. Mit Drakos Hilfe rutschten Hose und Schwarz schnell nach unten. Seine harte Länge spannte ihr entgegen und Hermine lehnte sich mit erwartungsvoll geöffneten Beinen gegen die Wand. Drakos packte sie, hob sie hoch und rang sofort in sie ein. Hermine hielt sich an seinen Schultern fest, während ihr Körper mit jedem Stoß ein Stück die Wand hinauf und wieder hinabglitt. Es waren diese Momente, in denen sich die Gryffindor lebendig wie nie fühlte, sich fallen lassen konnte und in der Lage war, völlig auszublätten, wer oder was sie war. Drakos verkrampfte sich und das flüssige Feuer, das in Hermine hineinschoss, nahm sie mit über den Abgrund. Mit gemischten Gefühlen verfolgte Drakos Hermines Reinigungszauber, während er sich anzog. Gleich würde die Gryffindor wieder ihr abweisendes Gesicht zeigen, das vor wenigen Augenblicken vor Leidenschaft regelrecht erglüht war. Doch dann fiel ihm ein, dass ihre Eltern unten warteten. Heute konnte sie ihm nicht die kalte Schulter zeigen. Zurück im Wohnzimmer verabschiedete Drakos sich von Mrs. und Mr. Granger mit dem Versprechen, sie nochmals in den Ferien zu besuchen. Hermine begleitete ihn bis zur Tür. Draußen auf dem Treppenabsatz hielt Drakos inne. Ich rede noch heute Abend mit meinen Eltern. Spätestens Donnerstag müssen wir uns wieder sehen. Ich schicke dir eine Eule mit dem nächsten Treffpunkt. Die Gryffindor nickte schweigend. Er beugte sich ein wenig vor. Deine Eltern stehen mit Sicherheit in der Küche und beobachten uns. Du solltest mir noch einen Abschiedskuss geben. Einen Augenblick später schlang Hermine ihre Arme um seinen Hals. Danke, Draco, dass du deine Rolle so überzeugend gespielt hast. Dann küssten sie sich leidenschaftlich, dass beide anschließend ein wenig außer Atem waren. Spätestens jetzt haben wir alle eventuellen Zuschauer beruhigt. Grinste Draco. Mach's gut, kleine Hexe. Bis Donnerstag. Bis bald, erwiderte Hermine und sah dem blonden Zillusion noch ein wenig nach. Der Richtung Spielplatz ging. Kaum hatte die Gryffindor die Tür wieder geschlossen, wurde im Schatten des gegenüberliegenden Hauseingangs ein schwarz gekleiderter Mann mit langen, blonden Haaren sichtbar. Das Antlitz war starr wie eine Totenmaske, nur die grauen Augen luderten und versprühten Enttäuschung und Hass. Teil 36 17. Kapitel Zerreißprobe Pünktlich zum Abendessen erschien Draco im Salon. Seine Mutter stand am Kamin und trank einen Sherry. Von seinem Vater war nichts zu sehen. Hi Mom! grüßte Draco und nahm sich eins der Häppchen, die auf dem Tisch standen. Lass das, Draco! Du weißt doch, wie ungehalten dein Vater wird, wenn du schon Feuer nascht! Kaum drapierte Draco die Häppchen neu. Zufrieden? Jetzt fällt ihm nicht mehr auf, dass eins fehlt. Narzissa seufzte und runzte missbilligend die Stirn. Wo ist er überhaupt? Wollte Draco wissen. Seine Mutter zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, kaum warst du weg, klingelte Pansy nochmals. Sie hatte mit deinem Vater eine Unterredung, in seinem Arbeitszimmer. Ich weiß nicht, was sie besprochen haben, aber dein Vater war sichtlich erregt, als Pansy endlich ging. Es war jedoch kein Wort, aus ihm herauszukriegen. Er fragte mich lediglich, wann du wieder nach Hause kommen wolltest. Etwa eine halbe Stunde bevor du erschienen bist, hat er seinen Umhang geschnappt und ist verschwunden. Eigentlich sollte er jeden Moment eintreffen. Beinahe hätte Draco den Rest verschluckt, den er noch im Mund hatte. Pansy, diese Schlange, musste seinem Vater von Hermine erzählt haben. Aber mehr, als dass er angeblich mit der Gwyph nur üben würde, wusste sie nicht, oder doch? Draco, was hast du? Du bist ja auf einmal ganz blass geworden. Narzissa setzte das Glas auf dem Tisch ab und sah ihren Sohn sorgenvoll an. Draco wurde eine Antwort enthoben, weil sich in diesem Moment die Tür öffnete und Lucius Malfoy eintrat. Er würdigte seinen Sohn keines Blickes, sondern ließ sich ohne Begrüßung am Kopfende nieder. Unbehaglich setzte sich Draco. Sogleich eilte eine Hauselfe herbei, schenkte die Getränke ein und belegte die Teller mit dem Hauptgang, bestehend aus Warmsteak und gebratenen Kartoffeln. Normalerweise wünschte Lucius allen einen guten Appetit, doch diesmal schnauzte er die Elfer an. Bring mir einen doppelten Feuerwisky, ohne Eis. Nachdem er das Gewünschte erhalten hatte, starrte er kurz auf die goldgelbe Flüssigkeit, ehe er sie in einem Zug hinunterkippte. Unsicher beäugte Draco seinen Vater. Dessen Verhalten war völlig atypisch. Merlin, Pansy konnte doch nur erzählt haben, dass er mit Termine für die UTZ-Prüfung lernte. Greif zu, mein Junge, meinte Narcissa, aß selber aber nichts, sondern sah ihrem Mann genau an. Das ließ sich Draco nicht zweimal sagen. Froh, endlich wieder was zu tun zu haben, begann er zu essen. Das schien seinen Vater aus der Lethargie zu reißen. Er schleuderte das leere Glas in den Kamin, wo es mit einem Klirren zerschellte. Mutter und Sohn zuckten zusammen. Narcissa, krollte Lucius tiefe Stimme. Wusstest du, dass wir einen Blutsverräter großgezogen haben? Draco erstarrte. Seine Mutter schüttete den Kopf. Unsinn, so etwas würde Draco niemals tun. Pansy hat mir einen Tipp gegeben. Und ich bin nach London, in einen Muggelvorort gereist. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich mit eigenen Augen gesehen habe, wie unser Sohn dieses Granger-Mädchen umarmt und geküsst hat? Das hast du nicht getan, nicht wahr, Schatz? Beinahe bittend sah Narcissa Draco an. Lucius' Faust donnerte auf die Tischplatte. Bei allen Furien, wenn ich es dir doch sage, Frau! Draco straffte sich. Jetzt war es unumgänglich, seinen Eltern endlich die Wahrheit zu erzählen. Die Hände ballte er zusammen, damit niemand das Zittern seiner Finger sehen konnte. Es stimmt, heute habe ich Hermine Granger besucht und mich ihren Eltern vorgestellt. Vorgestellt? Was heißt hier vorgestellt? Brauchst du Lucius auf. Du wirst Samstag mit Astoria Greengrass verlobt. Und dieses Muggelmädchen wirst du ganz schnell vergessen. Nicht auszudenken, wenn diese Liaison in unseren Kreisen die Runde macht. Nie hätte ich gedacht, dass du mir einmal eine solche Schande bereiten würdest. Ich kann Astoria nicht heiraten, Vater. Ich bin bis an mein Lebensende mit Hermine verbunden. Zum Schluss wurde Dracos Stimme immer leiser. Du wagst es mir zu widersprechen? Zischte Lucius. Die grauen Augen schienen die seines Sohnes regelrecht zu durchbohren. Draco versuchte vergeblich, dem stechenden Blick standzuhalten. Auf seinen Teller starrend, murmelte er. In einer Zaubertrankstunde ist was schiefgelaufen. Seitdem muss ich mit dir zusammen sein. Sonst sterbe ich. Er sah auf und erkannte, dass er es völlig falsch angefangen hatte. Sein Vater glaubte ihm kein Wort. Eine bessere Ausrede ist dir wohl nicht eingefallen, was? Aber es ist wahr, rief Draco verzweifelt. Kennt ihr den Drang des unstillbaren Verlangens? Narcissa dachte nach, während Lucius sofort den Kopf schüttelte. Noch nie von ihm gehört. Draco wurde langsam panisch. Mit vielem hätte er gerechnet, aber nicht, dass seine Eltern ihn offenbar für einen Nügner hielten. Gerade in reinmütigen Familien wurde er früher bei arrangierten Ehen eingesetzt. Heute ist er verboten, auch wegen seiner tödlichen Nebenwirkungen. Wenn ihr mich von Hermine trennt, dann sterben wir beide. Sein Vater starrte ihn böse an, während Narcissa sich etwas über den Tisch beugte. Hat es etwas mit dem zu tun, was du mir gegenüber vor deinem Aufbruch erwähnt hast? Stumm nickte Draco. Dann erzähl uns alles von Anfang an und der Reihe nach. Wir hören dir zu, ohne dich zu unterbrechen. Nicht wahr, Lucius? Ihr Ehemann brummte etwas Unverständliches, dann neigte er zustimmend den Kopf. Draco holte Tiefluft. Er begann mit der Zaubertrankstunde bei Professors Lacorn, schilderte die zunehmenden Schmerzen, seinen Unglauben, ausgerechnet mit Hermine darin verwickelt zu sein. Und von ihrer Entdeckung in der Bibliothek. Draco versuchte seine Eltern, die Ängste näher zu bringen, die ihn überfallen hatten, als er die Wahrheit erfuhr. Von den entsetzten Reaktionen der Erlehrer und ihren hilflosen Versuchen, die Lage für sie beide erträglicher zu gestalten. Einzig die Tatsache, dass er selbst den für seinen Banknachbar bestimmten Trank zu sich genommen hatte, verschwieg Draco. Es schien ihm im Moment sinnvoller, die gesamte Schuld an der Mesiris Lacorns Unfähigkeit zuzuschreiben. Die Augenbrauen seines Vaters zogen sich drohend zusammen, während sich seine Mutter erschrocken die Hand vor den Mund schlug. Stockend berichtete Draco, wie er sich mehr und mehr Hermine nähern musste. Ich darf nicht schlecht über sie reden, ohne sofort mit Schmerzen bestraft zu werden. Bitte glaubt mir doch, ich liebe Hermine Granger nicht. Sie hat mich nur gebeten, ihren Eltern nicht die Wahrheit zu sagen, weil sie durch den Krieg schon genug Angst um ihre Tochter ausgestanden haben. Also habe ich ihren Freund gespielt. Das war alles. Draco verstummte. Narzissa sah ihn mitleidig an, während Lucius nun den Stuhl zurückschob und schwerfällig aufstand. Unvermittelt streckte er die Hand aus. Gib mir deinen Zauberstab. Was willst du? Die Finger zuckten ungeduldig und Draco zog es vor, seinen Vater nicht weiter zu reizen. Wortlos überreichte er ihm das Gewünschte. Lucius steckte ihn ein. Ich werde feststellen, ob du uns die Wahrheit erzählt hast und falls ja, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, die Folgen zumindest für dich abzusprechen. Ich hätte da schon eine Idee. Lucius, mischte sich Narzissa ein. Mir ist eingefallen, dass ich von diesem Trank tatsächlich schon gehört habe. Mein Urgroßvater erzählte mir eins von einem Zauber, der Menschen in Leidenschaft bis zum Tod miteinander verbindet. Es sähe Draco ähnlich, unsere Familie durch solch eine Sache, dem Gespött der Zaubererwelt auszusetzen. Er hat es doch nicht absichtlich getan, verteidigte Narzissa ihren Sohn. Bist du dir da so sicher? Fragte ihr Mann und Draco sog hörbar die Luft ein. Wie dem auch sei, komm mit mir nach oben, fuhr Lucius fort. Draco gehorchte und auch seine Mutter schloss sich ihnen an. Als sie sein Zimmer erreicht hatten, öffnete Lucius die Tür und ging zum Fenster. Dort zog er seinen Zauberstab und begann einige Beschwörungen zu mummeln. Misstrauisch trat Draco näher. Er setzte sich aufs Bett und hörte zu, wie sein Vater die Formeln an der Tür wiederholte und noch weitere hinzufügte. Schließlich drehte Lucius sich um und sah seinen Sohn streng an. Du verstehst sicher, dass ich die Geschichte überprüfen werde und, falls sie stimmt, eine Lösung suche. Bis dahin kannst du dein Zimmer nicht verlassen. Deine Mutter wird dir das Essen bringen. Es ist dir nicht möglich, Nachrichten zu empfangen oder welche zu versenden. Du wirst brav hier warten, bis ich zurück bin. Dann fuhr ihr Anircissa gewandt fort. Und da stehle ich ihn zu diesem Muggelmädchen zu lassen. Lucius deutete mit seinem Zauberstab auf die Tür. Sobald Draco sie durchschreitet, merke ich das. Ich kann mich doch auf dich verlassen, Sissi. Natürlich, ich verspreche dir, dass Draco in seinem Zimmer bleibt. Aber was hast du vor? Ich fahre für ein paar Tage nach London, in unsere Stadtwohnung. Im Zauberreiministerium werde ich sicher etwas über den Trank herausfinden. Mit wachsendem Entsetzen hatte Draco die Worte seines Vaters vernommen. Jetzt rief er, in einigen Tagen kann ich bereits tot sein. Mehr als 48 Stunden sind kritisch. Dann beginnen die Schmerzen. Der Blick seines Vaters ließ ihn frösteln. Ich werde rechtzeitig zurück sein. Sollte ich keine andere Lösung finden, so würde dein Tod uns zumindest vor einer Schande bewahren. Lucius! stieß Narcissa entrüstet hervor, während Dracos Stimme versagte. Doch sein Vater lächelte nur vielsagend und drehte sich um. Aufgeregt eilte Narcissa ihm nach. Durch die offene Tür hörte Draco sie debattieren, ohne dass er die einzelnen Sätze verstehen konnte. Obwohl er wusste, dass es zwecklos war, stand er auf und trat an die Tür heran. Als er die Hände ausstreckte, hatte er den Eindruck, vor einer gläsernen Wand zu stehen. Es war hoffnungslos. Hier kam er ohne Hilfe nicht heraus. Draco suchte das an seinen Raum angrenzende eigene Badezimmer auf. Es war fensterlos. Insofern hatte er auch hier keine Fluchtmöglichkeit. Der junge Slythuan ging zum Waschtisch, öffnete den Hahn und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Bestimmt hatte sein Vater geblufft und kam bald wieder. Denn wenn nicht, hatte er nur eine Chance. Er musste seine Mutter überzeugen, ihm zu helfen. Sie würde bestimmt nicht tatlos zusehen, wie ihr Sohn Qual vorstarb, wenn sie etwas dagegen tun konnte. Zudem konnte er nur hoffen, dass er mir den Mut aufbrachte, ihn hier zu besuchen, wenn sie keine Nachricht von ihm bekam. Dann würde seine Mutter sie sicherlich zu ihm lassen. Resigniert drehte der blonde Zauberer das Wasser ab, kehrte zurück in sein Zimmer und legte sich mit hinter dem Kopf verschränkten Händen aufs Bett. Ihm blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten. Teil 37 Sein Vater hatte nicht gescherzt. So viel war Draco klar, als er am Donnerstagmorgen mit einem leichten Magendrücken erwachte. Die Frist, die er Lucius genannt hatte, war längst verstrichen. Unruhig wälzte er sich auf dem Bett hin und her. Als seine Mutter mit dem Frühstück erschien und sich nach seinem Befinden erkundigte, sagte er, Es hat begonnen. Im Moment ist es noch gut zu ertragen, aber es wird schlimmer werden. Mom, ich muss heute unbedingt Termine sehen, sonst werde ich den morgigen Tag nicht erleben. Narcissa sah skeptisch aus. Draco, du kennst die Anordnung deines Vaters. Er wird schon rechtzeitig zurück sein. Und was, wenn nicht? Blieb Draco hartnäckig. Seine Mutter hob unschlüssig die Schultern. Das werden wir sehen. Dann ließ sie ihn mit seinem Frühstück allein. Auch Hermine wurde langsam nervös. Bisher hatte Draco ihr keine Nachricht geschickt. Und heute mussten sie sich wieder berühren. Als sie gegen Mittag immer noch nichts von Draco gehört hatte, entschied sie sich, ihm eine Eule zu senden. Sie band dem Vogel einen Zettel ans Bein und schickte ihn los. Draco war kurz eingeschlafen und wurde durch ein Klopfen an seinem Fenster aufgeweckt. Ein Waldkauz hämmerte gegen die Scheibe und flatterte aufgeregt mit den Flügeln. Mühsamer noch, als am Morgen stand Draco auf. Seine Magenschmerzen hatten sich verschlimmert. Er hielt sich den Bauch und ging auf den Vogel zu. Eine Nachricht war in dessen Bein gebunden. Flieg zu ihr zurück! Ich kann das Fenster nicht öffnen und den Brief annehmen! Rief er dem Kauz zu. Der flog noch fünf Minuten an der Scheibe auf und ab, ehe er die Sinnlosigkeit des Zustellversuchs einsah und abschwirrte. Hermine erschrak, als der Vogel wenig später unverrichteter Dinge wieder bei ihr eintraf. Das konnte nur bedeuten, dass Draco die Nachricht nicht empfangen konnte. Ob ihm etwas zugestoßen war? Zwei Stunden später hatte sie sich dazu durchgerungen, nach Melfall-Männer zu operieren. Vor dem schmiedeeisernen Tor zögerte Hermine kurz, ehe sie die Hände um die Gitter legte. Eine Klingel sah sie nirgendwo. Aus dem Tor formte sich ein Gesicht. Wer sind sie und was ist ihr Begehr? Hermine Granger! Presse die Gwyffendor hervor. Ich möchte Draco Malfoy besuchen. Das Gesicht verschmolz mit dem Gitterstäben, nur um einen Augenblick später wieder aufzutauchen. Zutritt verweigert. Aber ich muss zu ihm! Sofort! Zutritt verweigert. Wiederholte das Gesicht und löste sich endgültig auf. Wütend rüttelte die Gwyffendor an den Gitterstäben, die sofort glühend heiß wurden. Schnell zog Hermine die Hände weg und betrachtete die roten Strieben an den Innenflächen, die bereits anfingen, Blasen zu bilden. Dank eines kleinen Zaubers waren die Verbrennungen schnell beseitigt. Enttäuscht und entmutigt wandte sich Hermine ab. Was konnte da nun passiert sein? Draco musste doch dieselben Schmerzen erleiden wie sie. Warum meldete er sich nicht? Weil er es nicht kann, flüsterte ihre innere Stimme. Niedergeschlagen apparierte das Mädchen nach Hause. Nach dem Abendessen konnte Hermine ihre Schmerzen nicht länger vor ihrer Mutter verbergen. Sie rang sich ein Lächeln ab, als Mrs. Granger mit einer Wärmflasche ihr Zimmer betrat. Hier, Schatz, das hat dir früher auch mal geholfen. Danke, Mom, sagte Hermine und legte sich gehorsam die Wärmflasche auf den Bauch. Das tröstende Gefühl verminderte für einen Augenblick tatsächlich die Angst der Gwyffendor. Ihre Gesichtszüge entspannten sich etwas und Mrs. Granger sah gleich beruhigter aus. Morgen geht es ihr sicherlich wieder gut und wenn nicht, rufe ich Dr. Snyder an. Hermine nickte wieder besseres Wissen. Sie war froh, als ihre Mutter enthielt die Tür hinter sich schloss. Mitten in der Nacht wurde sie von ihrem eigenen Stöhnen geweckt. Sie drückte ihren Mund gegen das Kissen. Ihr Magen krampfte sich heftig zusammen. Hermine presste eine Hand auf ihren Unterleib und richtete sich auf. Mit zittrigen Fingern öffnete sie die Schublade ihres Nachttisches. Im Dunklen tastete sie nach der Galeone und ihrem Zauberstab. Lumos, flüsterte sie, als sie den Stab umfasste. Sie richtete ihn auf die Münze. Wenig später erschien nur ein Wort. Draco! Kraftlos fiel der Zauberstab aus Hermines Hand und rollte unter das Bett. Das Geldstück wurde heiß und brannte ein kleines Loch in die Bettdecke. Doch die Gwyffendor nahm all dies nicht mehr wahr. Sie krümmte sich und biss die Zähne zusammen. Draco war noch immer angekleidet. Sollte er sterben, weil sein Vater hart blieb, dann wollte er es keinesfalls in seinem Schlafanzug tun. Nachdem er die Eule weggeschickt hatte, hatte er seine Mutter von Hermines Versuch, ihn zu benachrichten unterrichtet. Doch Narcissa wollte davon nichts hören. Lediglich ihre Augen drückten Besorgnis aus. Doch ihr Angebot nach einem schmerzlindernden Trank oder Zauber legte Draco ab. Das verschlimmert es nur. Nach dem Abendessen fragte Narcissa sogar, ob sie ihm eine heiße Schokolade machen sollte, wie früher. Die hat dir doch immer so gut geholfen. Ich brauche keinen Kakao, ich brauche Hermine, brüllte Draco. Mit verkniffenen Lippen schüttete seine Mutter den Kopf. Das ist unmöglich, flüsterte sie und war regelrecht aus dem Zimmer geflüchtet. Draco legte sich aufs Bett und zog die Beine an. So waren die Schmerzen etwas erträglicher, bildete er sich ein. Aus der Hosentasche holte er die Galeone hervor. Wenn er doch nur seinen Zauberstab hätte. Mit der Münze in der Hand, die ihm ein klein wenig Trost zu spenden schien, fiel er in einen unruhigen Schlaf. Im Traum lief Draco über ein brennendes Weizenfeld. Die Flammen züngelten an seiner Kleidung. Die Ehren schlangen sich um seine Finger, wurden glühend heiß. Draco schrie auf und versuchte, seine Hand zu befreien. Davon erwachte er. Sogleich wurde die Tür aufgerissen. Draco, was ist los? Narcissa sorgte für Licht und trat an sein Bett. Sie sah die Schweißpern auf Dracos Stirn und Oberlippe. In seiner linken Handfläche war ein Hundeabdruck zu sehen. Die Münze, krächzte Draco und zeigte sie seiner Mutter. Proteus-Zauber, damit ruft Hermine mich. Was für Beweise brauchst du denn noch, damit du mir endlich glaubst? Lass mich zu ihr gehen, bitte. Die Schmerzen sind kaum noch zu ertragen. Morgen Abend werde ich tot sein, wenn ich Hermine nicht berühren darf. Er sah, wie die Augen seiner Mutter feucht wurden und konnte den inneren Kampf auf ihrem Gesicht ablesen. Gebunden an das Versprechen, das sie ihrem Mann gegeben hatte und die Verzweiflung, die Not ihres Sohnes mit ansehen zu müssen. Doch Draco sah auch den Moment, in dem das Vertrauen, dass sie in Lucius und seine Urteilsfähigkeit hatte, gewann. Resigniert schloss er die Augen. Vielleicht sollte er betteln, vor Schmerzen schreien, um ihr Herz zu erweichen. Doch sein Stolz verbot es ihm. Noch. Etwas konnte er allerdings versuchen. Er öffnete die Augen und nannte seine Mutter Hermines Adresse. Apparier nach London zu den Grangers. Du wirst sehen, auch Hermine liegt im Sterben. Das Gesicht seiner Mutter war eine Maske, als sie sacht den Kopf schüttelte. Wenig später startete Draco die geschlossene Tür an und kämpfte mit den Tränen. Unten im Salon ging Larissa auf und ab. Entgegen ihrer Gewohnheit goss sie sich ein Glas Feuerwhisky ein und trank es mit drei Schlücken leer. Sie spürte den Brennen in ihrer Kehle nach und fühlte sich hin- und hergerissen. In was für eine Situation hatte ihr Mann sie nur gebracht. Lucius ließ sich mehr Zeit als angenommen und Dwaykule tatsächlich unter großen Schmerzen. Narcissa knetete ihre Hände. Was sollte sie bloß tun? War es richtig gewesen, Hermine Granger heute Nachmittag den Zutritt zu verwehren? Immerhin bedeutete das, dass das Mädchen Draco tatsächlich dringend sehen musste, wenn sie den Mut aufbrachte, hier zu erscheinen. Doch noch nie hatte Narcissa sich Lucius widersetzt. Aber konnte er aus der Ferne wirklich einschätzen, was hier geschah? Vielleicht hatte er schon etwas herausgefunden. Energisch öffnete Narcissa die Tür zum Arbeitszimmer ihres Mannes. Sie setzte sich an seinen Schreibtisch und verfasste eine Nachricht an Lucius, schilderte Dwaykos Zustand und bat ihn inständig, sie entweder von ihrem Versprechen, Dwayko in seinem Zimmer eingesperrt zu lassen, zu entbinden oder sofort nach Malfoy Männer zurückzukehren. Ein wenig beruhigt sah sie ihrer Schleierolle nach, wie sie mit dem Brief in die Dunkelheit verschwand. Lucius Malfoy zerknüllte die Nachricht seiner Frau wütend zwischen den Fingern. Er saß im Wohnzimmer der Stadtwohnung in einem ledernen Sessel und starrte auf den roten Perser-Teppich. Sein Zorn beruhte jedoch weniger auf der Tatsache, dass seine Frau ihm geschrieben hatte, sondern darauf, dass sein Sohn wohl wirklich magisch an ein Schlammblut gefesselt war. Über den Trank und seine Wirkungsweise hatte er dank seiner Kontakte schnell einige Informationen zusammentragen können. So wusste er, dass dieser die beiden Partner aneinander bis ans Lebensende bindet. Zudem war ihm jetzt auch bekannt, dass es kein Gegenmittel gab und andere Zaubertränke die Schmerzen nur verstärkten. Einzig eine Tatsache hatte er trotz intensiver Recherche nicht herausfinden können. Lucius hatte die Idee gehabt, Draco und Astoria den Trank erneut braun zu lassen. Nach der Einnahme sollten die beiden aneinander gebunden sein. Jedoch konnte niemand der befragten Tränkemeister ihm sagen, ob das funktionieren würde. Es könnte sein, dass Draco dann an zwei Frauen gefesselt wäre oder dass der Trank nicht bei ihm, sondern nur bei Astoria wirken würde. Das hingegen bedeutete jedoch den Tod der kleinen Greengrass. Ohne genaue Kenntnis der Folgen brauchte Lucius Astorias Vater erst gar nicht den Vorschlag unterbreiten, den Trank seiner Tochter zu geben. Missmutig tippte er seine Fingerspitzen aneinander. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr. Draco litt bereits jetzt unter starken Schmerzen, wie Narcissa ihm versichert hatte. Lucius einzige Genutung war, dass es dem Muggelmädchen nicht besser ergehen konnte. Wenn sein Plan doch nur aufgehen würde und der Draco an Astoria binden könnte. Dass Hermine Granger dann qualvoll sterben würde, war Lucius gleichgültig. Mit Daumen und Zeigefinger rieb er sich über die Nasenwurzel. Zu schade, dass Servus Snape nicht mehr lebte. Er hätte ihm die Frage mit Sicherheit beantworten können. Plötzlich ließ Lucius seine Hand sinken. Es gab tatsächlich eine Möglichkeit, seinen ehemaligen Hauskollegen zu befragen. Draco hat ihm erzählt, dass Harry Potter dafür gesorgt hatte, dass Savoes Porträt im Schulleiterbüro in Hogwarts aufgehängt worden war. Lucius nahm sich vor, gleich morgen früh nach Hogwarts zu apparieren. Die Zeit bis dahin würde Draco sicherlich überstehen. Wenn er auch mittlerweile überzeugt war, dass die Schmerzen seines Sohnes echt waren. Aber Draco sollte ruhig ein wenig leiden für das, was er seine Familie angetan hatte. Lucius hatte nicht die Absicht, auf Narzissas Brief zu antworten. Erst morgen, wenn er Ergebnisse hatte, würde er eh schreiben. In den frühen Morgenstunden war für Narzissa an Schlaf nicht mehr zu denken. In kurzen Intervallen schrie Draco vor Schmerzen. Sein Wimmern und Stöhnen, das sie bis in das Schlafzimmer hörte, zerrte an ihren Nerven. Von Lucius hatte sie nichts gehört. Narzissa war unglaublich wütend auf ihn. Fast hatte es den Anschein, er glaubte ihrer Schilderung von Dracos Leiden nicht. Zornig warf sie sich den Morgenmantel über und eilte zum Zimmer ihres Sohnes. Im Schein des Mondlichts lag Draco zusammengekrümelt vor dem Bett. Das blonde Haar war verschwitzt und klebte an Stirn und Nacken. Seine Augen hatte er geschlossen. dunkle Ränder hatten sich darunter gebildet, während seine Lippen fast weiß wirkten. Instinktiv griff sich Narzissa ans Herz, als könnte sie so dessen beschleunigten Schlag tämpfen. Dracos linke Hand krallte sich in dem Teppich fest, seine rechte presste er auf den Unterleif. Eine erneute Schmerzenswelle erfasste ihn. Kurz schrie er auf, wälzte sich auf den Rücken und biss so fest auf seine Unterlippe, dass ein dunkler Tropfen hervorquoll. Narzissa stürzte zu ihm, nahm seinen Kopf in den Schoß und strich ihm die verklebten Haarsträhnen aus der Stirn. Draco hob flatternd die Lieder. Sein Blick war trüb, die Hände heiß, als sie nach ihm griffen. Ich verbrenne, Marm. Seine Stimme war nur noch ein Hauch und Narzissa hatte Mühe, die Worte zu verstehen. Merlin, Draco, nein, rief sie. Ein Hustenkrampf schüttete ihren Sohn und Narzissa fühlte etwas Feuchtes auf ihrer Handfläche. Im Licht des Mondes erkannte sie, dass es Blut war. Teil 38 18. Kapitel Entscheidungen Narzissa starrte auf das Blut in ihrer Handfläche und traf eine Entscheidung. Sie hatte den dunklen Nord aus Sorge um Draco betrogen. Nun würde sie sich ihrem Mann entgegenstellen. Mithilfe ihres Zauberstabes säuberte sie ihren Sohn und ließ ihn auf das Bett schweben. Draco, Schatz, halte noch ein wenig durch. Ich werde nicht zulassen, dass du stirbst. Ihr Sohn stöhnte schwach. Noch einmal strich Narzissa ihm liebevoll über das Haar, dann verließ sie den Raum. Sie eilte in ihr Zimmer, zog sich an und hastete die Treppe hinunter bis vor das Tor. Ein Augenblick später zeugte nichts mehr davon, dass Narzissa Malfoy hier eben noch gestanden hatte. Das Haus der Grangers war heller leuchtet. Die Haustür stand offen und Termines Mutter wartete im Hausanzug an der Gartenpforte. Sie hatte die Arme um den Körper geschlungen und blickte sichtlich nervös die Straße entlang. Offenbar schien sie auf jemanden zu warten. Wahrscheinlich auf einen dieser Muggelheiler, vermutete Narzissa, die auf der anderen Seite unbemerkt erschienen war. Sie fühlte sich auf merkwürdige Weise mit der Frau verbunden. Dort stand eine Mutter, die sich ebenso um ein Kind sorgte wie sie selbst. Narzissa atmete tief durch und überwand die wenigen Meter zu Mrs. Granger. Hermines Mutter staunte nicht schlecht, als Narzissa Malfoy plötzlich vor ihr stand und sich vorstellte. Farik schüttete Mrs. Granger ihre Hand. Entschuldigen Sie, ich warte auf den Notarzt. Meiner Tochter Hermine geht es sehr schlecht. Ich tippe auf eine Blinddarmentzündung. Narzissa schüttete den Kopf. Das ist nicht der Blinddar. In Hogwarts machte eine Zauberkrankheit die Runde. Draco hat es auch erwischt. Der Heiler, auf den sie warten, wird ihrer Tochter nicht helfen können. Nun wich auch noch der letzte Restfarbe aus Mrs. Grangers Gesicht. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass Hermine... Sie brach ab. Nein, Mrs. Granger, ich kenne mich ein wenig in der Heilkunst aus und weiß um das Gegenmittel. Dazu muss ich ihre Tochter jedoch mitnehmen. Und dann wird Hermine wieder gesund? Davon bin ich überzeugt, sagte Narzissa sicherer, als sie sich fühlte. Kommen Sie mit, flinkte Mrs. Granger und wenig später betrat Narzissa Malfoy zum ersten Mal in ihrem Leben einen Muggelhaushalt. Sie folgte Hermines Mutter die Treppen hinauf bis in das Zimmer ihrer Tochter. Mr. Granger saß auf dem Bett und wischte gerade mit einem feuchten Tuch über Hermines Stirn. Er stand auf und sah Narzissa Malfoy fragend an. Sind Sie die Notärztin? Wo ist denn Ihr Koffer? Während Mrs. Granger ihren Mann über die Besucherin aufklärte, setzte sich Narzissa an Hermines Seite und griff nach ihrer Hand. Das Mädchen hatte die Augen geschlossen, rollte sich auf die Seite und krampfte sich zusammen. Unvorbereitet stiegen die Narzissa Bilder hoch, wie die Gryffindor sich unter der Folter von Bellatrix Lestrange gewunden hatte. Plötzlich schämte sie sich und eine Wurge des Mitleids durchflutete sie. Er näher geschüttete Narzissa die Erinnerung ab und berührte das Mädchen an der Schulter. Hermine, ich bin es, Dracos Mutter. Ich werde euch helfen. Die Gryffindor schlug die rot gerenderten Augen auf. Der trübe Blick erfasste die blonde Frau an ihrer Seite und doch brauchte sie einige Sekunden, bis ihr bewusst wurde, wie er dort saß. Sie versuchte, sich aufzurichten, sank aber kraftlos zurück in die Kissen. Ich nehme dich jetzt mit nach Malfoy Manor. Dort habe ich einen Heidrang gegen die Krankheit gebraut, weil Dwecke unter denselben Symptomen leidet. Sobald du wieder gesund bist, kannst du deine Eltern eine Eule schicken. Er näher geschlug Narzissa die durchgeschwitzte Bettdecke zurück. Hermine öffnete den Mund, doch nur ein Krächzen kam heraus. Was redete die Frau da? Es gab kein Gegenmittel. Draco formten ihre Lippen endlich ein verständiges Wort. Seine Mutter runzelte die Stirn. Ich weiß, ich werde dich zu ihm bringen, doch die Zeit drängt. Können wir aus diesem Zimmer apparieren? Mühsam brachte Hermine ein Nicken zustande. Mit Narzissas Hilfe richtete sie sich auf und kam schwankend zum Stehen. Das feuchte Nachthemd klebte an ihrem Körper und Mrs. Granger holte eine Trainingsjacke aus dem Schrank. Ein durchdringendes Geheul ertönte und Narzisser zuckte zusammen. Das sind Martins Hörner, der Notarzt kommt, erklärte Mrs. Granger und griff nach einem kleinen Koffer, der neben der Tür stand. Ich habe schon ein paar Sachen für das Krankenhaus gepackt. Beeilen Sie sich besser und rufen Sie uns an. Ich meine, schicken Sie eine Nachricht, sobald es Hermine besser geht. Mrs. und Mr. Granger drückten ihren Tochter noch ein letztes Mal an sich. Hermine legte die Arme um Narzissas Hals und lehnte sich entkräftig gegen sie. Dracos Mutter umschlang die Talie der Gryffindor und hielt gleichzeitig den Koffer fest. Ein Augenblick später begannen sich die beiden Hexen zu drehen, ehe sie mit einem leisen Plopp verschwanden. Hermine konnte kaum aufrecht stehen. Sie stützte sich auf Dracos Mutter, die langsam mit ihr durch das Tor schritt und anschließend die Treppe zum Männer hinauf. Zum zweiten Mal in ihrem Leben betrat Hermine die Eingangshalle. Sie hatte den Eindruck, als würden die Porträts der Ahnen missbilligend auf sie hinabschauen. Ein älterer Zauberer mit einem spärlichen Ziegenbart schüttelte sogar den Kopf. Der Blick der Gryffindor wanderte zu der Tür, hinter der sie den Salon wusste, doch Narcissa zog sie weiter. Dracos Zimmer ist oben, streng dich ein letztes Mal an, Mädchen, dann hast du es geschafft. Einen Arm und Mrs. Malfoy geschlungen und mit der anderen Hand, das Geländer umgreifend, schleppte sie sich die breit geschwungene Treppe hoch. Ohne anzuklopfen, öffnete Narcissa die erste Tür auf der linken Seite. Alles erschien Hermine unwirklich. Es war wie wie in einem Traum. Sie folgte mechanisch der blonden Frau und verspürte in sich nichts als Leere. War das etwa das Ende? Warum gaukelte ihr Unterbewusstsein ihr Rettung vor, wo sie doch genau wusste, dass sie derzeit in ihrem Zimmer lag und starb? Dann sah sie Draco mit geschlossenen Niedern auf dem Bett liegen. Eine feine Blutspur lief auf seinem Mundwinkel. Durch Hermine ging ein Ruck. Ihr Herd schien sich bei diesem Anblick zu weiten und sie konnte sich etwas aufrichten. Du Heiko, krächzte sie, doch der Klang seines Narbens verhallte ungehört. Narcissa führte Hermine zum Bett, die sich augenblicklich auf dessen Kante sinken ließ. Den kleinen Koffer stellte Dracos Mutter neben den Kleiderschrank. Schatz, Hermine ist da, sagte Narcissa zärtlich und strich ihrem Sohn über die verschwitzte Stirn. Draco hob flatternd die Lieder. Als er die Giffen noch fokussierte, verzog er ein Lächeln die spröden Lippen und unter Anstrengung drehte er seine Handflächen nach oben. Sogleich legte Hermine ihre Finger darauf. Erleichtert beobachtete Narcissa, wie Dracos Augen klarer wurden. Du bist da. Nur stockend verließen die Worte seinen Mund. Narcissas Augen wurden feucht, als sie sah, wie Hermine schluchzte und nun mit bebenden Händen Dracos Gesicht berührte. Deine Mutter hat mich geholt. Draco drehte den Kopf und sah Narcissa an. Danke, Mom. Schweigend beobachtete sie, wie Hermine sich über Draco beugte und ihn küsste. Seine Hand griff in die Haar und zog die Griffe nur in eine Umarmung. Sein Kuss wurde tiefer und Narcissa sah mit Erstaunen, wie ihr Sohn und das Mädchen von Sekunde zu Sekunde an Kraft gewann. Dracos Finger wanderten unter den Saum von Hermines Nachthemd und schoben es hoch, sodass Narcissa den hellen Slip sehen konnte. Die beiden hatten sie vollkommen ausgeblendet. räusperte sie sich. Draco hielt inne und blickte seine Mutter fragend an. Kann ich noch etwas für euch tun? Nein, Mom, du hast bereits alles getan, antwortete Draco und seine Stimme klang wieder fester. Wir sehen uns später, es sei denn, er grinste in Gedanken an Goll und Millicent. Du willst zusehen. Hermine wurde rot und versetzte Draco einen spielerischen Klaps auf die Brust. Erst jetzt wurde Narcissa in vollem Umfang klar, was es bedeutete, wenn Draco sagte, er müsse Hermine Granger berühren. Nein, natürlich nicht, stotterte sie. Sagt Bescheid, wenn ihr, wenn es euch wieder gut geht. Ich lasse euch dann Frühstück bringen. Dann drehte sie sich um und flüchtete aus dem Zimmer. Teil 39 Etliche Zeit später rief Draco nach seiner Mutter. Mom, wir haben Hunger, begrüßte er sie. Er lag vollständig angezogen, auf dem ortlich hergerichteten Bett, während Hermine Granger, bekleidet mit einer dieser blauen Cowboy-Muggelhosen und einer karierten Bluse in einem der beiden Sessel im Zimmer saß. Bei Narcissas Eintreten legte sie die Gänsefeder zur Seite, mit der sie gerade ein kleines Stück Päckament beschrieben hatte, das auf dem Tisch vor ihr lag. Sie erhob sich und trat mit ausgestreckter Hand auf die Hausherrin zu. Guten Tag, Mrs. Malfoy, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für die Rettung. Draco hat mir die ganze Geschichte erzählt. Narcissas ergriff die dargebotene Rechte und schüttete sie. Die Worte, sie hatte es nicht für Hermine Granger getan, schluckte sie erfolgreich hinunter. Ein Blick in die intelligenten braunen Augen sagte ihr, dass Hermine das ohnehin wusste und dir dennoch aus Höflichkeit dankte. Du schreibst sicherlich an deine Eltern. Kurz nachdem ich dich hergebracht habe, habe ich ihnen eine Eule geschickt mit der Nachricht, dass du dich bereits auf dem Weg der Besserung befindest und dich bei ihnen melden würdest. Narcissa schenkte der erleichtert wirkenden Hermine ein aufrichtiges Lächeln. Draco schwang die Beine über den Bettrand und stand auf. Er trat auf seine Mutter zu und umarmte sie fest. Danke Mom, ohne dich wären wir verloren gewesen, obwohl ich eine Zeit lang aufrichtig befürchtete, du würdest dich Vater nicht widersetzen. Besorgt zog er die Augenbrauen zusammen. Was wirst du ihm sagen? Hast du schon etwas von ihm gehört? Nein, kein Wort. Noch nicht einmal auf meine Nachricht hat er geantwortet. Betrüb schüttete Narcissa den Kopf, bevor ihr Blick stählern würde. Mein Versprechen ihm gegenüber habe ich übrigens gehalten. Du bist immer noch in deinem Zimmer. Seine Mutter darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei in den Augen seines Vaters um Haarspalterei handelte, unterließ Draco lieber. Lucius Donnerwetter würde ohnehin über sie alle hereinbrechen. Hogsmeade wirkte verlassen. Der Frühnebel hatte sich noch nicht verflüchtigt. Die Fetzen wurden durcheinander gewirbelt, als ein schwarz gekleideter Mann mit weitausholenden Schritten die Hauptstraße entlang eilte. Lucius Malfoy war nach einem schnellen Frühstück in das Zaubererdorf appariert. Nun hämmerte er mit der Faust gegen die Tür des Postamtes. Es dauerte eine ganze Weile, ehe schlufende Schritte zu hören waren. Die Tür öffnete sich ein Spalt. Ein alter Zauberer mit Haken Nase und grauen Haarsträhnen, die unter einer weißen Zipfermütze hervorlugten, wurde sichtbar. Wir haben noch geschlossen, krächzte er. Jetzt nicht mehr, knurrte Lucius und stieß die Tür auf. Der Zauberer, der ein knöchellanges Nachthemd trug, stolperte zurück. Schwung vollschritt Lucius den kleinen Korridor entlang und auf den Schalter zu. Der alte Mann verschwand durch eine Nebentür, um wenig später auf der anderen Seite des Schalters aufzutauchen. Er trug noch immer sein Nachthemd, hatte die Zipfelmütze jedoch gegen eine blaue Schienmütze getauscht. Was kann ich wie sie tun? Eine Posteule, aber schnell! Dienst beflissen schob der Zauberer Lucius Federkiel und Pergament über den Tresen und verließ den Schaltraum durch eine Tür in der hinteren Wand. Gerade hatte Lucius die Nachricht an Professor McGonagall geschrieben und darin seine bevorstehende Ankunft mitgeteilt, als der alte Mann mit der Adlereule auf dem Arm wieder erschien. Mit zitternden Fingern, ungeduldig durch Lucius beobachtet, knotete er den zusammengerollten Zettel an das Bein der Eule. Ein wenig zu hastig, denn die Nachricht entglitt seinen Händen und kullerte über den Fußboden. Malfoy auf den Tresen trommelte. Nach zwei weiteren Versuchen gelang es dem alten Mann, den Zettel aufzuheben und ihn am Bein der Eule zu befestigen. Morgens sind meine Hände noch etwas steif, mummelte er entschuldigend. Doch Lucius Malfoy würdigte ihm keinerlei Antwort. Nachdem die Eule durch eine Maueröffnung Richtung Hogwarts geflogen war, warf er dem Postbar zwei Sickel zu und machte sich auf den Weg. Professor McGonagall erwartete ihn bereits. Das Portal öffnete sich wie von Geisterhand und auch der Wasserspeier, der den Aufgang zum Schulleiterbüro bewachte, ließ ihn widerstandslos durch. Die alte Hexe mit der Brille saß hinter ihrem Schreibtisch und deutete mit der Hand auf den Stuhl davor. Setzen Sie sich Lucius, forderte sie ihn nach einer knappen Begrüßung auf. Was führt sie hierher? Dracos Vater wartete eine kleine Weile, ehe er antwortete Ich denke, das wissen sie ganz genau, Minerva. Die Krähenfüße um die Augen der Schulleiterin zogen sich zusammen. Wortlos starrte sie ihren ungebetenen Besucher an. Dass das Niveau dieser Schule kontinuierlich sinkt, war mir bekannt, ätzte Lucius. Doch was mit Draco Geschehen ist es wirklich das Letzte. Es gab Sicherheitsvorkehrungen, entgegnete die Professorin. Lucius schnaubte. Die haben offensichtlich versagt. Es wäre nichts passiert, wenn ihr Sohn die Regel nicht gebrochen hätte. Lucius stutzte sichtlich. Ach, davon hat ihr Sprüssling also nichts erzählt. Kurz huschte ein wissendes Lächeln über das Gesicht der Lehrerin. Wie dem auch sei, alle Vorkehrungen haben bedauerlicherweise versagt. Wie geht es, Draco? Ich hoffe sehr, sie haben ihn nicht bestraft. Innerlich zählte Lucius bis zehn. Am liebsten würde er die Hexe vor ihm verfluchen, doch er beherrschte sich. Es geht meinem Sohn nicht besonders gut. Seit vier Tagen ist er in seinem Zimmer eingesperrt und Seit vier Tagen? rief Professor McGonagall. Lassen Sie winkte Lucius ab. Minerva hat recht, mischte sich das Porträt von Alpes Dumbledore ein. Der ehemalige Schulleiter beugte sich in seinem Lehnstuhl vor und sah Lucius Malfoy mit seinen hellen Augen durchdringend an. Sie bringen Draco in Lebensgefahr. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden und wollte darüber mit several Snapes sprechen. Lucius sah zu seinem Hauskollegen hinüber. Dessen Porträt hatte die Arme verschränkt und blickte ihn unergründlich an, bevor er langsam den Kopf neigte. Severus, du verstehst sicher, dass ich es nicht dulden kann, dass Draco an einen Schlamm... Professor Snapes scharfes Reuspern ließ Lucius kurz stocken. Schnell verbesserte er sich. Ich meine, an ein Muggelmädchen gebunden ist. Ich habe andere Pläne. Draco soll Astoria Greengrass heiraten. Nun, Lucius, sagte Snape mit trügerischer sanfter Stimme. Daraus wird wohl nichts werden. Ich könnte Astoria dazu bringen, den Trank gemeinsam mit Draco zu brauen und einzunehmen, stieß Lucius hervor. Professor McGonagall zog zwischen die Luft ein. Und was wird dann aus Miss Granger? Dracos Vater zuckte mit den Achseln und schwieg. Doch noch ehe die Schulleiterin ihrer Empörung schüttelte Severus Snape den Kopf. Damit verurteilst du nicht Miss Granger, sondern Miss Greengrass zum sicheren Tod. Die Wirkung des Trankes kann durch nichts aufgehoben oder gemildert werden. Gegenmaßnahmen verstärken sie sogar oft noch. Wenn Miss Greengrass sehr hart an Draco gebunden wird, braucht sie seine Berührungen um zu überleben und genau die kann Draco ihr nicht geben. Niemals kann er in seinem Leben mit einer anderen Frau zusammen sein als mit Miss Granger. So bitter das auch für dich sein mag, diese Wahrheit musst du akzeptieren. Lucius starrte auf seine Fingerspitzen. Könnte es funktionieren, wenn Miss Granger plötzlich stirbt und Draco dann schnell den Trank mit Asturier einnimmt? Professor McGonagall ließ ein entsetztes Keuchen hören, doch der Tränkemeister schüttelte erneut den Kopf. Nein, Lucius. Wenn Miss Granger stirbt, stirbt Draco wenig später auch. Es gibt nichts, was das verhindern könnte. Lucius graue Augen bohrten sich in Snape's Schwarze. Er konnte keine Regung im Gesicht des Tränkemeisters feststellen. War das wirklich die Wahrheit? Selbst im dunklen Nord hatte Snape erfolgreich Hintergang. Nachdenklich vorsicht Lucius über die Stirn. Wenn du Draco sterben lässt, war Narcissas Kampf um sein Leben vergeblich und dafür will sie dich hassen, sagte Snape Kühl. Für dich mag die Verbindung eine Schande sein, aber sie ist auch eine Chance, der Zaubererwelt zu beweisen, dass die Familie Mel vor sich geändert hat. Solange niemand etwas von dem Trank weiß, wirkt es auf Fremde, als würden sich die beiden aufrichtig lieben, da sie sich nicht höhere Strafe als der Tod. Ich rate dir, lege ihn nicht noch mehr Steine in den Weg, sondern lass Dweco frei. Snapes Worte brachten Lucius zum Nachdenken. Fast zehn Minuten lang war in dem Büro nichts zu hören, als leise Atemgeräusche und hin und wieder ein Rascheln von Kleidung, während Lucius einen inneren Kampf mit sich ausdruck. Ein Teil von ihm rebellierte gegen zugegebenermaßen ein sehr talentiertes. Als Schwiegertochter brachte Lucius Welp zum Einstürzen. Die Reinerbigkeit seiner Blutslinie, deren Ahnen sich bis auf den großen Salazar Slytherin zurückverfolgen ließen, endete abrupt. Wahrscheinlich würden die beiden sogar keine Kinder bekommen. Unverstellbar. Lucius raufte sich die Haare. Leider hatte Snape recht, seine eigene Ehe würde zerbrechen, sollte Dweco etwas zustoßen. Das würde verzeihen. Lucius musste zugeben, dass er die Gefährlichkeit der Situation unterschätzt hatte. Schließlich wusste er von Dracos Hangen zu Übertreibungen, insbesondere um sich selbst in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Doch dieses Mal war alles genauso, wie sein Sohn es geschildert hatte. Er konnte Draco nicht sterben lassen, auch wenn er es nicht zeigte, so liebte Lucius seinen Sohn abgöttisch. Dies gemäßen Verbindung würde er zu seinem Vorteil nutzen. Auch in diesem Punkt lag Snape richtig. Selbst daraus ließ er sich in der Zaubererwelt etwas machen. Nur dürfte Draco niemanden von dem Trank erzählen. Nachdem er so mit sich gerungen hatte, nickte Lucius schließlich. In Ordnung, ich bin einverstanden. Er vernahm das erleichterte Aufatmen der Schulleiterin und auch Dumbledore wirkte entspannter. Lucius knifft die Lippen zusammen. Minerva, borgen sie mir eine Eule, ich muss Narcissa einen Brief schreiben. Hastig krakelte er die Nachricht auf das Pergament, dass Professor McGonagall ihm über den Schreibtisch schob, dass Dweiko sofort aus dem Zimmer zu lassen und alle Bandflüche aufzuheben sind. Er wusste, dass Narcissa sich an ihr versprechend gehalten hatte und Dweiko noch in seinem Zimmer war. Jetzt, wo Lucius sich dazu entschieden hatte, lieber einen lebenden Sohn an der Seite eines Muggelmädchens zu haben als einen Toten, hatte er es plötzlich eilig. Er umklammerte fest seinen Gehstock, um vor den anderen das Zittern seiner Hände zu verbergen. Nun hatte er Angst, dass es bereits zu spät war und er zu lange gewartet hatte. Mit dem Gedanken, dass Narcissa niemals zahnlos zusehen würde, wie ihr Sohn starb, versuchte er sich zu beruhigen. Längst hätte sie ihm eine weitere Nachricht geschickt, wenn es mit Draco zu Ende gehen würde. Oder war der gestrige Brief, den er so abgetan hatte, eben jener Hilferuf gewesen? Lucius wurde jetzt abwechselnd heiß und kalt. Unruhig kuschten seine Blicke durch den Raum und verfolgten wie Professor Apparieren konnte er von Hogsmeade aus und bis dahin brauchte er eine kleine Weile. Die Schulleiterin sah sich durch zufrieden aus. Dumbledores Porträt lächelte gönnerhaft vor sich hin und sogar Savo Snape ließ sich zu einem knappen Nicken hinreißen. Lucius knirschte mit den Zähnen. Endlich hatte er sich zu einer Entscheidung durchringen können, wenn noch ein Vater Nachgeschmack blieb. Doch alles, was zählte, war Dracos Leben. Hastig verabschiedete er sich, nachdem er einen Dank an Savo Snape hervorgequetscht hatte und verließ das Schloss. Im Malfoy Manner glaubte Narcissa unterdessen ihren Augen nicht zu trauen, als die Post Eule aus Hogwarts eintraf. Lass Draco sofort frei und hebe alle Bannflüche auf. Lucius hatte ihr Mann offenbar eilig hingekritzelt. Dennoch war es unverkennbar Lucius Handschrift. Narcissa ließ den Brief sinken. Bure Freude rauschte durch ihre Adern. Lucius hatte endlich eingelenkt, das war alles, was zählte. Nachdem sich die erste Erleichterung verflüchtigt hatte, gewann der Zorn die Oberhand. Sie würde ihrem Mann ordentlich die Meinung sagen und ihm den Schreck seines Lebens verpassen. Entschlossen stieg Narcissa mit zusammengepressten Lippen die Treppe hinauf. Sie hatte einen Plan. Nachdem sie Dracos Zimmer betreten hatte, in dem die beiden immer noch im weiten Abstand voreinander saßen, hob sie den Zauberstab und löste die Banne nacheinander auf. Mom, was soll das bedeuten? Narcissa sah ihren Sohn ausdruckslos an. Dein Vater hat mir die Nachricht geschickt, ich dass Vater meine Verbindung zu Hermine akzeptiert. Ohne eine Miene zu verziehen, nickte seine Mutter. Das bedeutet es wohl. Begeistert schlug sich Dweiko mit der Faust in die ausgeschreckte Fläche der anderen Hand. Hermine, wir sind gerettet. Geschmeidig stand die Gryffindor auf und trat auf ihn zu. Obwohl auch sie bei der Nachricht hörbar aufgeharmert hatte, zischte sie nun. Für was Dweiko? Für ein beschauliches Leben zu zweit? Hättest ja nicht mit meiner Mutter her kaum brauchen, giftete er zurück. Hermine setzte bereits zu einer heftigen Erwiderung an, als Narzisser sie unterbrach. Nicht streiten, Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe, werdet ihr dafür doch mit Schmerzen bestraft, davon hattet ihr wahrlich genug. Die Gryffindor stieß die Luft aus und da jemand offenbar zur Einsicht gekommen ist, möchte ich jetzt zurück nach Hause. Trotz seines Einlenkens ist er sicherlich nicht scharf darauf, mich hier zu sehen. Dweiko soll mich in zwei Tagen wieder besuchen. Sie griff nach dem kleinen Koffer, doch Narzisser schüttete den Kopf. Nein, Hermine, ich möchte, dass du noch bleibst, bis mein Mann eingetroffen ist. Außerdem bitte ich euch, hier oben zu warten. Dweiko runzelte die Stirn. Du hast doch etwas vor. Narzisser lächelte grimmig. Ich werde dein Vater ein wenig foppen, das hat er verdient, und nun hör zu. Während Narzisser die beiden in ihrem Plan einweihte, wurden Hermines Augen immer größer, während sich ihre Nackenhaare aufstellten. Ihr wurde bewusst, dass auch Narzisser Malfoy eine echte Slytherin war. Doch am zugetraut, sich an ihrem Mann derart drastisch für die ausgestandene Angst um ihren Sohn zu rächen. Narzissas Malfoy lächelte Draco und Termine aufmunternd zu. Die beiden starrten sie wortlos an und ihre Skepsis lag greifbar in der Luft. Draco fasste sich als erster. Mom, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Seine Mutter kreuzte die Arme. Gefallen wird ihm das ganz sicher nicht, aber er muss eine Lektion erteilt bekommen. Wenn wir es ihm zu leicht machen, wird er weder Hermine noch ihre Eltern jemals akzeptieren. Das gelingt aber nur, wenn wir ihn zwingen, sich mit dem Thema Muggel auseinander zu setzen und dazu muss er sie endlich kennenlernen. Was meinst du, Hermine, würden deine Eltern das machen? Wie Narcissa war zufrieden. Gut, dann lasst uns anfangen. Sie zückte ihren Zauberstab und richtete ihn auf ihren Sohn. Einen Augenblick später wirkte Draco auf Hermine, als wäre er einem schlecht gemachten Horrorfilm entstiegen. Unter der blassen Haut, die grünig schimmerte, traten kleine blaue Adern hervor, die teilweise spinnennetzartig über das Gesicht liefen. Dracos Augen waren dunkelrot umrandet und ein Blutsfaden lief aus seinem rechten Mundwinkel. Sehr schön, meinte Narcissa. Nun leg dich auf das Bett und stell dich tot. Hermine, du nimmst deinen Koffer und gehst bitte in das angrenzende Badezimmer. Warte dort, bis ich dich rufe. Jetzt muss ich nach unten und die Ahnen instruieren, damit sie sich nicht verplappern. Lucius kann jeden Moment hier eintreffen. Mit einem letzten Blick auf die beiden eilte sie die Treppe nach unten in die Eingangshalle. Vor den Porträts blieb sie stehen. Wie geht es Draco? fragte eine Dame mit grauen Haaren und einer auffallend spitzen Nase, unter deren Bild der Name Philomena Malfoy stand. Er ist wieder vollkommen genesen, sagte Narcissa und vernahm die allseitige Erleichterung auf den Gesichtern. Dank des Muggelmädchens setzte sie hinzu. Eine Schande ist das, sagte der ziegenbärtige Zauberer, der schon bei Hermines Erschein den Kopf geschüttelt hatte. Alistair Black, Narcissas Stimme klang schneidend. Wenn du auch nur ein Wort zu Lucius sagst, schwöre ich dir bei Salazas Zauberstab, ich hänge dein Porträt ab und lasse es auf dem Dachboden Vermodern. Für euch andere gilt das natürlich auch. Ohne dieses Mädchen würde Draco jetzt nicht mehr leben. Ich erwarte mehr Ehrerbietung in Gegenwart meiner zukünftigen Schwiegertochter. Alistair Black schluckte und nickte zögernd. Auch die anderen Ahnen versprachen, Narcissas Anordnung zu befolgen. Ich werde Lucius zunächst in dem Glauben lassen, Draco wäre gestorben. Also verplappert euch drehte sie sich um und schritt auf den Salon zu. Bevor sie die Tür erreichte, hörte sie Alistair murmeln. Also zu meiner Zeit hätte eine Frau das nicht gewagt. Gut, dass diese schon längst vorbei ist, konterte seine Gemahlin Rosemarie, deren Bild neben dem Sein hing. Im Salon versah Narcissas Dracos Porträt mit einem Trauerflor. Kein Augenblick zu früh, denn in diesem Moment wurde die Haustür aufgestoßen. Die Ahnen brachen sofort in lautes Wehklagen und Schluchzen aus. Die energischen Schritte hielten abrupt inne. Was ist passiert? Polterte Lucius, erntete jedoch nur weiteres Geheule und Gejammer. Du hättest früher kommen sollen, vernahm Narcissar die tonlose Stimme Alistair Blacks. Deine Frau wartet im Salon auf dich. Gegen ihren Willen musste Narcissar flüchtig grinsen. Die Drohung mit dem Dachboden hatte eine ungeahnte Wirkung gezeigt. Schnell richtete sie den Zauberstab auf sich und sprach einen Tränenfluch. Danach steckte sie den Stab ein und drehte der offenen Tür den Rücken zu. Sissi? Lucius Malfoys Stimme schwankte. Seine Frau löste sich vom Kamin und sah ihn aus rot verweinten Augen an. Es ist zu spät, hauchte sie und wandte den Kopf Dracos Porträt zu. Lucius folgte ihrem Blick. Er sah das schwarze Band an dem Bildrahmen, worauf sein Herzschlag für einen Moment aussetzte. Er stolperte einen Schritt vorwärts und stützte sich schwer armen auf dem Esstisch ab. Ihm war, als wäre alle Luft aus seinen Lungen gepresst worden. Dann begann er zu röcheln, ehe ihm Tränen in die Augen schossen und über seine Wange strömten. Gebrochen krümmte er sich über den Tisch. Narcissa blieb an ihrem Platz und beobachtete ihren Mann genau. Ihr entging nicht, wie Wut den Schmerz kurzzeitig überlagerte und seine grauen Augen noch eine Noance heller wurden. Sie wusste, in Wahrheit war Lucius völlig verzweifelt, doch Selbstvorwürfe waren ihm fremd. Zunächst würde er die Schuld bei den anderen suchen. Innerlich wappnete sie sich für den verbalen Angriff. Langsam hob Lucius den Kopf und straffte sich. Die grauen Augen blitzten vor Zorn. Warum hast du das so weit kommen lassen? blaffte er. Du warst hier und hast ihm tatlos beim Sterben zugesehen? Hast du den Brief an dich vergessen? Mit einer wegwerfenden Handbewegung wischte er ihren Einwand fort. Du wusstest, wie die Flüche aufgehoben werden können. Warum hast du nicht früher gehandelt? Du hast es mir doch verboten, rief Narcissa. Hättest ja nicht auf mich hören müssen, knurrte er zurück. Für einen Moment verschlug es Narcissa die Sprache. Dann trat sie einen Schritt auf ihn zu und stemmte die Hände in die Hüften. Willst du mir ernsthaft einen Vorwurf machen, dass ich dir vertraut habe? Dass ich mein Versprechen gehalten und dir gehorcht habe? Glaub mir, ich habe alles in meiner Macht stehen getan, um Dweco zu retten. Doch meine Warnung hast du ignoriert, mich allein gelassen, mit unserem sterbenden Sohn. Ich musste zusehen, wie er sich vor Schmerzen krümmte, musste seine Schreie hören. Du hast mich dazu gezwungen, das Blut mit den Händen aufzufangen, das er ausspuckte. Ich weiß um meine Schuld, aber komm mit mir nach oben, sieh dir deinen Sohn an und wiederhole in seiner Gegenwart deine Anklage. Ohne ihm die Gelegenheit zu einer Erwiderung zu geben, rauschte Narcissa an ihm vorbei und ging die Treppe empor. In einigem Abstand folgte Elusius. Mit jeder Stufe, der Last seines Körpers wegzuknicken, seine Hände fanden kaum die Kraft, ihn am Geländer festzuhalten. Oben angekommen keuchte er und war aschfahl im Gesicht. Er wollte Draco sehen und auch wieder nicht. Plötzlich sah er den kleinen blonden Jungen vor sich, der so lange auf seinen Schoß gekrabbelt hatte, bis Lustius es ihm im Alter von knapp drei Jahren schließlich verboten hatte. Das war ihm schwer zu der blonde Zauberer auf. Farig fuhr sich mit der Hand über die Augen. Wenn er doch nur die Zeit zurückdrehen könnte, nur noch einmal Dracos Lachen hören, was ohnehin nur selten in Lucius Gegenwart zu vernehmen gewesen war. Ohne auf ihn zu achten, öffnete Narcissa die Tür zu Dracos Zimmer. Kurz vergewisserte sie sich, dass ihr Sohn steif ausgestreckt auf dem Bett lag und von Hermine nichts zu sehen war. Dann betrat sie den Raum und setzte sich an Dracos Seite, damit für Lucius nur das Fuß Ende blieb. Sie wollte keinesfalls riskieren, dass er sich über seinen Sohn warf und seinen Herzschlag spürte. Nur zögernd betrat Lucius das Zimmer. Seine stark geröteten Augen huschten über Dracos Gestalt. Seine Lippen begannen zu zittern. Er Sein gesamter Körper wurde von Weinkrämpfen geschüttelt. Draco stöhnte er. Was habe ich dir mit meinem Stolz nur angetan? Narcissa hob eine Augenbraue. Ihr plant dient Früchte zu tragen. Wenn etwas Lucius Einstellung ändern konnte, dann der Anblick seines vermeintlich toten Sohnes. Mit beiden Händen umklammerte Lucius plötzlich Dracos rechten Fuß und küsste trotz Socken dessen Spann. weiteten sich ein wenig und seine Kiefermuskeln spannten sich. Fass sie nicht an, fauchte Narcissa, die wusste, dass ihr Sohn schrecklich kitzelig war und um Selbstbeherrschung rang. Zum Glück zog Lucius seine Hand sofort zurück. Eine Wiederbelebung durch Küssen eines Fußes würde Lucius ihr selbst in seinen mehrzigen Zustand nicht abnehmen und die Posse sofort durchschauen. Zissi, ich. Der verzweifelte Zug gelitten hatte. Was würdest du tun, wenn du es rückgängig machen könntest? fragte sie deshalb. Alles, Zissi, alles, presste Lucius mit einem Schluchzen hervor. Würdest du Hermine Granger in diesem Haus willkommen heißen und sie an Dracos Seite dulden? Lucius nickte. Du würdest sie wie ein vollwertiges Familienmitglied behandeln und niemals versuchen, die beiden zu trennen, was bedeuten würde, auch Zissi. Ich weiß doch, was der Trank bewirkt, aber es ist ja leider zu spät. Könntest du es auch über dich bringen, die Grangers zu besuchen und nett zu ihnen zu sein? Sie nicht spüren zu lassen, dass du sie aufgrund ihres nicht magischen Blutes für verachtenswert hältst? Was soll das? Weder du noch ich können die Zeit zurück drehen und soweit ich seiner Stimme mit. Doch sie erstarb, als seine Frau den Kopf schüttelte. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Verfluch Narcissa, ich sagte doch schon, dass ich alles für Draco tun würde, auch mit so einer verdammten Muggelfamilie Kaffee trinken, wenn es etwas nützen würde. Schwörst du es mir? Lucia schloss die Augen. Die Fragerei machte für ihn keinen Sinn. Es seine Frau würde ihm das nicht eher beantworten, als bis er den Schwur geleistet hatte. Könnte er das überhaupt, sich für Draco an einen Tisch mit Muggeln zu setzen und deren Tochter in die Familie aufzunehmen? Ja, kam er zögerlich zu dem Schluss. Der Schmerz um seinen Sohn zerriss ihm das Herz und die Schuldgefühle drohten ihn zu überwältigen. Ohne Draco war sein Leben leer. Plötzlich schlug Lucius die Augen auf und sah seine Frau an. Ja, ich schwöre es dir. Sollte Draco leben, werde ich Hermine Granger akzeptieren und ihrer Familie meine Aufwartung machen. Zunächst tat sich nichts. Dann lächelte Narcissa breit. Gut, Lucius, so viel Einsicht soll belohnt werden. Du kannst aufstehen, Draco. Ungläubig sah Lucius zu, wie sein Sohn die Augen öffnete und sich mit einem Grinsen hinsetzte. Narcissa zog ihren Zauberstab und entfernte die Schminke von Dracos Gesicht. Ungestüm riss Lucius seinen Sohn in die Arme, lachte und weinte zugleich, drückte sogar kleine Küsse auf seine Stirn und die Wangen. Erneut schien sein Herz zu zerbersten, diesmal vor lauter Freude. Dies hielt so lange an, bis sein Frau und sein Sohn ihm einen Streich gespielt hatten. Zornik schob Draco von sich. Ihr habt nicht hintergangen. Draco schwieg, but Narcissa fuhr fort. Genauso, nur wirklich tot, würde unser Sohn nun auf dem Bett liegen, wenn ich nicht gehandelt hätte. Lucius war verwirrt. Aber du hast Draco doch gar nicht aus dem Zimmer gelassen. Das kann doch nur bedeuten, dass dein Brief gelogen war und der Trank nicht bei ihm wirkt. Er nervisch schüttelte Narcissa den Kopf. Das bedeutet nur, dass ich einen Weg gefunden habe, mein Versprechen dir gegenüber zu halten und Draco trotzdem zu retten. Aber wie? Indem sie Hermine zu mir brachte, Vater, mischte sich Draco ein. Sie war hier? fragte Lucius verdattert. Sie ist hier, korrigierte sich und eine sichtig verlegene aussehende Hermine Granger betraten Raum. Bei ihrem Anblick verfinsterte sich Lucius Mine sofort. Erst jetzt wurde ihm der volle Umfang seiner Lage bewusst. Er musste sich ehrlich eingestehen, dass er seiner Frau dankbar für Dracos Leben war und dafür die Dinge auf ihre Weise ausgelegt zu haben. Dennoch blieb ein schaler Geschmack auf seiner Zunge zurück, wenn Dad, wie lange hatte Draco ihn schon nicht mehr so genannt? Nicht mehr, seit er ihm diese Anrede verboten hatte. Jetzt klang das Wort in seinen Augen plötzlich gar nicht mehr so respektlos, sondern liebevoll, voller Vertrauen in das gegebene Versprechen. Lucius nickte und streichte Draco über den Rücken. Ein Malfoy hält seinen Schwur und bei Salazars Zauber starb. Die Abreibung habe ich wohl verdient. Er lächelte entschuldigend in die Runde. Die drei anderen sahen ihn ungläubig an. Narzissa räusperte sich und fragte vorsichtig Du bist nicht mehr sauer? Und ob ich das noch bin? Aber andererseits bin ich einfach nur glücklich, dass Dweco noch lebt. Ich hoffe, dass du mir verzeihen kannst, mein Junge. Ja, der natürlich, stammelte Dweco überrascht. sagte Hermine, die der Situation trotz allem schnellstmöglich entkommen wollte. Ich bringe dich noch zur Tür. Dweco stand auf und zog sich die Schuhe an. Er wollte keinesfalls auf einen Abschiedskuss verzichten, Hermine aber auch nicht unbedingt vor den Augen seines Vaters küssen. So ganz traute er dem Frieden noch nicht. Unten in der Eingangshalle zog Dweco Hermine in die Arme. Das Renuft ein, der ihm mittlerweile so vertraut geworden war. Wir müssen es noch Harry Ron und sicherlich auch deinen Freunden sagen. Das wird auch nicht einfach werden, warf Hermine ein. Sicher, aber es ist kein Vergleich zu dem, was wir bereits hinter uns haben. Im Gegensatz dazu wird diese Aufklärungsrunde geradezu ein Spaziergang. Hermine wünschte sich Dwecos Zuversicht, doch sie beschloss, das Thema zunächst auf sich beruhen zu lassen. Stattdessen fragte sie, deine Mutter erwähnte eine Astoria Greengrass. Hat sie etwas mit Daphne zu tun? Ist sie das Mädchen, das du heiraten solltest? Astoria ist Daphnes jüngere Schwester. Sie geht nach Bobaton, deshalb kennst du sie nicht. Ich habe sie auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Mein Vater war der Ansicht, sie wäre die perfekte Frau für mich. Er grinste schräg, doch Hermine erwiderte es nicht. Allein die Vorstellung, eine andere könnte Dweco berühren, brachte sie in Wut. Bereust du es? fragte sie deshalb. Dweco stutzte, empfiel das lauernde in ihrer Stimme auf. Keinesfalls wollte er jetzt mit ihr streiten, darum legte er seine Hände auf ihre Wangen. Sie kann gar keine so schlaue mutige und talentierte Hexe sein, wie du es bist. Das Einzige, was ich bedauere ist, dass ich nicht dabei sein kann, wenn mein Vater den mit Green West geschlossenen Vertrag vernichtet erklärt. Die Gesichter der beiden würde ich doch zu gerne sehen. Augenblicklich war Hermine versöhnt. Aber dafür bist du dabei, wenn deine Eltern uns besuchen. Das wird schon komisch, Lucius Malfoy in unserem Wohnzimmer an der Kaffeetafel unvorstellbar. Sie kicherte und Draco stimmte mit ein. Dann versanken sie beide in einer langen Umarmung. Sie erkannten nicht, dass der Trank dies zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht von ihnen forderte und sie auch ohne Kuss hätten auseinander gehen können. Ebenso wenig bemerkten sie das Zauberer Ehepaar, das am Treppenabsatz stand und sie beobachtete. An diesen Anblick wirst du dich gewöhnen müssen, flüsterte Narcissa ihrem Mann zu und tastete nach seiner Hand. Bist du sicher, dass die beiden nicht doch ein wenig ineinander verliebt sind? brummte Lucius. Und wenn schon, das würde die Sache doch nur vereinfachen, lächelte die Hausherrin. Teil 41 Überglücklich schlossen ihre Eltern Hermine in die Arme und fragten sie über diese merkwürdige Krankheit aus. Ihr Erstaunen wuchs noch, als Hermine ihnen berichtete, dass Dracos Eltern sie gerne besuchen wollten, um einander kennenzulernen. Er scheint ja wirklich ernst zwischen euch beiden zu sein, schmunzelte Hermines Vater. Das Gefühl habe ich auch, ergänzte ihre Mutter. Sagtest du nicht, Dracos Eltern hätten Vorbehalte gegen Leute wie uns? Seine Mutter jedenfalls machte auf mich einen sehr sympathischen Eindruck. Das habe ich wohl falsch eingeschätzt, aber so locker wie Arthur Weasley ist Mr. Malfoy auf keinen Fall. Am besten ihr erwähnt Rons Familie erst gar nicht, riet Hermine ihn. Der Montag wurde als Besuchstag festgelegt und Hermine schickte Draco sofort eine Eule, deren Nachricht er postwendend beantwortete, indem er ein Smiley darunter setzte. Am Sonntag erhielt sie von ihm einen Brief, in dem er ihr kurz mitteilte, dass sein Vater Mr. im Hause der Greengrass hätte dennoch stattgefunden, nur eben ohne die Malfoys. Da die Verlobung erst an diesem Abend bekannt gegeben werden sollte, hatte niemand sein Gesicht verloren. Zudem hatte Lucius zugesagt, die gesamten Kosten des Abends zu tragen und Greengrass so gnädig gestimmt. Unterzeichnet hatte Draco mit dem Satz Ich freue mich auf dich. Ob gelogen oder nicht, Hermine stellte fest, dass sie ebenfalls das Wiedersehen mit ihm herbeiziehnte, auch wenn dieses Mal seine Eltern mit dabei sein würden. Irgendwie musste es jetzt nur noch gelingen, Draco von ihnen wegzulotsen, um ein wenig mit ihm alleine zu sein. Am frühen Nachmittag des Ostermontags blickte Hermine zum gefühlten hundertsten Mal über die Kaffeetafel und knetete ihre Finger. In wenigen Minuten würden die Malfoys eintreffen. Die Hand ihrer Mutter legte sich auf ihre Schulter. Du hast doch die Prüfung schon überstanden. Dracos Eltern akzeptieren dich bereits, wie du mir versichert hast. Wenn also einer Grund hätte, aufgeregt zu sein, dann doch wohl wir. Und seid ihr es? Mr. Granger ließ einen Brumm hören und schaltete das Radio ein. Leise ertönte klassische Musik. Hermines Mutter lächelte. Weshalb denn? Alles, was für uns zählt, ist dein Glück? Wenn die Draco auch mögen prima, doch mit seinen Eltern müssen wir nicht klarkommen. Insofern lege ich es nicht darauf an, ihnen zu gefallen. Mir käme es nie in den Sinn, mich zu verstellen, nur um einen bestimmten Eindruck zu erzeugen. Die Malfoys müssen uns schon so nehmen, wie wir sind. Hast du denn die Befürchtung, sie lehnen dich ab, wenn es ihnen bei uns nicht gefällt? Vehement schüttete Hermine den Kopf. Na also, sagte ihre Mutter zufrieden und jetzt lächle. Mir ist, als hätte ich gerade das Gartentor gehört. Während Termine zur Haustür eilte, schritten die Malfoys den schmalen Plattenweg entlang. Guck nicht so grimmig, forderte Narcissa ihren Mann auf. Lucius verzog den Mund und bemühte sich überwiegend erfolglos um einen freundlichen Gesichtsausdruck. Seine hellen Augen wirkten so kalt, dass sie das falsche Lächeln überschatteten. Narcissa seufzte hörbar auf und überließ es Draco voranzugehen. Bevor er den Klingelknopf drücken konnte, öffnete Hermine bereits die Tür. Dweck umarmte sie kurz und küsste sie auf die Wange. Dann schüttelte sie den Malfoys die Hände. Lucius Finger übten dabei kaum Druck aus. Sogleich vermutete Hermine, dass er sich scheute, sie zu berühren. Zudem war seine Handfläche feucht. Ob er etwa Angst hatte? Eigentlich konnte Hermine sich das nicht vorstellen, doch nervös war er auf jeden Fall. Meine Eltern warten im Wohnzimmer, du kennst da den Weg, sagte sie zu Draco gewandt. Der junge Slithering ging zügig voran, seine Eltern folgten ihm nicht ganz so schnell, während Hermine die Haustür schloss. Kurz lehnte sie sich von innen dagegen und schickte ein Stoßgebet zu Merlin, dass die Malfoys nicht allzu lange blieben und sich eine Gelegenheit ergab, mit Draco alleine zu sein. Als sie das Wohnzimmer betrat, sah sie gerade noch wie Lucius die Hand ihres Vaters losließ, derweil Narzissa und Draco sich bereits an den Tisch gesetzt hatten. Hermine übernahm das Servieren des Kuchens und schenkte allen Kaffee ein. Anschließend nahm sie neben Draco Platz. Sofort spürte sie seine Hand auf ihrem Oberschenkel. Durch die Tischdecke vor den Blicken der anderen verborgen, strich er einige Male ihr Bein entlang, ehe er zärtliche Knie tätschelte und seine Hand wieder an sich zog. Mit geröteten Wangen starrte Hermine auf ihr Tor ein Stück. Nichts war zu hören, außer dem Klappern des Bestecks. Krampfhaft suchte sie nach einem Gesprächsbeginn, als ihr Vater die Stille unterbrach. Was machen sie beruflich, Mr. Malfoy? Lucius Blick hob sich kurz, ehe er murmelte, ich bin ein Geschäftsmann. In welcher Branche? hakte Mr. Granger nach. Diesmal blickte Dracos Vater weiterhin auf die Tischdecke, ehe er hervorpresste, in der magischen. Hermine bemerkte, wie Narzissas Hand kurz die Seine berührte. Und sie? setzte Lucius hastig hinzu. Wir sind Zahnärzte. Wir? Jetzt löste er die Augen vom Tischtuch. Zu Hermines Erleichterung hatte er noch kein Loch hineingebrannt. Ihre Frau muss mitarbeiten? Ist der Beruf in ihrer Welt so schlecht bezahlt? Mr. Granger konnte sich das Schmunzeln nicht verkneifen. Das nun nicht gerade. Wir haben uns während des Studiums kennengelernt und das gemeinsame Arbeiten in unserer eigenen Praxis macht uns Spaß. Praxis? So nennen wir den Ort an dem wir die Zähne behandeln erklärte Mr. Granger. Mit erhobenen Augenbrauen sah Lucius seine Frau an, ehe er sich erneut in Hermines Vater wandte. Sie sind ein Medikus ausschließlich für Zähne? Gibt es bei euch Muggeln auch einen der nur für Füße zuständig ist? Jetzt lachte Mr. Granger Lucius Malfoy offen an. Dessen Ausdruck verfinsterte sich sogleich. Es existieren bei uns nicht-magischen Menschen eine Reihe von Ärzten, die sich auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert haben. Ja, es gibt auch welche für Füße, aber sie behandeln nicht ausschließlich Füße, sondern alle Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Ich weiß, dass es in der magischen Welt fast ausschließlich Allgemeinmedizin ergibt. Dort hat man für alles einen Trank oder Zauberspruch, nicht? Richtig? Lucius rang sich zu einem Nicken durch. Sein Blick streifte Hermine, ehe er antwortete, durch ihre Tochter wissen sie natürlich einiges über unsere Gemeinschaft. Mr. Granger stürzte die Lippen. Hermine ist nicht immer mitteilsam, meist ist es Arthur Weasley gewesen, der mir die Abläufe erklärt hat. Die Kuchengabel in Lucius Hand verbog sich und die Zinken knickten nach unten ab. Hermine sah, wie Narzissas Ellbogen kurz in seine Rippen bohrten. Indem sie Mrs. Granger hastig darum bat, ihr unbedingt später den Garten zu zeigen, lenkte sie die Aufmerksamkeit auf sich. Zeit genug für Lucius, das Malheur mit der Gabel unauffällig zu richten. Hermines Eltern schien nichts davon bemerkt zu haben, oder taten zumindest so. Als das Telefon schellte, zuckten die Malfoys sichtlich zusammen. Mit einem entschuldigenden Lächeln erhob sich Mr. Granger. Einen Moment starrte er auf das Display des Apparats, dann straffte er seine Schultern und nahm den Hörer ab. Hermines Vater drehte sich halb zu seinen Gästen um und sagte Hallo Arthur. Lucius Malfoy beobachtete aufmerksam, wie Mr. Granger den Hörer ein gutes Stück vom Ohr entfernt hielt. Sofort drang die Stimme Arthur Weasleys durch den Raum. Wieso weißt du schon wieder dass ich es bin? Deine Rufnummer wird übertragen, grinste Mr. Granger. Immer noch? Aber ich habe doch einen Heimlichkeitszauber gesprochen, brüllte Rons Vater. Arthur, ich bin nicht taub, ich möchte es auch nicht so schnell werden. Bitte schrei doch nicht so in die Muschel. Vielleicht ist es nicht der richtige Zauber. Am besten du rufst die Telefongesellschaft an und verlangst die Unterdrückung deiner Nummer. Ist gut, antwortete Mr. Weasley leiser, aber immer noch deutlich für alle hörbar. Kann ich zu dir kommen und wir machen es gemeinsam? Mr. Granger schmunzelte, als er Hermines Kopfschütteln sah. Ist schlecht, Arthur, wir haben Besuch. Lucius griff um die Kaffeetasse entspannte sich sichtlich. Wen denn? fragte Rons Vater. Ein Schulfreund von Hermine mit seinen Eltern, antwortete Mr. Granger arglos. Schulfreund? kam es gedehnt aus dem Hörer. Ron und Harry sind hier im Fuchsbau. Meinst du etwa Victor Krum? Hermines Kopfschütteln wurde heftiger. Nein, antwortete Mr. Granger mit Blick auf seine Tochter. Es ist, er stockte kurz, als Hermine den Finger an die Lippen legte. Ein alter Klassenkamerad aus ihrer früheren Schule. bis Arthur feststellte. Du meinst aus der Muggelgrundschule? Kann ich nicht doch vorbeikommen? Die Muggeleltern ihres Freundes würde ich sehr gerne kennenlernen und mich mit ihnen unterhalten. Die Kaffeetasse in Lucius Hansa splitterte. Der Inhalt verteilte sich auf der Tischdecke, während Dwekos Vater nur noch den Henkel festhielt und aussah, als würde er gleich vom Stuhl kippen. Teil 42 Zwanzigstes Kapitel Offenbarung Tut mir leid, Arthur, das ist heute wirklich ganz ungünstig, sagte Mr. Granger schnell, während sein Blick nachdenklich auf seiner Tochter ruhte, die gerade erleichtert aufatmete. Ich rufe dich die Tage an und dann klären wir das mit der Telefonnummer. Rons Vater war hörbar enttäuscht, fügte sich aber. Nachdem Mr. Granger den Hörer aufgelegt hatte, setzte er sich wieder Lucius Malfoy gegenüber. Der hatte den Tassenhenkel mittlerweile auf den Unterteller fallen lassen. Er starrte Hermines Vater aus kalten grauen Augen an und zischte. Wie kommen sie dazu zu behaupten, wir wären Muggel? Schatz, nicht, gemahnte Narcissa leise, zog ihren Zauberstab, ließ die Kaffeereste vom Tischtuch verschwinden und reparierte Ich habe sie nicht als Muggel bezeichnet, stellte Mr. Granger klar. Hermine hat mir zu verstehen gegeben, dass sie nicht wollte, dass ich Dracos Namen gegenüber den Weastys erwähne, den Rest hat sich Arthur selbst zusammengereimt. Aber sie haben nicht dementiert. Bei diesen Worten zog Hermine fröstelnd ihre Strickjacke enger um sich. Die Raumtemperatur war fühlbar gesunken. Mr. Granger beugte sich über die Tischplatte und hielt Lucius Blick stand. Mir erschließt sich zwar noch nicht, weshalb meine Tochter die Beziehung zu ihrem Sohn geheim halten will, aber wenn das bedeutet, ihrem Stolz auf ihre magische Fähigkeiten einen Dämpfer zu verpassen, dann nehme ich das billigend in Kauf. Lucius knifft die Augenbrauen zusammen und setzte zu einer Erwiderung an, als Hermine losplatzte, das liegt daran, Dad, dass Ron und Harry Draco nicht ausstehen können. Warum nicht? fragte Mr. Granger sichtlich verwirrt. Er ist doch ein netter junger Mann. Ihrem Vater gegenüber hatte Hermine Draco Malfoy niemals erwähnt. Insofern wusste er im Gegensatz zu seiner Frau nichts über das, was in Hogwarts all die Jahre passiert war. In diesem Augenblick war Hermine mehr als froh darüber. Eine passende Antwort wollte ihr doch nicht so schnell einfallen. Ihr Vater zog bereits eine Braue in die Höhe, als Narcissa Malfoy sich räusperte. Nun, Mr. Granger, ich vermute, das liegt an uns. Draco ist als Einzelkind sehr behütet aufgewachsen und mit Sicherheit haben ihn etwas verwöhnt. Weder Harry Potter, der keine Eltern mehr hat, noch Ronald Weasley, der seine Eltern mit vielen weiteren Geschwistern teilen muss, sind je in den Genuss eines solchen Privilegs gekommen. Sie meinen, die beiden sind neidisch? Hermines Vater klang skeptisch. Könnte schon sein, sagte Mrs. Granger zögerlich. Was Ron angeht, das sicherlich weniger ausgeprägt, wäre aber durchaus nachvollziehbar. Zudem ist unsere Familie ziemlich reich. Knute Lucius. Narzissa sah peinlich berührt aus und Dracos Ohren bekamen einen rötlichen Schimmer. Nur Mr. Granger lächelte versöhnlich. Arthur Weasley arbeitet im Ministerium, soweit ich weiß. Der öffentliche Dienst zahlt wohl in beiden Welten schlecht und Nachwuchs kostet Geld. Wie hingegen Mr. Malfoy sind beide selbstständig und haben nur ein Kind. Da können wir wohl nicht mit reden. Lucius Stirn glätterte sich ein wenig. Die Gunst des Augenblicks zu nutzen erhob Narzissa sich und fragte, ob Mrs. Grante ihr nur den Garten zeigen würde. Hermines Mutter stand auf und öffnete die Terrassentür. Ruhig auf ihrem Stuhl zu sitzen, hielt Hermine nicht mehr aus. Sie sammelte die Teller und Tassen ein und errichtete zwei Stapel. Einen davon ergriff sie, um ihn in die Küche zu tragen. Nimmst du den anderen Draco? Der Slithelman zuckte zusammen, warf seinem Vater einen scheuen Blick zu und stand auf. Wahrscheinlich wollte Hermine kurz mit ihm allein sein. Er packte die Teller und sein Vater schnaubte Muggelarbeit Draco? Willst du das Geschirr gleich etwa per Hand reinigen? Verwirr sah Draco von dem Stapel zu Mr. Granger, der laut loslachte. Keine Sorge, wir haben eine Spülmaschine. Eine Maschine, die Elfenarbeit erledigt? Lucius riss die Augen auf. Nun ja, schmunzelte Hermines Vater. Da meine Tochter die meiste Zeit nicht zu Hause ist, müssen halt technische Errungenschaften etwas zögernd nickte Lucius. Er konnte sich bei aller Fantasie nicht vorstellen, wie Teller ohne Magie ins Wasser tauchten und von einer Bürste selbstständig gereinigt wurden. Die Männer folgten Draco in die Küche. Hermine beugte sich über die Auszüge der Maschine und räumte die Tassen ein. Erstaunt sah sie auf, als die drei die Küche betraten. Wortlos stellte Draco die Teller ab und zuckte hilflos mit den Schultern. Ob sein Vater tatsächlich neugierig auf eine Muggelerfindung war oder vielmehr versuchte sein Versprechen zu halten? Da ist ja gar keine Spülschüssel, staunte Lucius. Während Hermine das restliche Geschirr einräumte, erklärte Mr. Granted den beiden Malfoys, wie die Technik funktionierte. Bevor seine Tochter die Frontklappe schloss, drehte er an den beiden Spülarm, welche die Maschine besaß, um zu demonstrieren, wie das Wasser im Inneren verteilt wurde. Faszinierend, entfuhr es Lucius. Hermines Vater deutete auf den Startknopf. Das Programm hatte Hermine bereits eingestellt. Drücken sie mal drauf. Kaum hatte Lucius das getan, begann das Wasser zu rauschen und die Maschine nahm ihre Arbeit auf. Gibt es noch mehr solcher Erfindungen? Wollte Drakos Vater wissen. Im Keller stehen die Maschinen die Wäsche waschen und trocknen können, sagte Mr. Granger, der dank Arthur Weasley bereits Erfahrung darin hatte, Zauberern die Funktion nicht magischer Gerätschaften zu erklären. Lucius sah sich um. Was ist das? Fragte er und zeigte auf die Dunstabzugshaube. Hermine griff nach Dracos Hand und zog ihn aus der Küche. Wenn Lucius Malfoy nur halb so wispbegierig war wie Mr. Weasley, dann würde ihr Vater noch eine ganze Weile brauchen, bis der Zauberer halbwegs verstanden hatte, was eine Dunstabzugshaube, eine Mikrowelle oder ein Induktionsfeld waren. Im Flur, an der Treppe zum Obergeschoss blieb Hermine stehen. Ihre Finger waren immer noch mit Dracos verschränkt. Wir müssen heute noch zusammen kommen, wisperte sie. Ich weiß, allzu lange werden meine Eltern den Besuch sicherlich nicht Brüche, aus der die leise Stimme von Mr. Granger zu ihnen drang. Hebe den Apparierschutz auf, dann komme ich nach dem Abendessen zu dir, schlug er vor. Jetzt gab Hermine zu, dass ihre damalige Drohung, es zu verhindern, dass er ungehindert in ihrem Zimmer erscheinen konnte, nicht in die Tat umgesetzt hatte. Zum Glück, fuhr sie fort, sonst hätte deine Mutter mich erst noch gut, dann besuche ich dich heute Nacht. Das ist ja fast so wie in Hogwarts, grinste Dweco. Hast du keine bessere Idee? zischte Hermine. Sofort hob Dweco die Hände. Nein, habe ich nicht, es sei denn, du willst jetzt gleich, weil unsere Eltern so miteinander beschäftigt sind. Entsetzt schüttete Hermine den Kopf. Auf gar keinen Fall, außerdem scheinen unsere Mütter ihren Gartenrundgang gerade beendet zu haben. Tatsächlich, soeben betraten Mrs. Granger und Narcissa angeregt plaudernd das Wohnzimmer. Und sie mischen wirklich die Brombeeren mit den Holunderbeeren für den Gelee? Interessant, das werde ich im Herbst auch versuchen, sagte Narcissa. Ich gebe ihnen ein Glas mit, versprach Hermines Mutter. Ihr Blick fiel auf die beiden, die am Treppenabsatz entstanden. Wo sind denn eure Väter? Wortlos deutete Hermine in Richtung Küche. Er lässt sich von Mr. Granger die ecklettrischen Muggelgeräte erklären, grinste Draco. Elektrisch heißt das, verbesserte Hermine automatisch. Wie auch immer, sinkte Draco ab, jedenfalls ist er beschäftigt. Narcissa hob eine Augenbraue, als wollte sie fragen, ob er sicher wäre, dass er von seinem Vater sprach. Doch Mrs. Granger ging voran in die Küche und erschien einen Augenblick später wieder im Türrahmen ein Marmeladenglas in der Hand. Das Geräusch eines elektrischen Rührbesens ertönte plötzlich im Hintergrund und Termines Mutter lächelte. Zu ihrer Tochter gewandt sagte sie, ich wusste gar nicht, dass dein Vater Kenntnis davon hat, wie man einen Mixer bedient. Lucius rief Narcissa. Das Geräusch verstummte und wenig später traten die beiden Männer aus der Küche. Lucius Augen leuchteten. Es wird Zeit, uns für die Gastfreundschaft zu bedanken, schmunzelte Narcissa. Die Verabschiedung viel erheblich lockerer aus als die Begrüßung. Die beiden Frauen umatmen sich sogar. Lucius klopfte Hermine gönnerhaft auf die Schulter. Ich erwarte, dass du die OTZ-Prüfungen mit Auszeichnung bestehst. Sobald du weißt, was du werden möchtest, scheue dich nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich habe immer noch Kontakte, die ich nutzen kann. Tan zwinkerte er Hermine zu, die es gerade noch verhindern konnte, dass sie Dracos Vater mit offenem Mund anstarrte. Der schüttelte bereits Mr. Granger kräftig die Hand und erhielt das Versprechen, beim nächsten Mal den Werkstattraum im Keller besichtigen zu dürfen. Als Draco sich jedoch verabschieden wollte, schüttelte Narcissa den Kopf. Aber Schatz, du wolltest mit Hermine doch nochmals den Verwandlungszauber üben. Durchdringend sah sie ihren Sohn an. Draco begriff. Ach so, ja, ich komme danach. Sein Blick streifte Hermine, die erleichtert aufatmete. Die Möglichkeit sagte ihr mehr zu, als den Zwischen heimlich nachts in ihr Elternhaus zu lassen. Aber das kann er doch auch noch ein anderes Mal tun. Er muss sich doch nicht ausgehend heute mit Schulangelegenheiten rumplagen. Doch Lucius muss er, sagte Narcissa ungeduldig. Du willst sicherlich nicht, dass es wieder Schwierigkeiten gibt. Hermine ist die Einzige, die ihm in dieser Sache wirklich helfen kann. Jetzt hatte auch Lucius Malfoy verstanden, um was es seiner Frau ging. Für einen winzigen Moment verdüsterten sich kaum wahrnehmbar seine Gesichtszüge. Offenbar war es ihm gelungen, die wahren Hintergründe seines Besuches bei den Grangers zu verdrängen. Doch sogleich hatte er sich wieder in der Gewalt und setzte ein verbindliches Lächeln auf. Erleichtert sahen Draco und Hermine zu, wie die Malfoys wenig später den Weg zum Gartentor entlang schritten. Wo wollt ihr denn üben? fragte Mrs. Granger. In meinem Zimmer, antwortete Hermine und griff nach Dracos Hand. Wird nicht lange dauern, denn eigentlich beherrscht Draco den Zauber schon ganz gut. Ohne ein weiteres Wort zog sie den Slytherin hinter sich die Treppe hoch. Hallo Diesmal ist es etwas professioneller mit Mischpult und allem drum und dran. Ich hoffe, man merkt, dass sich die Soundqualität verbessert hat. Leider ist mit dieser Aufnahme noch etwas leise geraten, aber das wird sich bei der nächsten Folge auch noch bessern. Und noch kurz etwas, was ich anmerken möchte. Leider haben von meinen Zuschauern, also von euch, nur etwa 40% diesen Kanal abonniert. Also wenn euch die Geschichten gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Natürlich ist das kostenlos. Zusätzlich könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wenn ich schon mal Werbung mache, dann sage ich mal, dass ihr mich auch auf Twitter, Instagram und Facebook findet. Die Links sind alle in der Videobeschreibung. Das war's dann auch schon wieder. Viel Spaß mit der Folge. Teil 43 Die letzten Ferientage flogen dahin. Hermine hatte Draco noch einmal Männer aufgesucht. Sie waren übereingekommen, zunächst mit der Schulleitung zu sprechen und dann ihre Freunde über ihr Verhältnis zu informieren. Natürlich wusste Professor McGonagall bereits über die wichtigsten Ereignisse Bescheid. Narcissa hatte ihr per Eulenpost mitgeteilt, dass Dweco und Hermine wohl auf sind und Lucius die Beziehung akzeptierte. Ebenso hatte Hermine Ginny benachrichtigt, sie jedoch nicht im Fuchsbau aufgesucht. Es war ihrer Meinung nach früh genug, wenn sie sich Ron und Harry in Hogwarts stellte. Nun schritt die Gryffindor den Bahnsteig entlang und hielt nach ihren Freunden Ausschau. Zuerst entdeckte sie Harry, der den Arm um Ginny gelegt hatte und Ron zusah, der wild gesikulierend auf seine Mutter einsprach. Mrs. Weecy hatte die Hände in die Hüften gestemmt und wirkte keinesfalls so, als würde sie die Meinung ihres Sohnes teilen. Hermine vermutete, dass Rons mangelnder Lerneifer im Hinblick auf die bevorstehenden Prüfungen das Thema war. Das Herz wurde ihr schwer, wenn sie daran dachte, ihm und Harry die volle Wahrheit zu erzählen. Ginny hob den Kopf und blickte fragend herüber. Um sie nochmals zu beruhigen, reigte Hermine den Daumen nach oben und quetschte sich an Leidling Ravenclaws vorbei, die in eine lautstarke Diskussion über Isaac Newton vertieft waren, der seine magische Herkunft perfekt vor dem Muggeln verborgen hatte. Als Hermine ihre Freunde erreicht hatte, umarmte sie Ginny fest. Wirklich alles in Ordnung? fragte die Rothaarige. So gut wie möglich, antwortete Hermine und ließ sich auch von Harry drücken. Jetzt hatten auch Ron und Mrs. Weezy bemerkt, dass Ronds Mutter nach einer gründlichen Wusterung fest. Du arbeitest zu viel. Ein missbeliegender Blick traf ihren Sohn. Wenn du nur ein Drittel von Hermines Pensum lernen würdest, wäre ich schon zufrieden. Ron verschränkte die Arme, ehe er eine wegwerfende Handbewegung machte und auf Hermine zutrat. Weshalb hast du dich nicht gemeldet? Mein Vater hat mit daheim telefoniert. Nach Südfrankreich seid ihr jedenfalls nicht gefahren. Ich war krank, entschuldigte sich Hermine. Jetzt geht es mir aber wieder gut. Sogleich glätteten sich Ronds Stirnfalten und machten einem sorgenvollen Ausdruck Platz. Was hattest du denn? Hermine winkte ab. War nicht so schlimm, jetzt freue ich mich nur noch auf die Schule. Ron zog eine Grimasse. Dann trat er noch einen Schritt näher. Seine Hand strich über ihren Arm. Sofort rückte Hermine von ihm ab. Ronds Gesicht verdüchsterte sich. Ach ja, sagte er verletzt, hatte ich glatt vergessen. Ron, ich erkläre es dir, sehr bald schon. Sicher, antwortete er und steckte die Hände in die Hosentaschen. So ruht er sich um. Da hinten ist Lavender. Wir sehen uns später. Tschüss Mom. Setzte er noch hinzu und verschwand in die Menge. Mit zusammengepressten Lippen starrte Mrs. Reesey ihrem Sohn nach. Lavender hat Ron einige Mal in den Ferien besucht, sagte Ginny. Sie verstehen sich ganz gut. Denk dir nichts dabei, Hermine. Du bist nach wie vor das einzige Mädchen, was ihm etwas bedeutet, behauptete Harry. Natürlich wollte er sich damit beruhigen, aber im Grunde war Hermine froh, dass Ron offenbar erneut an Lavender gefallen fand. Dann würde er hoffentlich die Wahrheit über sie und Draco besser verkraften. Sie zuckte mit den Schultern und die drei verabschiedeten sich von Mrs. Weasley. Als Hermine in den ersten Wagen einstieg, in dem der Schulsprecherabteil reserviert war, sah sie über die Mengen hinweg. Dracos blonden Schopf konnte sie sofort ausmachen. Er stand am Ende des Zuges und drückte gerade seine Mutter an sich. Zugleich machte Hermines Herz einen Sprung. Verflixt er trank. Herzklopfen sollte eigentlich kein Symptom sein, ärgerte sie sich. Nachdem Hermine ihre Sachen im Abteil verstaut hatte, machte sie sich auf die Suche nach ihren Freunden. Lange hielt es Ron nicht in dem Abteil aus, nachdem Hermine sich zu ihnen gesetzt hatte. Kaum hatte der Hogwarts Express London hinter sich gelassen, stand er auf, murmelte eine Entschuldigung und verschwand. Bestimmt geht er zu Lavender, vermutete Ginny. Das heißt nichts Hermine, versuchte Harry seine Freundin abermals zu beschwichtigen. Es ist mir gleich, antwortete sie mit einem ehrlichen Lächeln. Erstaunt stellte sie fest, dass das tatsächlich stimmte. Sie sah in Ron einen guten Freund, nicht mehr. Hermine schluckte. Sie sah Feldern und Wiesen vorbeidampften. Seit wann hatte sie aufgehört, liebevoll an Ron zu denken. Sie wusste es nicht. In den letzten Wochen hatte ihre Bindung an Draco Malfoy alles überschattet. Eigentlich hatte sie überhaupt keinen Gedanken mehr an Ron verschwendet. Jetzt, wo sie es bewusst tat, merkte sie, dass sich ihre Gefühle für ihn vollkommen geändert hatten. Wie konnte das geschehen? Ich sehe mal nach ihm, riss Harry sie in das Abteil. Sofort beugte sich Ginny zu Hermine. Schnell erzähl mir ganz genau, was in den letzten beiden Wochen passiert ist. Ist der alte Malfoy wirklich nicht gegen eure Verbindung? Hastig berichtete Hermine, was sich in den Ferien zugetragen hatte. Entrüstet über Lucius Malfoys Verhalten schnaubte Ginny, nur um wenig später kichern die Hand vor den Mund zu halten, als Hermine von Besuch bei den Grangers sprach. Es wird also alles gut, schloss die Rothaarige. Seine Eltern akzeptieren eure Beziehung und deine glauben an die große Liebe. Jetzt musst du nur noch Harry und Ron rein weinern schenken. Nur noch ist gut, brummte Hermine. Zunächst will ich aber mit Draco zu Professor McGonagall. Da morgen Sonntag ist und wir alle noch schulfrei haben, wäre es eine gute Gelegenheit, die Sache endlich hinter uns zu bringen. Magst du ihn? fragte Ginny. Wen? Draco natürlich, lachte Ron Schwester. Ich gewöhne mich langsam an ihn, antwortete Hermine, während sie instinktiv ihre Fingerspitzen betrachtete. Aha, meinte Ginny bloß und wechselte das Thema. Wehmütig dachte Hermine daran, dass es das letzte Mal war, dass sie nach Ferienende die große Halle betrat. Sie vermisste Hogwarts schon jetzt. Verstohlen wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Noch hatte sie einige Wochen vor sich und nach den Prüfungen stand der Abschlussball auf dem Programm. Den hatte sie bisher erfolgreich verdrängt. Doch als Schulsprecherin war sie in der Organisation beteiligt und würde mit Draco hingehen müssen. Instinktiv sah sie zum Tisch der Slytherins hinüber. Draco und Blaze hatten die Köpfe zusammengesteckt, während Pansy den beiden demonstrativ den Rücken zuwandte. Die Angelegenheit war ja nun nicht gerade im Sinne der Slytherin gelaufen. Da Dracos Verlobung ohnehin nur zwischen seinem und Astorias Vater besprochen worden war, hatte die Endlobung ebenso heimlich stattfinden können. Ob Pansy sich weiterhin Hoffnungen machte? Offenbar nicht. Und bald wird er ohnehin die ganze Schülerschar wissen, mit wem Draco Kaum war das Mal offiziell beendet, ließ Professor McGonagall Draco und Hermine zu sich kommen und bestellte sie noch für den selben Abend in dem Büro. Ron und Harry warfen ihr erstaunte Blicke zu, doch Hermine übersah sie einfach. Als sie etwas vor der Zeit das Schulleiterin Büro betrat, saß Draco bereits auf einem der Stühle vor Professor McGonagalls Schreibtisch. Die Lehrerin ließ sich von den beiden nochmals die Geschehnisse in den Ferien erzählen und riss undabenhaft die Augen auf, als sie von dem Besuch der Malfoys bei den Grangers erfuhr. Ihre Mutter Draco ist wirklich eine bemerkenswerte Frau, murmelte Professor McGonagall, wobei sie die oberste Schublade des Schreibtischs öffnete, der sie ein beschriebenes Stück Papier entnahm. Ihr Vater hat mir eine Nachricht geschickt. Unmerklich versteifte sich Draco und schluckte. Er bittet mich, ihnen beiden nahezulegen, sich sehr genau zu überlegen, wem sie die Wahrheit offenbaren wollen. Lucius Malfoy hat kein Interesse daran, dass die gesamte Zaubererwelt die Hintergründe ihrer Verbindung kennt und ich ebenso wenig, wie ich gestehen muss. Ein solcher Rückfall in meinem ersten Jahr als Schulleiterin macht sich nicht besonders gut in meiner Personalakte. Professor McGonagall rümpfte echten Aufsatz begutachtet. Ich dachte an Ron und Harry, Ginny weiß es schon, sagte Hermine schnell und ignorierte die hochgezogenen Augenbrauen der Schulleiterin. Blaze, vielleicht Gregory, Pansy und Daphne, ergänzte Draco. Professor McGonagall schüttete in den Kopf. Gerade bei den Netzgenannten hat ihr Vater um Stillschweigen gebeten. Daphne würde es ihrer Schwester erzählen und bald wüssten es alle. Aber es wäre eine gute Gelegenheit, Pansy endgültig loszuwerden, meinte Draco. Das glaube ich nicht, sie würden sich von ihrem Mitleid kaum retten können, widersprach die Lehrerin. Ihr Leben lang würde Miss Parkinson versuchen, sie von Miss Granger zu trennen und gleichzeitig vor den Folgen des Fluches zu schützen. Das ist wohl kaum möglich, sagte Draco, doch es klang nicht verbittert. Eben, wollen sie sich das antun und lebenslang eine Nervensäge am Bein kleben haben? Nicht wirklich, brummte das Zezwin. Lassen wir es also bei Blaise Sabini. Gregory traue ich zu, dass er erst Minisent erzählt und die kann es sicherlich auch nicht für sich behalten. Aber ein Zezwin hätte ich schon gerne, der die Wahrheit weiß. Gegen Blaise Sabini habe ich nichts einzuwenden, nickte die Schulleiterin. Ich rate ihnen, bringen sie es am besten so schnell wie möglich hinter sich. Morgen um 15 Uhr im Gemeinschaftsraum der Schulsprecher, schlug Hermine vor. Wenn sie wünschen, bin ich gerne zur Unterstützung dabei, bot Professor McGonagall an. Nein, danke, antworteten Draco und Hermine gleichzeitig und sahen sich überrascht an. Wir schaffen das schon. Wenn es schief geht, können wir sie immer noch rufen, sagte die Gryffindor. Wie mit Draco verabredet, lud Hermine ihre Freunde am nächsten Morgen, während des Frühstücks zu dem nachmittaglichen Treffen ein. Tini sagte nichts, doch Ron und Harry wurden ganz aufgeregt. Geht es um das, was du uns vor den Ferien nicht sagen konntest? Wollte Ron wissen. Genau, jetzt ist eine wichtige Entscheidung getroffen worden und ich kann euch einweihen. Lass mich raten, du bist schwanger und hast dich dazu durchgerungen, das Kind zu behalten, vermutete Harry mit einem verlegenen Stiehen, als Ron auffuhr. Das ist nicht wahr. Sag das nicht stimmt, Hermine. Wäre das so schrecklich? fragte die Gryffindor und ließ den Zeigefinger wieder sinken. Es wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Alles andere könnte ich ertragen. Da kann ich dich beruhigen, Ron, antwortete Hermine zynisch. Nachdem ihr Freund erleichtert aufgeatmet hatte, setzte sie hinzu. Aber ob du lehnte sie kategorisch ab. Auch während des Mittagessens ließ sie sich keine weiteren Äußerungen entlocken, so sehr Ron auch nachbohrte. Zehn Minuten vor der Zeit klopfte es an der Eingangstür. Als Hermine öffnete, standen die drei Gryffindors davor. Sie winkte ihre Freunde mit einem und warf einen langen Blick in den Flur. Von Draco und Blaze war noch nichts zu sehen. Nachdem die drei es sich auf dem Sofa bequem gemacht hatten und Hermine erwartungsvoll ansahen, öffnete sich die gegenüberliegende Tür und Ernie McMillen trat hinaus. Hallo zusammen, grüßte er. Wie versprochen, Hermine verschwinde ich jetzt. Weshalb darf er nicht in seinem Zimmer bleiben? fragte Harry. Wirst du gleich verstehen. Jedenfalls ist Ernie so lieb und räumt jetzt das Feld, auch von dem hörte, was sie ihren Freunden gleich zu offenbaren hatte. Ernie nickte nochmals und schritt zur Tür. Tee? Kekse? fragte Hermine in die Runde. Ron langte sofort in die Gebäckschale, als Ernie Stimme ertönte. Was sucht ihr denn hier? Hermine stöhnte leise, als sie Draco knurren hörte. Das geht dich nicht an, Macmillan und jetzt verzieh dich. Hermine, rief Hermine zurück. Sie gab sich Mühe, das Schmunzeln auf Ginys Gesicht und die weit aufgerissenen Augen von Harry und Ron zu übersehen. Einen Augenblick später betraten Draco und Blaze den Raum und Ernie zog die Tür hinter sich ins Schloss. Setzt euch, forderte Hermine die beiden auf, während sie auf zwei freie Sessel deutete. Draco rückte seinen dicht neben den der Gryffindor, bevor er sich hineinfallen ließ. Augenblicklich verengten sich Rons Augen, sein Körper spannte sich an. Draco setzte dieses überhebliche Lächeln auf, das Hermine so hasste. Reiß dich bloß zusammen, zischte sie ihm zu. Ihre Freunde zusätzlich zu provozieren, hielt sie für eine ganz schlechte Idee. Das Lächeln verschwand und machte einem nichts sagenden Ausdruck Platz. Hermine räusperte sich. Ihre Stimme zitterte leicht, als sie begann. Wie ihr wisst, ging es mir in den letzten Wochen nicht besonders gut. Ich war fahrig, hatte unerklärliche Magenschmerzen und konnte eure liebevollen Berührungen nicht ertragen. Ihre Freunde nickten. Nun, durcheinander bin ich eigentlich nicht mehr und die Sache mit den Magenschmerzen ist in den Griff zu bekommen, sofern bestimmte Regeln eingehalten werden. Nur berühren, Ron, wirst du mich niemals dürfen. Punkt Hermine, forderte Draco. Hermine, du nennst sie beim Vornamen, krächzte Ron, während sie seine Hand der rechten Hosentasche näherte, aus dem sein Zauberstab hervorlugte. Und ich nenne ihn Draco, gab Hermine zu. Ron starrte sie böse an, als der Bini sich vor die Stirn schlug. Bei Salazar Draco, ist sie etwa das Mädchen, von dem du so besessen bist? Du hast es Hermine. Und? Ich rote Ron und sprang auf. Seine Augen quollen aus den Höhlen, als er Ginny's Hand wegschlug, die ihn wieder auf die Couch ziehen wollte. Blitzschnell zog er seinen Zauberstab und richtete die Spitze auf Draco. Du kannst mir doch nicht erzählen, Malfoy, dass Hermine sich freiwillig auf dich eingelassen hat. Also spuck's aus, welchen Trank hast du ihr die Situation? Dann sagte er suffisant, das, mein lieber Ronald, will meine Lebensgefährtin dir gerade erzählen. 21. Kapitel Teil 44 Abschied von Hogwarts Der Zauberstab erzitterte in Rons Hand. Lebensgefährtin? presste er ungläubig hervor. Plötzlich begann er zu schwanken und Harry sprang sofort auf, um ihn zu stützen. Setz dich erstmal, Hermine wird uns schon alles erklären. Verhalten begann die Gryffindor. Erinnert ihr euch noch an die Unterrichtsstunde bei Professor Slughorn im Januar, als wir den Trank des unstillbaren Verlangs brauen mussten? Hermine machte eine kleine Pause und sah alle der Reihe nach an. Verwirrt runzelte Ron die Stirn, während es Harry und Blaise Sabini bereits dämmerte. Jetzt sag bloß nicht, dabei ist etwas schiefgelaufen? stotterte der dunkle Slughorn. Leider doch, gestand Hermine. Professor Slughorns Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Er hat uns das einzige Blatt ausgeteilt, auf dem tatsächlich alle Zutaten aufgelistet waren. So konnten wir einen perfekt wirkenden Trank brauen. Aber wir mussten noch den unseres Nachbarn trinken, wandte Harry sichtlich erschüttert ein. Nervös blickte Draco zu Hermine. Sie zögerte kurz. Nun, Neville hat seinen Trank an Draco weitergereicht und dabei muss es zu einer Verwechslung gekommen sein. Hermine zuckte mit den Schultern und Sajini, die die Wahrheit kannte, beschwörend an. Das heißt so, dass ihr beide auf ewig verrückt nacheinander seid? Stellte Sabine fest. Und was hat es mit den Magenschmerzen auf sich? Jetzt übernahm Draco die Erklärung. Er erzählte, wie der Trank in Wahrheit wirkte. Von ihrem Verdacht und dem Bibliotheks Besuch. Erst als wir uns sicher waren, sind wir zu Professor McGonagall gegangen. Doch es gibt kein Gegenmittel. Wir sind bis an unser Lebensende miteinander verbunden. Harry und Blaze sahen sie mit entsetzten Gesichtern an. Nur Ron blieb starr, als hätte man ihm einen Schockzauber verpasst. Was sagt denn dein Vater dazu? Fasste Blaze sich als erster? Begeistert war er nicht gerade, grinste Draco. Er wollte sich natürlich zunächst nicht damit abfinden, ist sogar nach Hogwarts gereist und hat Snape ausgequetscht. Doch seit er eingesehen hat, dass uns nichts helfen kann, akzeptiert er die Situation. Unglaublich, stieß Blaze hervor. Ginny, jetzt sitzt doch nicht so stumm da. Du hast bisher noch gar nichts gesagt und überrascht siehst du auch nicht aus, sagte Harry unwirsch. Nun, nach dem Quidditch-Spiel Sizzowin gegen Ravenclaw habe ich die beiden beim Knutschen erwischt, die Geschichte kenne ich also schon länger, gab Ginny zu. Sie zuckte mit den Achseln und schenkte dem vorwurfsvollen Blick ihres Brudas keine Beachtung. Ich wusste bereits, dass die Malfoys in den Ferien die Wahrheit erfahren haben, nur froh, dass alles gut ausgegangen ist. Gut ausgegangen nennst du das? Zum ersten Mal seit Minuten erhob Ron die Stimme. Seine Unterlippe zitterte und seine Augen wurden feucht. Hermine ist meine große Liebe. Malfoy hat sie mir weggenommen und ich kann das Schwein noch nicht einmal dafür umbringen, ohne ihr zu schaden. Ihr ahnt nicht, wie sehr ich es bedauere, dass wir ihm damals im Raum der Wünsche das Leben gerettet haben. Zum Dank dafür zerstört er meine Zukunft. Ron schniefte und Harry tätschelte hilflos seine Schulter. Es reizte Draco sehr, jetzt seinen Arm um Hermine zu legen und sie an sich zu drücken. Es gefiel ihm, Wanna Doeysi so leidend zu sehen, weil er nicht das haben konnte, was Draco nun besaß. Doch dann streifte sein Blick Hermine, deren Augen sich ebenfalls mit Tränen füllten. Ob sie diesen Troll etwa liebte? Wie eine Feuerwalze raste die Eifersucht durch die Adern der Slytherins und verbrannte jeden vernünftigen Gedanken. Seine Hand umspannte besitzergreifend Hermine Schenkel, als er seinen Oberkörper nach vorne lehnte und Tron aus hellen Augen anstarrte. Sie gehört mir, Weasley, auf ewig. Und wie du bereits richtig erkannt hast, kannst du nichts dagegen machen. Nie wirst du erst erfahren, wie es sich anfühlt, sie ganz zu besitzen. Niemals in ihre Augen sehen, wenn sie sich leidenschaftlich unter dir windet. Nie wissen, wie ihre Haut und ihre Küsse schmecken oder wie gut sich ihre Brüste anfühlen, wenn du sie streichelst. Hör sofort auf, brüllte Ron. Hast du je ihren Duft gekostet? fragte Dweco gehässig. Nein, natürlich nicht. Hermine ist an der Komposition aus Feilchen und Zitronengras mit einem Hauch von Weiter kam er nicht. Ron stürzte sich auf ihn. Seine Faust traf den Zithorin punktgenau am Kinn, der mitsamt dem Sessel nach hinten kippte. Sofort wollte Ron über ihn herfallen, doch Harry hielt ihn zurück. Dweco rappelte sich wutend brandt auf. Bildsartig zog er seinen Zauberstab, trotzdem war Hermine schneller. Expelliarmus, schrie sie. Der entwaffnete Dweco, warf ihr einen zornigen Blick zu, ehe er ausholte und Ron, der immer noch von Harry festgehalten wurde, einen Schlag in den Magen versetzte. Dweco, nein, rief Hermine entsetzt und hob erneut ihren Zauberstab. Doch Blaze war bereits aufgesprungen und zog seinen Freund von dem rothaarigen fort. Du hast ihn nicht verdient, jaulte Ron und schüttete Harrys Hände ab. Mag sein, gab Dweco zu, aber so wie die Dinge liegen, ist das nicht zu ändern. Du willst sie doch gar nicht, stieß Ron leidenschaftlich hervor. Dweco grinste unverschämt. Du ahnst gar nicht, wie sehr ich sie will, wenn ich sie länger nicht gehabt habe. Ich hasse dich, schrie Ron warf Hermine einen wehmütigen Blick zu und rauschte aus dem Raum. Lief doch ganz gut, meinte Dweco süffisant, stockte jedoch, als er die Gesichter der anderen erblickte. Ich hoffe nur, dass Hermine dir ein paar Manieren beibringen kann, Malfoy, sagte Harry scharf und folgte seinem Freund. Ginny und Blaze sahen sich an. Der dunkle Sisuen kratzte sich am Ohr. Es ist zwar schräg, aber auf mich könnt ihr zählen. Danke, dass ihr mich eingeweiht habt. Komm, kleine Weasley, die beiden haben bestimmt noch etwas zu besprechen. Auch Ginny versicherte, Dweco und Hermine nochmals, zu ihnen zu halten und zu versuchen, die Wogen bei Ron und Harry zu glätten. Dann verließ sie gemeinsam mit Blaze das Wohnzimmer. Wortlos stellte Dweco den Sessel wieder auf und bückte sich nach seinem Zauberstab, der ein Stück entfernt auf dem Zeppich lag. Hermine stellte sich an das Fenster, drehte dem Slytherin den Rücken zu. Sie war enttäuscht über sein Verhalten. Was hatte ihn nur geritten, Ron so zu provozieren? Dweco wusste doch, wie aufbrausend Ginny's Bruder werden konnte. Warum also hatte er noch Salz in Rons Wunde streuen müssen? Weil er nun einmal so ist, flüsterte eine leise Stimme in ihrem Inneren. Zu dir muss er nett sein, aber deinen Freunden kann er sein wahres Gesicht zeigen. Als Ron wehrlos war, hatte Dweco nichts Eiligeres zu tun, als ihn zu verfluchen. Wenn du nicht dazwischen gegangen wärst, hätte er Ron wer weiß was angetan. Das ist der Dweco Malfoy, wie du ihn kennst und verachtest. Leise seufzte die Gryffindor und verflucht ihre Finger ineinander. Sie hatte vergessen, wie Dweco sein konnte, hatte sich von seiner Freundlichkeit und seinem teils liebevollen Verhalten ihr gegenüber blenden lassen. Der Slythuan trat dicht hinter sie. Augenblicklich begann es in Hermines Hermines Adern zu summen. Seit sie wieder in Hogwarts waren, hatte sie ihn weder umarmt noch geküsst. Der Zaubertrank drängte sie, sich umzudrehen, ihm um den Hals zu fallen, seine fein geschwungenen Lippen zu küssen und ihre Hände durch sein weiches Haar gleiten zu lassen. Doch sie blieb standhaft, presste einzig ihre Finger noch ein wenig enger zusammen. Warum hast du das gemacht, Hermine? Wollte Draco leise wissen und die Griff und auch fühlte, wie verletzt er war. Wovon redest du? Fragte sie gegen die Fensterscheibe. Du hast mich entwaffnet. Hermine flog herum und funkelte ihn an. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du Ron verfluchst. Noch dazu, wo er wehrlos war. Er hat mich zuerst angegriffen, aber das hast du wohl schon vergessen, meinte Draco bitter. Harry hat ihn fest gehalten. Ron konnte sich nicht verteidigen. Warum hast du ihn überhaupt so gereizt? Wir wollten es doch ruhig und sachlich hinter uns bringen, sagte Hermine vorwurfsvoll. Draco zuckte mit den Schultern. Mir war so danach. Ich habe deinen traurigen Blick gesehen, den du Weezy zugeworfen hast und mich gefragt, ob der Rotschauf dir vielleicht hätten wir geheiratet, wenn nicht. Ach, du weißt schon, antwortete sie. Liebst du ihn? Dracos Stimme zitterte leicht. Seine grauen Augen sahen blicklos umher, schien alles zu erfassen, nur nicht das Mädchen, das vor ihm stand. Ja, sagte Hermine schlicht und beobachtete genau seine Reaktion. Dracos Schultern sackten ein wenig nach vorne. Sein Gesicht wurde noch eine Spur blasser, sein Ausdruck verdüsterte sich. Ich liebe ihn, wie mein einen guten Freund eben liebt, vielleicht auch so wie ein Bruder. Ron ist ein Teil meiner Familie, wir haben viel durchgemacht, nie würde ich ihn im Stich lassen, ergänzte sie und wartete gespannt. Jetzt fanden Dracos Augen die ihren. Er straffte sich, die Farbe kehrte in sein Gesicht zurück und ein scheues Lächeln kräuselte sich in seinen Mund Winkeln. Damit kann ich leben. Das konnte er tatsächlich ganz ausgezeichnet. Draco war redlich bemüht, sich seine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Es tat so unglaublich gut zu wissen, dass sie für Weasley keine zärtigen Empfindungen empfand. Weshalb eigentlich? Er wusste ja, dass er Trank ihn eifersüchtig werden ließ, wenn jemand anderer Hermine berührte. Aber ob sie Weasley nun liebte oder nicht, sollte ihm vollkommen gleichgültig sein. War es aber nicht, war es ganz und gar nicht. Dass der Sohn bemerkte, dass Hermine ihn immer noch genau beobachtete. Er legte seine Hände um ihre Hüften, zog sie näher an sich und schenkte ihr ein verführerisches Lächeln. Die Falten auf der Stirn der Gryffindor glätteten sich. Es gefiel ihr außerordentlich, dass Dweco eifersüchtig war, auch wenn sie wusste, dass seine Gefühle nicht echt waren. Hermine schlang ihre Arme um seinen Hals. Einen Augenblick später verschmolzen ihre Lippen zu einem Kuss, der stetig leidenschaftlicher wurde. Schließlich hob Dweco den Kopf und sah schelmisch auf Hermine hinunter. Ist die Antwort immer noch nein? Verwirrt erkundigte sich die junge Hexe nach der Frage. Ob ich deinen Whirlpool ausprobieren darf? Am liebsten natürlich mit dir zusammen, grinste Dweco. Jetzt schmunzelte auch Hermine. Das ist definitiv die beste deiner heutigen Ideen. Kurz darauf fiel die Tür zum Privatbereich der Schulsprecherin hinter ihnen zu. Teil 45 Die letzten Wochen des Schuljahres lagen hinter ihnen. Die UTZ-Prüfungen und alle hatten bestanden. Hermine natürlich mit den besten Noten, die in Hogwarts vergeben worden waren. Auch Ron hatte es geschafft, wenn auch nur knapp. Sein Bruder George hatte immer wieder betont, dass der UTZ-Grad maßlos überschätzt würde und Ron ihn ohnehin nicht als Verkäufer für Scherzartikel brauchen könnte. Doch Hermine hatte es sich nicht nehmen lassen, ihren besten Freund intensiv zu unterstützen, was mehrere Eifersuchsanfälle bei Draco ausgelöst hatte. Zu Beginn hatte Ron alle Hilfe abgelehnt. Er kam nicht über Malfoys Verrat hinweg, wie er es nannte. Doch nachdem er eingesehen hatte, dass Hermine glücklich und entspannt war, wenn sie von Draco kam und schrecklich unter Rons zurückweisung litt, taute er auf. Nur Draco Malfoy wollte er weder unnötig sehen, noch über ihn sprechen. Mit der Zeit traf er sich häufiger mit Lavender und Hermine versicherte ihm mehrfach, dass sie sich sehr für ihn freuen würde. Harry beäugte Malfoy zu Beginn ebenfalls sehr misstrauisch. Ginny lachte ihn dafür aus und beteuerte ständig, dass Draco Hermine niemals etwas antun, sie beleidigen oder gar misshandeln würde. Schließlich musste er zugeben, dass seine Freundin damit natürlich richtig lag und das gelang ihm zunehmend, lockerer mit der Situation umzugehen. Slytherins und Gryffindors reagiert mit unfassbarem Staunen, nachdem die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Von beiden Seiten hagelte es Unverständnis und teils sogar heimische Bemerkungen, worunter insbesondere Draco zu leiden hatte. Doch nach einer Weile beruhigten sich die Gemüter. Einzig Pansy verjielt sich abweisend. Sie stritt sich mehrfach und Schönheit lobte. Und dass Vision ständig unter die Nase rieb, was für einen ausgezeichneten Fang sein Freund gemacht hatte. Draco selbst stand Blaise gebarren zwiespältig gegenüber, freute sich jedoch Pansy endlich losgeworden zu sein. Jetzt stand er vor dem Spiegel und zupfte ein letztes Mal an seiner Fliege. Gleich begann der Abschlussball und übermorgen würde sie der Hogwarts Express endgültig nach Hause bringen. Nach Hause. Draco ließ die Hände sinken. Das hieß ein kleines Haus in einem Londoner Vorort, das sein Vater ihnen gekauft hatte. Obwohl Lucius sich mit Hermine abgefunden hatte, glaubte Draco, dass es ihm lieber war, die Griff und Ohr nicht allzu häufig zu sehen. Natürlich hatte Hermine gegen dieses großzügige Geschenk protestiert. Doch Draco hatte sie schnell von den Vorzügen der eigenen Vier Wände überzeugen können. Sie waren unter sich, brauchten sich nicht zu verstellen und mussten keinem das glückliche Liebespaar vorspielen. Obwohl die Grenzen immer mehr verwischten. Draco entfernte ein imaginäres Haar von seinem schwarzen Anzug und betrachtete seine gepflegten Fingernägel. Es gab Tage, da fühlte er sich so normal und gut an, mit Hermine zusammen zu sein, dass er die Ursache schlichtweg vergaß. Diese Zeiten nahmen zu. Wer weiß, in ein paar Jahren hatte er sich vielleicht so sehr an sie gewöhnt, dass er glauben konnte, sie wären ein richtiges Paar. Über sich selbst den Kopf schüttend, schnitt er seinem Spiegelbild eine Grimasse und machte sich gemeinsam mit Blaze auf den Weg zur großen Halle. Traditionell wurde der Ball durch die Schuhsprecher mit ihren Partnern geöffnet. Unwillkürlich machte Drakos Herz einen Satz, als Hermine graziös auf ihn zuschritt. Sie trug ein grünes Kleid, dazu ein schlichtes in Silbern gefasstes Collier und die dazu passenden Ohrringe. Als äußeres Zeichen ihrer Verbundenheit hatten sie sich darauf geeinigt, jeweils die Farben des anderen Hauses zu tragen. Da die Heringen jedoch einen Schwarzwerschein hatten, war für Drakos nicht viel mehr übrig geblieben, als sich die rot-gold gestreifte Fliege umzubinden. Die Augen der Gryffindor glitten bewundert über seine Gestalt. Ihr Pulsschlag beschleunigte sich, als Drakos sie charmant anlächelte. Sie wollte sich selbst kaum eingestehen, aber im Moment war sie sehr zufrieden mit ihrer Situation. Diese Leidenschaft, die sie mit dem Slytherin verband, würde ihr ganzes Leben lang andauern. Keine gegenseitigen verbalen Verletzungen, kein Streit, keine dieser negativen Erfahrungen, die andere Paare durchmachen mussten. All das würde ihnen erspart bleiben. Hermine sah zu Draco auf und erwiderte zärtlich seinen sanften Begrüßungskuss. An seinem Arm schritt sie zur Tanzfläche und stellte sich neben Ernie Macmillan, der mit Susan Bones gekommen war. Während die Musik einsetzte und Draco Hermine elegant über das Parkett führte, wanderten die Gedanken der Gryphon in die Zukunft. Nach anfänglichem Streuben hatte sich Hermine mit dem Haus abgefunden, das Dracos Vater ihnen gekauft hatte. Dort konnten sie ein halbwegs normales Leben führen. Lucius Melfo hatte sein Versprechen gehalten und seine verbliebenen Beziehungen spielen lassen. Im Herbst würde Hermine im Zaubereiministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung anfangen. Darauf freute sie sich schon sehr. Selbst wenn sie sich sicher war, die Stelle ausschließlich aus eigener Kraft bekommen zu können, so hatte ein wenig Fürsprache nicht schaden können. Draco würde für die Zauberer Bank Greengoats arbeiten und somit ein Kollege von Bill Weasley werden. Mit Geld und dessen Anlagemöglichkeiten kannte sich das Resuen ohnehin aus. Und zudem verfügte er über großes diplomatisches Geschick, zumindest wenn er verreisen musste, um die Auslandsbeziehungen zu festigen, doch man hatte ihnen versichert, dass diese Dienstreisen in der Regel nie länger als drei oder vier Tage andauern würden. Hermine hatte bereits jetzt die Erlaubnis gehalten, Draco auf eigene Kosten zu begleiten, falls sie das wünschte. Natürlich hatte sie dem Personalchef angesehen, dass er sich dachte, dass diese Verliebtheit mit der Zeit nachlassen und das Angebot wahrscheinlich selten in Anspruch genommen würde. Ein ironisches Lächeln überzog für einen Bruchteil einer Sekunde Hermines Gesicht. Doch Draco hatte es bemerkt. Was freust du dich so? Ach, ich habe gerade an unsere Zukunft gedacht, gab die Gürfe noch zu. Erstaunst Draco auf sie hinab. Und die Aussicht auf unser gemeinsames Leben zaubert dir ein Lächeln auf die Lippen? Ich wusste es, du warst schon immer heimlich Hermine prustete los und versetzte ihm einen spielerischen Klops auf die Brust. Du hast mich durchschaut. Mein größter Traum war es mal, einen Quidditch Kapitän abzuschleppen, weil ich den Sport so überaus faszinierend finde. Jetzt feikste auch Draco über das ganze Gesicht. Es war in Hogwarts kein Geheimnis, dass die belesene Miss Granger für Quidditch nichts übrig hatte und nach Möglichkeit niemals alleine einen Besen bestieg. Dennoch gefiel ihm die Vorstellung, Hermine könnte tatsächlich in ihn verliebt sein. Beängstigend gut. Der Slytherin sah über den Kopf seiner Partnerin hinweg und beobachtete, wie immer mehr Paare die Tanzfläche betraten. Ronald Weasley führte Lavender Brown mehr mit Eifer als mit Eleganz über das Parkett. Der Rotschopf steuerte in ihre Richtung und instinktiv drückte Dragory Hermine empfinden. Dennoch blieb Draco in der Anwesenheit des Gryffindors stets wachsam. Völlig unnötiger Weise, wie er sich immer wieder vorsagte. Selbst wenn Hermine wollte, sie könnte Draco gar nicht betrügen. Doch gegen den Drang seine Freundin zu beschützen, kam das Slytherin nicht an. Es war schon merkwürdig, welche Gefühle der Trank mit der Zeit in ihm weckte. Mittlerweile gingen sie weit über sexuelle Leidenschaft und höflichen Umgang hinaus. Eine Hand wedelte vor seinem Gesicht und riss Draco aus seinen Tagträumen. Antwortest du mir heute auch noch? fragte Hermine und musterte ihn streng. Entschuldige, ich habe mir gerade vorgestellt, wie du den am besten aussehenden Quidditch-Kapitän abschleppst, den es in Hogwarts je gegeben hat. Erwiderte Draco mit einem schiefen Grinsen. Typisch, dabei habe ich wissen wollen, ob du gleich mit mir an die Bar gehst und einen Cocktail aber natürlich mein Herz, ich wüsste nicht, was ich lieber täte, versicherte er hastig. Hermine warf ihm einen schrägen Blick zu. Er wusste, dass sie große Namen nicht aufstehen konnte, außer wenn er sie kleine Hexe nannte. Draco hingegen machte es Spaß, sich alle möglichen und vor allem unmöglichen Namen für sie auszudenken. So konnte er sie ein wenig necken, ohne dass es schmerzhafte Konsequenzen nach sich zog. Außerdem war es nicht so nüchtern, als wenn er sich ständig mit ihrem Vornamen ansprach. So redeten sich alle auf der Schule an, aber für ihn war es ein Privileg, sie anders zu nennen. An der Cocktailbar teilten sie sich einen Wizard-Lover. Das Getränk war eine Erfindung von Samus Finnegan und Draco fragte Hermine leise, ob sie sicher sei, dass das Gesöffn nicht explodieren würde. Die Frage war durchaus berechtigt, denn der türkiswarbene Cocktail brodelte leicht vor sich hin und die übergroße Sahnehaube, die ihn bedeckte, geriet in Zwanken. Hermine nippte vorsichtig an den Strohhalm und nickte begeistert. Absolut fantastisch, urteilte sie, fruchtig, sahnig und prickelt wie Brause-Bombo aus. Nachdem auch Draco probiert hatte, grinste er Samus, der hinter dem Tresen stand, breit an. Herzlichen Glückwunsch, Finnegan, da hat wohl einer seine Berufung gefunden. Der Gryffindor sah überrascht aus. Ein Kompliment aus deinem Munde, Malfoy? Dann zwinkerte Hermine offen zu und Draco hatte das untrügliche Gefühl, dass er ihr damit etwas zu verstehen geben wollte, was sich dem Slytherin nicht erschloss. Sogleich sang seine Laune und er kniff die Lippen zusammen. Hermines Hand streichelte über seinen Unterarm und in dem Moment, als Samus Finnegan sich abwandte, um andere Gäste zu bedienen, flüsterte sie, damit will er sagen, dass du dich unter meinem Einfluss gut entwickelt hast. Was heißt hier unter deinem Einfluss? Ich war schon immer ein gut erzogener, höflicher und zuvorkommender Mensch, meinte Draco selbstsicher. Schmunzeln hoch bei Mine beide Augenbrauen. Tatsächlich? Du musst aber zugeben, dass du das jahrelang verdammt gut verborgen hast. Wenn du danach gesucht hättest, wärst du sicherlich fündig geworden, ließ Draco nicht locker. Der Gesichtsausdruck der Gryffindor wurde ernst, fast feierlich, als sie antwortete, aber ich habe deine guten Seiten doch längst entdeckt. Draco verengte die Augen und sah Hermine misstrauisch an, suchte einen Hinweis, ob sie ihre Worte ehrlich meinte oder ob sie das nur sagte, um keine Magenschmerzen zu bekommen. Es ist die Wahrheit Draco, bekräftigte Hermine, die seinen Blick richtig gedeutet hatte. Ich mag dich wirklich, kaum zu fassen, aber so ist es nun mal, setzte sie mit klopfendem Herzen hinzu. Draco glaubte ihr und während sein Blutschneller durch seine Adern rauschte, schenkte er ihr sein liebevollstes Lächeln. Ein Stück entfernt standen Harry und Ginny am Rande der Tanzfläche. Sie beobachten das Paar, das so gegensätzlich schien und doch so gut miteinander harmonierte. Wenn man die beiden so anschaut, kommt man nicht auf die Idee, dass ihr Verhältnis erzwungen ist, wisperte Harry seiner Freundin zu. Sie gewöhnt sich immer mehr aneinander, zumal sie sich jetzt auch nicht mehr vor den anderen verstecken müssen. Wer weiß, vielleicht sind die Magenschmerzen eines Tages nur noch eine vage Erinnerung und sie empfinden echte Gefühle füreinander. Harrys Brille rutschte ein Stück den Nasenrücken hinunter, als sein Kopf herumflog und er sagte, du glaubst also, sie werden sich ineinander verlieben? Ich hoffe es, Harry, antwortete Ginny leise. Ich hoffe es sehr. Teil 46 22. Kapitel Sechs Jahre später Der Duft der gegrillten Steaks breitete sich in dem kleinen Garten aus, der sich an das Häuschen anschloss, das Hermine und Draco am Rande von London bewohnten. Auf der Terrasse, von der man in das behaglich eingerichtete Wohnzimmer blicken konnte, unterhielten sich gerade angeregt die eingeladenen Gäste. Sie stellte Salat und frisches Brot auf den magisch vergrößerten und liebevoll eingedeckten Tisch. Dazu reichte sie selbstgemachte Kräuterbutter. Ginnys Hilfsangebot lehnte sie kategorisch ab. Die Geburt ihres ersten Babys würde nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen und die Hitze des Julitages machte Ginny sichtlich zu schaffen. Obwohl Hermine schon morgens die Markise ausgefahren hatte, war es sehr warm auf der Terrasse. Sie schenkte ihrer Freundin ein Glas eiskalter Limonade ein und lächelte ihr aufmunternd zu. Nach dem Schulabschluss war Ginny zunächst als Jägerin der Hollyhead Harpies geflogen, bevor sie Harry das Ja-Wort gab. Harry arbeitete für das Ministerium als Auron, so wie er sich das immer gewünscht hatte. Es gab genug dunkle Gestalten, die versuchten Lord Voldemort nachzueifern, auch wenn zum Glück bisher keine auch nur Anja an dessen magische Fähigkeiten erreicht hatte. Lass das Ron, sagte Lavender energisch und gab ihrem Mann einen kleinen Klaps auf die Finger. Schuld bewusst zog der Getaddelte die Hand zurück, die eben nach der obersten Kirschtomate in der Salatschüssel greifen wollte. Sie sollte für dich sein, entschuldigte er sich mit einem Grinsen, dass Lavenders Gesichtsausdruck sofort weicher wie Hermine immer wieder feststellte. Mittlerweile arbeiteten beide für Weestys zauberhafte Zauberscherze und der jährliche Umsatz stieg kontinuierlich an. Während Ron sich gemeinsam mit George neue Artikel ausdachte, waren Lavender für die Buchhaltung und George Frau Angelina für den Verkauf nach Übersee verantwortlich. Ron mochte Draco immer noch nicht besonders, aber mittlerweile schaffte er es ganz gut, sich dem Siserwin gegenüber neutral zu verhalten. Zuletzt an Dracos Freundschaft mit Tim Bishop einem waschechten Muggel. Tim und Draco hatten sich bei ihrem ersten Treffen anlässlich Hermines Geburtstagsfeier im letzten Jahr auf Arnie Blenden verstanden. Als Ron sein Erstaunen gegenüber seiner Freundin ausdrückte, dass Draco Malfoy mit einem nicht magischen Menschen verkehrte, hatte Hermine über beide Wangen gestrahlt. Ich habe Draco zu seinem Geburtstag einen Gutschein für einen Rundflug in einem kleinen Flugzeug geschenkt. Dabei haben sie sich kennengelernt. Tim besitzt eine Kessner und Draco liebt es, mit ihm in die Lüfte aufzusteigen. Die beiden mochten sich sofort und das zeigt mir, dass Draco wirklich alle an erzogenen Vorurteile überwunden hat. Stolz schwang in ihrer Stimme mit und Ron nickte versöhnlich. Von dem Tag an hatte sich sein Verhalten Draco gegenüber deutlich gebessert. Manchmal wunderte sich Hermine selbst, wie locker ihr Lebensgefährte geworden war. Ihr Haus war mit allen technischen Errungenschaften der nicht magischen Welt ausgestattet. Kein Muggel würde je auf die Idee kommen, sich in einem Zaubererhaushalt zu befinden. Das war Draco wichtig. Denn bei aller Freundschaft zu Tim wollte er vor ihm damit geprahlt, wenn er sich überhaupt dazu herabgelassen hätte, mit einem Muggel zu sprechen. Hermines Freunde wussten darüber Bescheid und zauberten nicht, wenn Tim ebenfalls anwesend war. Zumal der gut aussehende blonde junge Mann beinahe jedes Mal ein anderes Mädchen als seine Freundin präsentierte. Und das hätte den Kreis der Eingeweihten über die Existenz von zwei Welten schlicht weg gesprengt. Derzeit war Tim ausnahmsweise solo, nachdem seine Freundin ihn letzte Woche mit einer anderen erwischt hatte. Was soll ich machen, Hermine? fragte er grinsend in die Runde. Die Frauen lieben mich und ich sie. Noch fühle ich mich nicht bereit, mich auf eine festzulegen, obwohl ich bei dir schon eine Ausnahme machen könnte. Tim lachte breit und zwinkerte Hermine mit strahlenden blauen Augen sagte Draco streng. Er trat an den Tisch, den Teller hochbeladen mit köstlich duftenden Steaks. Die Zinken der Fleischgabel zeigten nun auf Tims Kehle. Wenn dir unsere Freundschaft etwas bedeutet, dann lässt du deine Finger von Hermine verstanden, du alter Schwere Nöter? Draco lächelte verkniffen, doch seine Augen blickten seinen Freund kühl an. Sofort hob Tim beschwichtigend die Hände. Mensch, ich weiß doch, dass Hermine verbotenes Territorium ist, aber ein bisschen flirten wird doch erlaubt sein. Nein, antwortete Draco Isaac, entfernte aber die Gabel wieder aus Tims Reichweite. Der blonde Nichtmagier verdrehte die Augen. Euer Freund ist ja ein toller Kerl, aber wenn es um seine Partnerin geht, versteht er keinen Spaß, also ich kann mir gar nicht vorstellen, immer nur an einem Tisch zu speisen. Die anderen sahen ihn kopfschüttend an. Wir sind bis auf Draco alle verheiratet, Tim. Gieß sich Harry zu einer Erklärung ab und fühlen uns gut damit. Tim schnaubte. Warum bist du dann eigentlich mit Hermine noch nicht vor den Traueralltag getreten, Draco, wenn du sie doch sowieso nicht mehr hergeben willst? Bedrückende Stille senkte sich plötzlich über den Tisch. Draco warf Tim einen bösen Blick zu, ehe er zu Hermine sah. Doch die hatte den Kopf gesenkt und rührte konzentriert den Salat um. Sag mal, hast du noch mal was von Blaze gehört? warf Lavender ein und erntete von Draco ein dankbares Lächeln. Leider nicht. Wir haben uns aus den Augen verloren. Ich weiß nur, dass er in Edinburgh lebt und mit Whisky handelt. Jedenfalls hat seine Mutter das der Meinen erzählt. Vielleicht triffst du ihn nächste Woche, wenn wir fliegen. Warf Tim ein. Hermines Kopf ruckte nach oben. Du fliegst nach Edinburgh? Für drei Tage. Gab Draco zu. Und wann hast du gedacht, mir das mitzuteilen? Schatz? Sie war sauer. Schatz nannte sie ihn nur, wenn sie wütend auf ihn war. Schuld bewusst verteilte Draco die Steaks. Ich weiß es selbst erst gestern, murmelte er. Sorry Darling, heute Abend wollte ich mit dir darüber sprechen. Mit zusammengekniffenen Lippen akzeptierte Hermine die Entscheidung. Sie hasste derartige Überraschungen. Es nervte sie, dass Green Gods erst oft kurz vorher Bescheid gab, bevor sie Draco auf eine Reise schickten. Hermine hatte ihn in den vergangenen Jahren nur zweimal begleitet, weil Dracos Aufenthalte jeweils 14 Tage dauern sollten. Sie waren mit ihm gemeinsam in China und Südamerika gewesen. Bei den übrigen Dienstreisen handelte es sich meistens um Kurztrips von zwei bis drei Tagen. Mittlerweile hielten sie eine Teilung von einer Woche aus. Längere hatten sie bisher nicht riskieren wollen. Ein einziges Mal war es jedoch verdammt knapp gewesen. Als es zu einer Verzögerung kam, kehrte Draco erst nach neuneinhalb Tagen zurück. Wie dem Verdursten nahe, hatten sie sich aufeinander gestürzt und leidenschaftlich geliebt. Schmerzen hatte Hermine jedoch nicht gehabt. Das mulmige Druckgefühl in ihrem Bauch rührte von der Angst her, Draco könnte etwas zugestoßen sein. Als er endlich nach Hause kam, glaubte sie ihm anzusehen, dass sein Magen ihm sehr wohl Probleme bereitete. Doch sie sprachen nie darüber. Er liebte sie nicht, würde es niemals tun. Mit keinem Wort hatte er je erwähnt, dass er sie mittlerweile mochte. Hermine seufzte unhörbar, als ihr Blick Ginny und Lavender streifte. Die wussten, wie viel sie ihren Männern bedeuteten. Damals in Hogwarts hatte Draco ihr klar gesagt, dass er sie nicht heiraten würde, weil er sonst hätte er sie längst gefragt. Außerdem bestätigte der böse Blick, den er Tim zugeworfen hatte, ihre Vermutung. Wie hätte sie ihn auch anders deuten sollen? Wehmütig zerschnitt Hermine das Fleisch auf ihrem Teller und begann zu essen. Teil 47 Am späten Nachmittag verabschiedeten sich Ron und Lavender. Tim brach kurz nach ihnen auf. Vorher verabredete er mit Draco, dass er am Donnerstagmorgen zum Hangar kommen sollte. Der Rückflug war für Samstagabend geplant. Das fand Hermine zwar etwas ungewöhnlich, wo doch Dienstreisen bei Green Woods normalerweise ausschließlich unter der Woche stattfanden. Doch Tim grinste süffisant und meinte, Draco und ich wollten noch in einen Pub oder glaubst du etwa er hat was mit einer anderen am Laufen? Nein, natürlich nicht, beeilte sie sich zu versichern. Tim lachte etwas gekünstelt. Misstrauisch blickte Hermine zu Draco, der sich plötzlich ganz darauf konzentrierte, sein Glas wieder aufzufüllen. Sie nahm das fast unmerkliche Nicken wahr, das Harry ihr schenkte und wusste, dass ihr Freund Draco bei der nächsten Gelegenheit darauf ansprechen würde. Trotz Hermines Protest ließ es Ginny sich nicht nehmen, ihr beim Aufräumen zu helfen. Währenddessen brachte Draco seinen Freund Hermine ihren Zauberstab aus seinem Versteck und wenig später war alles wieder blitz sauber. Ich finde es großartig, dass Draco und Tim einen guten Freund gefunden hat, begann Ginny. Er ist zwar ein Halodri, aber er tut ihm gut. Sie lehnte sich gegen die Küchenzeile und verschränkte die Arme. Was ist los mit Hermine? Du wirkst heute so abwesend. Ihre Freundin strich sich eine, der lockigen Haarsträhne aus der Stirn, die sich sofort wieder an ihrem Platz zurückkringelte. Da gibt es tatsächlich etwas, das mich bedrückt. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, es dir zu sagen. Ginny nickte verstehend. Geht es um Draco? Auch gab Hermine zu. Ich glaube, ich brauche deinen Rat. Draco fliegt am Donnerstag nach Schottland. Hast du am Freitag Zeit? Bedauern schüttelte Ginny den Kopf. Tut mir leid, da sind wir bei meinen Eltern eingeladen. Wie wäre es mit Samstag? Wir könnten Mittag essen gehen. Gute Idee, stimmte Hermine zu. Draco kommt erst spät abends oder in der Nacht zurück. Auf der Terrasse rückte Draco die Stühle zurecht. Mit einem Schlenker seines Zauberstabs säuberte er den Grill und zuckte zusammen, als Harry ihn von hinten ansprach. Sag mal, ist zwischen dir und Hermine alles in Ordnung? Natürlich, wie immer, antwortete Draco. Harry Potter sah nicht überzeugt aus. Draco, ich kenne dich nun schon eine ganze Weile und ich sehe doch, dass sich der Schuh drückt. Verwirrt runzelte der blonde Zauberer die Stirn. Bestimmt nicht, Art, schmunzelte Harry. Ich meine, du wirkst heute auf mich irgendwie verunsichert, beinahe schwermütig. Kann ich dir irgendwie helfen? Ein leises Stöhnen entfich Draco und er warf einen Blick zur Gästetür des Wohnzimmers. Weder von Hermine noch von Ginny war etwas zu sehen. Dennoch senkte er seine Stimme. Wem hast du es angestellt, als du um Ginny's Hand angehalten Dann antwortete er ernst. Wir haben uns geliebt und wir waren uns immer einig, das weitere Leben miteinander zu teilen. Eines Tages habe ich sie zum Essen eingeladen und gefragt. Meinst du, glaubst du, stotterte Draco. Ich weiß nicht, wie Hermine auf einen Antrag reagieren würde, aber wenn du sie beabsichtigst zu fragen, dann sollte es einen passenden Rahmen haben. Was schlägst du Hermine ist eher der konservative Typ. Ein Dinner bei Kerzenscheinen würde ihr wahrscheinlich gefallen. Da du nicht auf die Galleonen gucken musst, würde ich dir das Essen bei Sauterbys empfehlen. Draco schnaufte. Ich wollte Hermine eigentlich noch in diesem Jahr um ihre Hand bitten. Selbst wenn ich heute noch einen Tisch reserviere, dauert das fast sechs Monate. Gönnerhaft klopfte Harry dem Blonden auf die Schulter. Du hast Glück, du kennst mich. Ich denke, da lässt sich etwas arrangieren. Wann würdest du denn gerne? Sonntag, antwortete Dweco nach einem kurzen Zögern. Samstag komme ich aus Schotter zurück. Bringe bloß keinen protzigen Verlobungsring mit, riet Harry. Darauf steht Termine bestimmt nicht. Hatte ich auch nicht vor, brummte Dweco. Was hatte ich ungestimmt? fragte der dunkelhaarige Zauberer neugierig. Du wolltest doch nie heiraten. Keine Ehe, keine Kinder, so war das doch, oder? Man wird ja wohl seine Meinung ändern dürfen, knurrte Dweco, der kein Interesse daran hatte, sein Gefühlsleben vor dem Aura auszubreiten und das auch noch zu begründen. Selbstverständlich, lenkte Harry ein. Ich finde es jedenfalls großartig und vielleicht wollt ihr natürlich wollte er Kinder mit Hermine. Mittlerweile hatte er sich mit dem Gedanken nicht nur angefreundet, es war ihm jetzt wichtig geworden. Doch zunächst musste er seine Partnerin überzeugen, ihn zu heiraten. Und du bist sicher, dass das mit der kurzfristigen Tischreservierung bei Sauterbeiß gelingt? Hakte er nach. Absolut, bestätigte Harry aufgeräumt. Lass mich nur machen. Am frühen Donnerstagmorgen zog Draco Hermine zum Abschied in seine Arme und küsste sie zärtlich. Er vergub seine Nase in ihrem Haar, berauchte sich an ihrem Duft. Harry hatte ihm per Ollenpost mitgeteilt, dass er für Sonntagabend einen Tisch für zwei Personen im Sauterbeiß reserviert hatte. Hin und wieder hatte es noch Vorteile, der Auserwählte gewesen zu sein, hatte Harry geschrieben. Draco war ihm wirklich dankbar. Für seinen Antrag hätte er sich keinen besseren Ort wünschen können. Plötzlich klammerte sich Hermine so fest an ihn, dass er glaubte, seine Rippen knacken zu hören. Geh nicht, Draco, mummelte sie gegen den Kragen seines Trenchcoats. Ich bin doch übermorgen schon wieder zurück, versuchte er sie zu beruhigen. Ach Draco, ich Er will sich in Edinburgh mit einem Freund treffen und da es mit meiner Reise gut passt, wollten wir zusammen hinfliegen, behauptete Draco hart am Rande der Wahrheit. Er hatte tatsächlich Geschäftstermine für Green Gods zu erledigen, aber am Samstag wollte er zu Bellamy und Carter, dem renommiertesten magischen Juwelengeschäft in ganz Schottland. Tim sollte ihm bei der Auswahl der Ringe helfen. Deshalb war Draco zum Glück war das nicht passiert und auf Harrys Verschwiegenheit konnte erzählen. Draco wollte Tim unbedingt bei dem Kauf der Ringe dabei haben. Der junge Mann besaß ein ausgezeichnetes Auge dafür, was Frauen gefiel und Draco wusste, dass er sich auf sein Urteil verlassen konnte. Er selbst war allein bei dem Gedanken, die Eheringe auszusuchen so aufgeregt, dass er sich sicher war, alles zu verderben. Sanft verspreche ich dir, dass ich auf mich aufpassen und gesund zu dir zurückkehren werde. Für Sonntagabend habe ich nämlich eine Überraschung für dich vorbereitet und die will ich mir keinesfalls entgehen lassen. Ein wenig gequält lächelte Hermine ihm zu, bevor sie sich ein letztes Mal küssten. Seine geschäftlichen Termine verliefen so gut, wie Draco es erwartet hatte, vollkommen problemlos. Sein Arbeitgeber konnte ein weiteres Mal stolz auf ihn sein, auch wenn Kobolde mit Lob jeglicher Art sehr sparsam umging. Am Samstag Vormittag apparierte Draco in die Nähe des Juweliergeschäftes. Er war absichtlich etwas zu früh dran, um dem Besitzer vorzuwahren, dass gleich ein Muggel sein Geschäft betreten würde. Mit Klopfen im Herzen sah Draco auf die Schaufenster, in denen erlesene Schmuckstücke und Uhren aufgestellt fahren. Die schmiedeeiserne Klinke fühlte sich kalt an, als er sie hinunterdrückte und die Tür aufstieß. Ein kleines Glöckchen kündigte sein Eintreten an und ein alter, magerer Zauberer mit einem kleinen Kinnbärtchen und einer übergroßen Brille erschien im Verkaufsraum. Draco stellte sich vor und nannte sein Anliegen. Wo ist denn ihre Verlobte? Kommt sie noch? fragte Mr. Carter entpuppte. Das ist etwas delikat, begann Vaco. Sie ist leider verhindert. Stattdessen hat mein Freund sich bereit erklärt, mich bei der Auswahl zu unterstützen. Da gibt es nur ein kleines Problem. Er ist ein Muggel und weiß natürlich nichts von der magischen Welt. Führen sie bitte also keinen Zauber aus, während er hier ist. Mr. Carter nickte verstehend. Selbstverständlich. Kennen sie die benötigte Größe für ihre Verlobte? Aus der Innentasche seines dünnen Mantels holte Draco ein kleines Kästchen hervor und überreichte es dem Zauberer. Da drin ist einer ihrer Ringe. Er passt genau. Der Verkäufer war zufrieden. Ist ihr Freund blond? Wollte er wissen. Ja, weshalb? Fragte Draco irritiert. Mr. Carter zeigte zum Fenster. Da draußen steht er. Sie müssen ihn schon hereinbitten. Von selbst wird er es nicht finden. Durch die blitzblank geputzten Scheiben sah Draco, wie Tim sich suchend umschaute. Er stand auf, kloppte von innen gegen das Fenster und winkte. Doch sein Freund reagierte nicht. Er kann sie weder sehen noch hören. Er klärte Mr. Carter und eine leichte Ungeduld schwang in seiner Stimme mit. Die Fassade ist selbstverständlich magisch verändert. Darauf hätte ich auch selbst kommen können, schimpfte Draco mit sich. Er öffnete die Tür und trat nach draußen auf den Bürgersteig. Tim, ich bin schon hier. Der Angesprochene fuhr herum und sah seinen magischen Freund entsetzt an. In dieser Bruchbude willst du Ehringe kaufen? fragte er sichtlich erschüttert. Die Auslagen sind leer und verstaubt. Die Scheiben sind fast schwarz vor Dreck vielleicht solltest du lieber einen Ring aus einem Kaugummi Automaten vorziehen. Draco lächelte. Das ist nur Tarnung wegen möglicher Diebe. Komm jetzt. Staunt betrat Tim das Geschäft und betrachtete von innen das Schaufenster. Die Schmuckstücke liegen ja alle falsch herum. Von draußen sieht man die doch sowieso nicht. Aber die Idee ist schon genial. Das Gebäude von außen so marode wirken zu auf einem rot gepolsterten Sofaplatz. Die nächste Stunde verging damit, dass der Geschäftsinhaber ihnen die verschiedensten Ringe zeigte. Nach heißen Diskussionen entschied sich Dweco für ein Paar aus Weißgold mit einem zierlichen umlaufenden Muster. Das wird dir gefallen, meinte Tim zuversichtlich. Wann willst du sie denn fragen? Morgen Abend. Was? Morgen schon? Aber die Ringe sind doch noch gar nicht fertig. Das geht bei uns ganz schnell, sagte Mr. Carter und verschwand. Er kann sie doch unmöglich mal eben weiten, zweifelte Tim, der die Proberinge noch nicht einmal auf den kleinen Finger stecken konnte. Warte es doch einfach ab, schmunzelte Dweco. Wenig später hörten sie, wie ein Hammer auf ein Stück Metall geschlagen wurde und kurz darauf ein Geräusch, als wäre eine Kiste Nägel umgefallen. Dweco biss sich auf die Lippen. Mr. Carter tat nach seinem Empfinden wohl alles, damit Tim glauben konnte, er werkle an den Ringen herum. Dabei wusste Dweco genau, dass Juweliere, spezielle Zaubersprüche zum Weiten, Verengen oder Biegen von Metallkanten. Tim staunte, als Mr. Carter mit den bearbeiteten Ringen bald danach erschien. Dwecos passte perfekt und auch Hermines hatte genau die Größe des Musters. Wie haben sie das gemacht? Wollte Tim wissen. Das grenzt ja an Zauberei. Mr. Carter lächelte ein wenig. Betriebsgeheimnis. Dweco bedankte sich überschwänglich und zog den immer noch überrascht wirkenden Tim aus dem Laden. Draußen empfing sie ein heftiger Wind. Besorgt blickte Dweco zum bleigrauen Himmel hoch. Meinst du nicht, es wäre besser, jetzt schon nach London zurück zu fliegen? Sein Freund winkte ab. Ich habe noch eine Verabredung, die kann ich mir nicht entgehen lassen. Es bleibt dabei, wir treffen uns um 20 Uhr auf dem Flugplatz. Die steife Brise und die paar Gewitterzellen umfliege ich locker. Gewitterzellen? Wiederholte Dweco nervös. Keine Sorge, ich verfolge die Wetterentwicklung auf dem Radar. Riskieren werden wir nichts. Hermine reißt mir den Kopf ab, wenn dir etwas passiert. Die Gefahr besteht allerdings, kannst du deine Verabredung nicht verschieben? Versuchte Dweco es erneut. Unmöglich, erwiderte Tim. Wie heißt sie denn? Wollte Dweco mehr aus Höflichkeit als aus echtem Interesse wissen. Shirley, antwortete sein Freund mit einem merkwürdigen Glatz in den Augen. Ich denke, dieses Mal hat es mich echt erwischt. Das glaubte Dweco zwar nicht unbedingt, wollte seinem Freund diese Chance jedoch nicht verderben. Also schlug er den Kragen seines Trenchcoats hoch, verabschiedete sich von Tim und ging. Ihm war die Idee gekommen, seinem Vater eine Flasche echten schottischen Feuer Whisky mitzubringen. Wenig später betrat er das Geschäft von Alistair McKinley, einem weit über die Grenzen Schottlands hinaus bekannten Whisky Hersteller. bereits leicht beschwipst und konnte sich nicht entscheiden. Falls du einen für deinen Vater suchst, empfehle ich dir den Glenlochie, sagte eine vertraute Stimme hinter ihm. Dweco fuhr herum und starrte einen Augenblick verwirrt auf die blendend weißen Zähne von Blaze Sabini. Blaze stieß er hervor und umarmte seinen Freund fest. Wir haben uns ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das sollten wir feiern, sofern du Zeit hast. Um 20 Uhr muss ich am Flugplatz sein. Bis dahin bin ich frei, antwortete Dweco erfreut. Flugplatz? echote Blaze und hob erstaunt eine Augenbraue. Erzähle ich dir später, lass uns was essen gehen, schlug Dweco vor. Er bezahlte den von Blaze empfohlenen Whisky und wartete, bis sein Schulfreund seine Geschäfte mit McKinley erledigt hatte, für den er die Spirituosen weltweit verkaufte. Eine knappe halbe Stunde später saßen sie in einem gemütlichen Pub, tauschten Erinnerungen aus und erzählten sich, wie es ihnen nach der Schule ergangen war. Etwa zur gleichen Zeit traf sich Hermine in London mit Ginny. Auch hier war es heute für die Jahre Zeit recht kühl, wenn auch der Wind nicht ganz so stark tobte wie in Schottland. Die beiden Frauen ließen er sie schmecken und redeten über Belangloses. Ginny wusste, dass Hermine Zeit brauchte und sich wahrscheinlich erst öffnen würde, wenn sie den Cappuccino vor sich stehen hatte. Nervös löffelte Hermine ein wenig von dem Milchschaum ab und steckte ihn sich in den Mund. Ihr Hals fühlte sich trocken an und sie glaubte, alle Anwesenden müssten das Schlagen ihres Herzens hören. Doch Hermine musste einfach darüber sprechen, sonst würde sie daran ersticken. Wie sollte sie am besten beginnen? Sie starrte auf ihr Getränk und sagte direkt, ich glaube, ich bin schwanger. Ginny hatte gerade ihren Milchkaffee zum Mund geführt. Prompt verschluckte sie sich. Sie hustete und würgte, während ihr die Tränen in die Augen stiegen. Irritiert blickte Hermine auf. Wäre das so Nein, quetschte Ginny hervor und rang nach Luft. Überhaupt nicht, aber wie kann das sein? Du nimmst doch diesen Trank. So gleich nickte Hermine. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber meine Periode ist schon eine Weile überfällig. Traurig begann sie ihren Cappuccino zu rühren. Dabei erzählte sie, dass vor wenigen Wochen ihre Vorräte aufgebraucht und einige Tage vergangen waren, bis sie einen neuen Trank gebraut hatte. Natürlich wusste Dweco davon, aber er wollte trotzdem mit mir schlafen. Wird schon nichts passieren, meinte er. Hermine schniefte und wischte sich über die Augen. Das ist doch eigentlich unmöglich, von ein oder zweimal. Verwundert schüttete Ginny ihren Kopf. Du erwartest doch jetzt nicht ernsthaft von mir, dass ich dich aufkläre, wie schnell eine Frau schwanger werden kann, wenn alles passt, oder? Seufzend umklammerte Hermine den Döffel und schwieg. So weit über den Tisch gebeugt, wie es ihr Bauch zuließ, fragte Ginny, willst du dieses Kind? Erschrocken sah Hermine sie an. Selbstverständlich, wo denkst du hin? Aber ich habe Angst, es Dweco zu sagen. Was ist, wenn er es ablehnt? Kann ich mir nicht vorstellen, sein, sagte Ginny hastig. Dafür bedeutest du ihm zu viel. Skeptisch musterte Hermine ihre Freundin. Meinst du, in all den Jahren hat er nie etwas in der Richtung zu mir gesagt. Er ist doch nicht gerade der Typ, der sein Herz auf der Zunge trägt, stellte Ginny fest. Aber ich sehe, wie er dich anschaut, wie er von dir spricht. Ich bin sicher, liebt dich. Und vielleicht wird er erst dir gestehen, wenn du ihm von dem Kind erzählst. Aber zuvor solltest du dir wirklich sicher sein. Ginny war plötzlich gar nicht mehr zu bremsen. Gleich gehen wir in eine Apotheke und holen so einen Muggelschwangerschaftstest. Den machst du morgen früh. Kann ich den nicht gleich durchführen? Wollte Hermine wissen, die schlagartig ungeduldig wurde. Es sollte der Morgenurin sein, belehrte sie Ginny, die diesen Test schon selbst ausprobiert hatte. Und wenn mich Draco dabei erwischt? zitterte Hermine. Bis dahin wird er wieder zu Hause sein. Dann sagst du es ihm einfach früher als gedacht, grinste Ginny. Der Nachmittag ging langsam in den Abend über. Draco sah auf seine Uhr. Der Regen klatschte gegen die Fensterscheiben der Wirtschaft und der Wind pfiff um das Gebäude. Die Elemente hatten sich entgegen seiner Hoffnung nicht beruhigt. Vielleicht solltest du heute Nacht noch hier bleiben, sagte Blaze mit Blick auf das Fenster. So einer Mogelflugkiste traue ich ohnehin nicht. Tim ist ein ausgezeichneter Pilot, verteidigte Draco seinen Freund. Er würde kein Risiko eingehen. Außerdem war ich jetzt lange genug von Hermine getrennt. Blaze sah ihn durchdringend an. Du liebst sie, stellte er fest. Für einen Moment presste Draco die Lippen zusammen, ehe er antwortete, das tue ich. Morgen will ich ihr einen Heiratsantrag machen. Die Ringe habe ich heute gekauft. Verlegen holte er das Schmuckkästchen hervor und legte es vor Blaze auf den Tisch. Der öffnete es und stieß einen leisen Pfiff aus. Darauf wartet sie bestimmt schon sehnsüchtig. Vermutete Blaze, schloss das Kästchen wieder und schob es zur Seite. Nein, mein Freund, die Gefühle sind einseitig. Sie liebt mich nicht. Antwortete Draco betrübt. Blaze stutzte. Was macht dich da so sicher? Bei einer meiner Dienstreisen kam es zu einer Verzögerung und ich war nicht rechtzeitig zu Hause. Mein Magen hat sich überhaupt nicht beschwert, noch nicht einmal gezwickt. Daran habe ich endgültig gemerkt, dass ich sie liebe. Draco machte eine kleine Pause, ehe er traurig fortfuhr. Sie ist sofort über mich hergefallen. Ich habe ihr angesehen, wie schlecht es ihr ging. Hast du mit ihr darüber gesprochen? Fragte Blaze sachlich. Draco schüttete den Kopf. Also weißt du gar nichts, brachte der dunkle Zauberer es auf den Punkt. Vor kurzem ist der Verhütungstrank ausgegangen. Ich habe sie regelrecht verführen müssen, damit sie trotzdem mit mir schläft. Sie hatte große Angst davor, ein Kind von mir zu bekommen. Die hätte sie nicht, wenn ich ihr etwas bedeuten würde. Ergänzte Draco. Warum wolltest du denn unbedingt mit ihr schlafen? Fragte Blaze interessiert. Irgendwie fand ich es aufregend, dass die Möglichkeit bestand, sie zu schwängern. Dann würde sie mich bestimmt heiraten. Was das angeht, ist Hermine ziemlich konservativ. Ich stand schon einmal kurz davor, den Trank wegzuschütten und durch eine andere Flüssigkeit zu ersetzen. Dann habe ich mich aber doch nicht getraut. Das wäre ein Vertrauensbruch gewesen, den sie mir wahrscheinlich nie verziehen hätte. Allerdings stimmte Blaze zu. Doch du solltest ihr unbedingt deine Gefühle offenbaren. Frage sie nicht wie sehr du sie liebst und dass du mit ihr eine Familie gründen möchtest. Dweco stöhnte. Und noch was, setzte Blaze grinsend hinzu. Lade mich gefällig zur Hochzeit ein. Nachdem Dweco das zugestimmt hatte, sah er ein weiteres Mal auf die Uhr. Die Zeit drängte. Hastig erhob er sich, umarmte Blaze, der jedwige Beteiligung an der Rechnung kategorisch ablehnte. Viel Glück und grüß Hermine von mir. Das mache ich, versprach Dweco. Er trat vor die Tür des Pubs. Fernes Donnergrollen war zu hören. Der Wind zerzauste sofort sein Haar und der Regen traf sein Gesicht. Dweco schloss die Augen und dachte an den Flugplatz. Er begann sich zu drehen und war einen Augenblick später verschwunden. Mitten in der Nacht wachte Hermine auf. Die Betthälfte neben ihr war unberührt. Sie stand auf und schaltete das Licht an. Hoffentlich war Dweco in Schottland geblieben. Im Radio hatte sie von Unwettern gehört, die dort tobten. Eine Eule konnte sie bei dieser Witterung nicht losschicken, aber sie konnte Tim anrufen. Im Flur stand ein etwas altmodisch anmutendes Festnetztelefon. Hermine hatte wegen ihren Eltern unbedingt eins haben wollen und auch Dweco hatte sich schnell damit angefreundet. Nur ein Mobiltelefon wollte er auf keinen Fall. Das war ihm nun doch zu peinlich. Sollte ihn je ein Zauberer mit einem solchen Muggelgerät erwischen? Instinktiv lächelte Hermine, als sie daran denken musste. Zum Glück hatte Tim keine solchen Hinderungsgründe. Die Hexe griff zum Hörer und wählte die Mobilfunknummer. Doch lediglich die automatische Antwort des Netzbetreibers informierte sie darüber, dass der Teilnehmer vorübergehend nicht zu erreichen war. Nachdenklich legte Hermine auf. Ob Tim sein Telefon entgegen seiner sonstigen Gewohnheit ausgeschaltet hatte? Vielleicht war auch einfach nur der Akku leer. Kam dann auch so eine Meldung? Hermine wusste es nicht genau, beruhigte sich aber damit, dass Draco jederzeit aus einer Gefahrensituation disappearieren konnte. Hermine trank noch einen Schluck Wasser und legte sich wieder schlafen. Der Sonntagmorgen zog strahlend herauf. Das Vogel geswitscher vor dem gekippten Fenster war so laut, dass Hermine davon erwachte. So gleich glitt ihr Blick zu der anderen Betthälfte. Draco war nicht nach Hause gekommen. Sofort erhob sie sich und ging zum Telefon. Tim war immer noch nicht erreichbar. Aber es war ja auch noch sehr früh. Vielleicht waren sie gar nicht losgeflogen und er schlief noch oder er hatte den Akku nicht aufgeladen. Ihre Blase drückte und erinnerte Hermine daran, dass sie heute morgen noch etwas anderes herausfinden wollte. Für einen Moment war sie sogar dankbar, dass Draco noch nicht da war. So war sie wenigstens ungestört. Die Hexe las die Beschreibung des Schwangerschaftstestestes nochmals durch, obwohl sie diese bereits am Tag zuvor beinahe auswendig gelernt hatte. Wenig später hatte sie ihre Morgentoilette erledigt und legte den in einer Plastikkülle befindlichen Teststreifen auf das Waschbecken. Sie duschte und zog sich an, ehe sie es wagte, auf das Ergebnis zu blicken. Ihr Herz machte einen Satz, als Hermine den schmalen blauen Streifen sah, der das Fenster in der zweiten Hälfte teilte und ihr somit sagte, dass sie Dracos Kind unter dem Herzen trug. Mit zitternden Fingern versteckte sie den Test in ihrem Kosmetikbeutel. Da würde Draco ihn nicht finden. Heute Abend hatte er für sie eine Überraschung vorbereitet. Nun, grinste Hermine ironisch, die hatte sie jetzt für ihn auch. Während sie für sich das Frühstück zubereitete, tobten Freude und Angst durch ihren Körper. Sie war glücklich über diese Schwangerschaft und gleichzeitig fürchtete sie sich vor Dracos Reaktion. Es fiel ihr schwer, Ginny's Worte zu glauben, wo Draco doch nie bewiesen hatte, dass sie etwas für sie empfand. Mit einem Glas Orangensaft in der einen und einem Teller mit einem Marmeladenbrot in der anderen Hand betrat Hermine das Wohnzimmer. Sie setzte sich auf die Couch und schaltete das Fernsehen ein, das Dracos Lieblingserfindung der Mungel Orangensaft und biss in ihr Brot. Schottland las der Mann von seinem Blatt ab. Aufgrund des gestrigen Unwetters stürzte aus bisher ungeklärter Ursache ein Privatflugzeug ab. Der Pilot und ein weiterer jünger Mann kamen dabei ums Leben. Ein Bild der Absturzstelle wurde eingeblendet, auf der eine ziemlich zerschellte Kessner zu sehen war. Hermines Augen erfassten das Höhenruder mit der comicartigen Abbildung eines Spechtes, die Tim selbst darauf angebracht hatte. Das Marmeladenbrot entglitt ihrer Hand und dann wurde ihr schwarz vor Augen. Epilog Teil 49 Eine Hand rüttete sie sanft an der Schulter, ein feuchtes Tuch kühlte ihre Stirn. Hermine schlug die Augen auf. Sie lag auf dem Sofa und die verweilenden Gesichter von Harry und Ginny beugten sich besorgt über sie. Wir haben es eben erfahren und sind sofort gekommen, schniefte Ginny. Jetzt senkte sich die schmerzliche Wahrheit wie eine Last auf Hermine hinab. Draco war tot. Für einen winzigen Augenblick hörte für die Hexe die Welt auf, sich zu drehen. Dann begann Hermine zu zittern, die Tränen baten sich ihren Weg und sie sank schluchzend in Ginny's Arme. Lange hielten die beiden Frauen aneinander fest und weinten. Harry streichelte abwechselnd Hermine und Ginny über den Rücken und reichte ihnen immer wieder neue Taschentücher. Schließlich richtete Hermine sich auf. Danke, dass ihr gekommen seid. Es bedeutet mir sehr viel, jetzt nicht alleine zu sein. Wir bleiben solange du möchtest, versicherte Ginny. Harry stimmte dem zu, bevor er leise sagte, Ich würde es tun, Hermine, wenn du mich darum bittest. Wovon sprichst du? Dem Todesfluch. Harrys Stimme war nur noch ein Hauch. Hermine starrte ihn mit großen Augen an. Du würdest mich umbringen? Nun begann Harry hilflos zu stottern. Draco hat uns damals gesagt, dass der eine ohne den anderen nicht leben kann. Demnach hast du ungefähr eine Woche Zeit, bis diese Magenschmerzen einsetzen und du daran qualvoll sterben wirst. Ich will nicht, dass du so leiden musst. Fest umklammerte Hermine Harrys Hand. Du ahnst nicht, wie glücklich ich bin, dass du das für mich tun willst, aber ich denke nicht, dass es nötig sein wird. Mit wachsender Erleichterung hörte Harry zu, wie Hermine Stocken von Rufus Black berichtete, der überlebt hatte, obwohl seine Frau im Kinderbett gestorben war, und von ihrem Gespräch mit Professor Slughorn. Da ich Draco aufrichtig liebe, bin ich sicher, dass ich weiter leben werde. Stürmisch fiel Harry seiner Freundin um den Hals. Das ist eine fantastische Neuigkeit, ich dachte schon, ich hätte euch beide verloren. Auch auf Ginies Gesicht zeigte sich ein scheues Lächeln. Merlin, sei Dank, du liebst ihn. Obwohl, wir das natürlich schon immer gewusst haben, ebenso wie Draco dich geliebt hat. Das vermutest du nur, weinte Hermine und nahm ein neues Papiertaschentuch. Zufällig weiß ich das ganz genau, sagte Harry. Der skeptische Blick seiner Freundin ließ ihn fortfahren. Hat er dir erzählt, dass er für heute Abend eine Überraschung für dich geplant hatte? Stumm nickte Hermine. Er hat mich eingeweiht, doch ich bin mir nicht sicher, ob die Wahrheit dich glücklich machen oder deinen Schmerz noch verstärken wird. Wenn es ein Beweis seiner Liebe ist, dann sage mir bitte, was er vorhatte. Auch wenn ich ihn für immer verloren habe, ist es mir wichtig zu wissen, dass ich ihm mehr bedeutet habe, als erzwungene Leidenschaft. Verlangte Hermine und presste beide Hände aufs Herz. Kurz zögerte Harry noch, dann erzählte er, dass er auf Dracos Wunsch hin einen Tisch bei Sorterbeiß reserviert hatte. Er wollte heute Abend um seine Hand anhalten. Erneut begann Hermines Unterlippe zu zittern. Wieder schossen ihr Tränen in die Augen und sie schluchzte. Danke Harry, danke, dass du es mir gesagt hast. Hättest du seinen Antrag angenommen? Der dunkelhaarige Zauberer griff nach den Taschentüchern und reichte seiner Freundin ein weiteres. Harry, also wirklich, die Frage hätte auch von einem meiner Brüder kommen können, taddelte Ginny. Natürlich hätte sie das. Hast du eigentlich den Test gemacht? Ihre Finger fest im Schoß verknotet nickte sie. Ich hätte Draco heute Abend auch etwas gestehen müssen. Das ist ja großartig, freute sich Ginny. Was ist schon so toll daran, sein Kind ohne Vater groß zu ziehen? fragte Hermine verbittert. Du bist schwanger? Platzte es aus Harry heraus. Dann umklammerte er die Schultern seiner Freundin. Draco hätte sich sehr darüber gefreut. Es war sein Wunsch mit dir eine Familie zu gründen, wie er mir verraten hat. Ganz so war es zwar nicht gewesen, aber Harry war sich sicher, das Verhalten seines Freundes richtig eingeschätzt zu haben. Wir helfen dir, wo wir können. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Deine Eltern sind immer für dich da. Mit Dracos Eltern verstehst ihren noch flachen Bauch. Niemals werde ich mich wieder an einen anderen Mann bitten können, das lässt der Fluch nicht zu. Aber ein Teil von Draco ist bei mir und ich habe euch und meine Familie. Rückblinkend bin ich froh über diesen Trank. Hat er mir doch einen wundervollen Gefährten und eine Partnerschaft ohne Zwistigkeiten geschenkt. Selbst wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde Lächeln erschienen in Hermines Mundwinkeln und ihre Freunde wussten, dass sie die Wahrheit gesagt hatte. Es schellte. Die Freunde sahen sich erschrockend an. Das sind bestimmt meine Eltern, vermutete Hermine. Ich geh schon, sagte Harry und stand auf. Sie hörten, wie die Tür geöffnet wurde und dann Harrys spitzen Schrei, gefolgt von unterdrücktem Gemurmel. Ginny und Hermine sprangen sofort vom Sofa auf. Sie hatten das Wohnzimmer noch nicht durchquert, als Harry bleich und zitternd im Türrahmen erschien. Vielleicht solltet ihr euch besser widersetzen, Mädels, quetschte er hervor. Auf eure Verantwortung. Dann drehte er den Kopf ein wenig und winkte. Kannst reinkommen. Ein blonder Schopf tauchte hinter ihm auf und Hermine glaubte, ihr Herz müsse endgültig stehen bleiben, als Tweco mit einem entschuldigenden Grinsen trat. Die Erde begann sich immer schneller, um Hermine zu drehen. Sie gab einen erstickten Laut von sich und fasste sich an die Kehle, bevor sie anfing zu schwanken. Draco stürzte auf sie zu und fing sie auf. Behutsam brachte er sie zur Couch. Ein Glas Wasser sofort! fellte er. In die erstarrten Potters kam Bewegung. Während Harry in die Küche hastete, um das fest. Der blonde Zauberer nahm das nur am Rande wahr. Seine ganze Aufmerksamkeit galt Hermine, die gerade die Augen aufschlug. Er setzte ihr das von Harry gereichte Glas an die Lippen. Gehorsam trank die Hexe einen Schluck. Dann legte sie ihre Hände an seine Wangen. Du bist es wirklich, flüsterte sie verzückt und dann begann sie, ihn stürmisch zu küssen. Zunächst ließ Draco sie gewähren, bevor er sie sanft von sich schob. Verwirrt sah er in die glücklichen Gesichter der Potters. Würde mich mal bitte jemand aufklären? Ihr seht aus, als wäre ich von den Toten auferstanden. Besser hätte man es nicht ausdrücken können, sagte Harry. Hermine schminkte sich fest an Draco und begann plötzlich vor Freude zu weinen. Auch Chinis Augen wurden feucht, während Harry grinste wie ein Honigkuchen Pferd. Nur weil ich mich etwas verspätet habe, brauch dir doch nicht gleich vom Schlimmsten aus zu gehen, sagte Draco. Du bist gar nicht mit Tim zurück geflogen, stellte Harry fest. Nein, sonst wäre ich früher hier gewesen, bestätigte der blonde Zauberer. Sag du es ihm, Harry, bat Ginny. Nach einem Blick auf Hermine möglichen Unfall und dass sie davon ausgegangen waren, dass er sich bei dem anderen Opfer um Draco handeln musste. Als Harry geändert hatte, griff Draco nach dem Wasserglas. Seine Augen waren stark gerötet und er wischte sich mit dem Ärmel darüber. Wenn ich in der Maschine gewesen wäre, hätte ich die beiden vielleicht retten können. Aus seinem trudelnden Flugzeug zu disperperieren ist schwer, belehrte ihn Harry. Die Gefahr des Zersplinterns ist riesig, da man in Lebensgefahr in der Regel nicht die nötige Achtsamkeit weiten lässt. Wie kam es denn nun dazu, dass du nicht mitgeflogen bist? Gestern ist mir zufällig Blaze Sabini begegnet, als ich für meinen Vater eine Flasche Feuer Whisky kaufen wollte. Began er stockend. Blaze? So ein Zufall, wie geht es ihm denn? fragte Hermine und kuschelte sich noch näher an ihn. Gut, wir haben lange miteinander geredet. Draco nahm Hermines Hände und küsste ihre Fingerspitzen. Ich war pünktlich am Flugplatz. Tim wartete schon ungeduldig. Es näherte sich eine Unwetterfront und er hatte es eilig in die Luft zu kommen. Sein Freund, den er in Edinburgh besucht hatte, war ebenfalls dort und wollte mit uns nach London fliegen. Als ich einstieg, bemerkte ich, dass ich etwas bei Blaze vergessen hatte. Also sagte ich Tim, dass ich nochmals zurück in die Stadt müsste. Der Flugplatz liegt etwas außerhalb und mit Muggelbetonen dauert die Fahrt eine Weile. So lange wollte Tim aber nicht mehr warten. Ich konnte ihm ja schlecht sagen, dass ich dank Magie binnen weniger Minuten wieder zurück sein könnte. Dweco schluckte und presste Hermines Hände zusammen. Dann dachte ich, ich könnte die Nacht bei Blaze verbringen. Das habe ich auch getan und vielleicht ein paar Whiskys zu viel getrunken. Als ich vor der Tür appariert bin, hatte ich gehofft, du wärst gerade erst aufgewacht. Meinen Hausschlüssel hatte ich hier liegen gelassen, weil ich dachte, ich Ich habe dir doch versprochen, dass ich auf mich aufpassen werde, kleine Hexe. Merlin sei Dank, sagte Ginny, wie gut, dass du was vergessen hast. Das hat dir das Leben gerettet. Darf ich fragen, was es war? Nein, sagte Draco sofort. Es hatte etwas mit einer Überraschung für Hermine zu tun. Harrys Gesichtsfarbe wechselte. Unruhig rutschte er auf seinem Sessel umher. Farig raufte er sich die Haare. Draco, wir dachten doch, dass du nie zurückkehren würdest. Hermine war so verzweifelt, da habe ich sie trösten wollen und ihr verraten, dass du sie heute Abend um ihre Hand wid... Potter! Wütend beugte sich Draco vor. Es tut mir schrecklich leid, entschuldigte sich Harry zerknirscht. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass sie dich liebt und nehmen wird. Harry! kreischte Hermine. Du bist jetzt besser still, sagte Ginny und warf ihrem Mann den Blick zu, der normalerweise für ihren Bruder reserviert war. Ist das denn wahr, was Harry gesagt hat? Dass du mich liebst? fragte Draco mit zittriger Stimme. Ja, schon ganz lange, gab Hermine schüchtern zu. Für einen Moment schloss der blonde Zauberer die Augen. Überschäumendes Glück brauste durch seine Adern. Hermine Granger liebte ihn. Er riss sie an sich, küßte sie glühend und gestand, ich liebe dich auch. Ginny klatschte begeisternd die Hände. Das wurde aber auch allerhöchste Zeit, da muss erst ein solcher Unfall passieren, damit ihr beide Sturschädel endlich offen miteinander redet. Verrätst du uns denn jetzt, was du in der Stadt vergessen hast? Schmunzelt gift Draco in die Tasche seines Stuck-Cats und legte ein flaches, viereckiges Schmuckkästchen auf den Tisch. Gestern habe ich mit Tim die Eheringe ausgesucht. Für einen Moment hielt er betrübt inne. Blaze habe ich alles erzählt und die Ringe gezeigt. Dabei habe ich sie in dem Pub vergessen. Als ich vom Flugplatz zurückkehrte, saß Blaze noch da und sagte, er hätte gewusst, dass ich zurückkommen würde und winkte mit dem Kästchen. Aber ansehen dürfte sie noch nicht. Wenigstens eine Überraschung muss es heute Abend noch geben. Wenn du dich da mal nicht täuscht, lachte Ginny und schlug sich sogleich eine Hand vor den Mund. Jetzt erntete sie von Draco ein strafendes Kopfschütteln. Was meint sie damit Termine? fragte Draco sofort. Die Hexe druckste ein wenig herum. Die Potters hatten Dracos Gefühle richtig beurteilt. Es war unfassbar, aber er liebte sie wirklich. Wahrscheinlich freute er sich auch über die Nachricht, Vater zu werden. Hermine gab sich einen Ruck. Harry und Ginny bei der Eröffnung dabei zu haben, verlieh ihr zusätzliche Sicherheit. Sie sah dem Mann an ihrer Seite tief in die Augen, ehe sie hauchte. Ich erwarte ein Kind. Dracos Unterkiefer fiel zunächst hinab. Wie? Doch dann begriff er. Einen Jubelschrei ausstoßend hob er Hermine hoch und drehte sich mit ihr. Wer bekommt mein Baby? jauchzte er. Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt, kleine Hexe. Die beiden Paare redeten noch eine ganze Weile miteinander, ehe Harry und Ginny aufstanden. Wir werden nun gehen und wünschen euch beiden viel Spaß heute Abend. Draco sah fröhlich auf Hermine hinunter. Eins merken wir uns aber für die Zukunft. Den Potters vertrauen wir lieber keine Geheimnisse mehr an. Die können sie doch nicht für sich behalten. Alle vier brachen ins schallendes Gelächter aus. Hallo meine Lieben. Leider sind wir jetzt schon am Ende dieser wundervollen Geschichte angekommen. Nochmal ein großes Dankeschön an Lady S, dass sie mir erlaubt hat, diese Geschichte überhaupt vorzulesen. Und wenn sie euch gefallen hat, würde sie sich sicher auch über einen Kommentar freuen. Den Link zu ihrem Profil findet ihr in der Infobox. Natürlich werde ich nun eine andere Geschichte vorlesen. Und weil es sich gewünscht wurde, wird es dieses Mal eine Draco und Harry Fanfiction werden. Leider weiß ich nie genau, wie man die Shipping Namen aussprechen soll. Also Drarry, 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 keine Ahnung. Deswegen sage ich einfach Draco und Harry. Der erste Teil wird nächstes Wochenende kommen. Wie genau der Update Rhythmus wird, weiß ich dann jetzt aber noch nicht. Und für alle Draco und Termine Fans kann ich sagen, dass es während dieser längeren Fanfiction trotzdem Videos zu meinem Lieblingspairing geben wird. Entweder als One-Shots oder als Kurzgeschichten mit einigen wenigen Teilen. Also würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten würde ich euch auch über Instagram oder Twitter auf dem Laufenden halten. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Video, welches auch immer das sein